So! Haha! Ne, wenn man da nicht drauf fasst, musste ich aber... Ui! Ula! Aus dem Kühlschrank! Beutlin! Ach, den Kühlschrank zu, du Peiner! Aulat! So, ich geh jetzt aus dem Bude. Tür auf! Tür zu! Mahlzeit! Tagsam! Warum hast du bei uns geschlafen? Ich hab im Hausfloor geschlafen. Als du Tür aufgemacht hast, bin ich schnell rein zum Kühlschrank. Hast du doch gesehen, die Frege. Du hast wieder mal ne Mula-Mensch geklaut. Ich bin heute voller Power! Nein! Aua, aua, aua! Böa! 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 Was geht ab nächstes WEEK? Morgens Weihnachten, na? Ja. Ich hab Weihnachtskugeln an meinem Schwanz. Mir hat die angemalt. Komm, wir halten Händchen. Geh weg, du. Komm schon. Komm schon. Mach das mit Finn, der macht das. Boah, ich bin ungeknippt. Was ist los, ey? Wo sind alle unsere Freunde? Kann es sein, dass das Game ein bisschen laut ist? Kein Anschluss unter dieser. Und jetzt sag mir, dass die Grafik vorher besser war als jetzt, Alter. Ich glaube, ich kein Wort. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich hab alle versucht. Wir haben keine Freunde mehr. Ich muss doch mal den Pullover wechseln, weil er stinkt schon ziemlich nach Scheiße. Komm, wir gehen in den G-Klasse. Komm, wir gehen in den G-Klasse. Woh, wir gehen in den G-Klasse. Ja, wieder tausend unterschiedliche Meinungen hier, Junge. Kann vorher gar nicht besser gewesen sein. Jetzt hab ich wieder Medium-Präsent und 900p. Oder der Unterschied ist wirklich nicht so groß. Oh mein Gott. Geil. Ich glaub, ich die Trennwand hier vorne. Aber wer ist denn da schon wieder drin? So, Alter. Bresch heute. Jugendsports-Vereinshaus, Alter. Ich hab Umkleiden-Verbot. Tagsam! Tagsam! Mahlzeit! Was ist mit euch? Hat jemand euch in die Eier getreten? Was? No Front, aber hat jemand euch in die Eier getreten? No Front? Was heißt das? Was heißt No Front? Das ist eigentlich Full Front. Mein Auto hat Front, Bruder. Hör. Ich hör, ich krieg auch Schmerzen. Meitling! Was ist mit dir? Ich hab' einen Bullen, Junge. Hä? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was seid ihr denn für eine Gang-Gang? Aber die sind die Gang-Gang. Pass auf, wir haben einen Kerl. Hä, was ist mit denen? Jetzt kommen die Rope. Und dann sind wir zu Grove gegangen? Hast du die fusioniert? Boah! Bruder, bist du jetzt Grove da oder was? Boah! Hey, Bruder. Ha, guck, du bist schon nicht die Meere. Mein Bruder, hörst du dich? Ich würd' dir auch... Was ist denn? Schau, guck, Hose! Ich geh grad einfach nur durch den Katalog. Das ist grad der freshest Dile. Ich glaub, das ist jetzt los, Alter. Ach ja, warte. Ja, deine Freundin will sich hier regeln. Boah, Bruder, Alter. Ich muss in der Katze schon. Aber, Bruder, ich hab' nicht gewollt, den... Ach, Ruhe. Ich brauch irgendwas Cooles. Irgendwas mit Schokolade und Spaß in der Mitte. Was? Ja. Ich brauch Jacke. Mir ist kalt. Schnee ist kalt. Schnee, 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 schnee. Ich brauch irgendwas... Boah! Oh, irgendwas Flippiges. Irgendwas Ausgefallenes. Irgendwas mit nem Loch in der Mitte. Nimm doch die Heizung. Okay. Boah, Junge, schreien doch weit herum. Ich glaub, der hat so viel gemützt. Oh, diese ganzen Klamotten sind so hässlich, ne? Lass mal raus. Aber John, unser Schneider, will ja nix machen. Boah, was ist mit fett, das sind Bomberjacke. Boah. Was geht ab, Frank? Boah, Junge. Boah. Ich glaube, wir haben da gestern, oder? Bei denen haben wir gestern Nachtschicht gemacht. Was ist denn das? Ich glaube, das sind, keine Ahnung, irgendwelche fusioniert mit Ballers. Das gepeilt mir. Das kaufe ich mir. Hast du mir zugehört? Ja, irgendwas mit Ballers oder so. Genau das habe ich gesagt, Dicker. Ja? Wo ist jetzt mein Pullover? Boah. Wann habe ich mir denn ein Headset gekauft? Was? Bli, blau, bla. Wow. Mehr Seiten gibt es nicht. Was, Bruder? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Hallo, Chad. Ist mein Chad wieder kaputt? Das ist so eine richtige Standard-Gang-Hose hier, Alter. Soll ich mal zu denen gehen? Hat die denn da für Schuhe an, überhaupt? Passt eine Hose dazu. Oh, was sieht das an? Alles war gut. Hallo, mein Chad ist schon wieder Brot. Geht ihr noch bei Twitch ab wieder, Alter? Doch, Chad war bei mir kaputt. Ja, wir können los, Jeff. Ich kaufe das. All right, Bruder. All right, Bruder. Sis, sis, sis. Nice, sis. Huh? Huh? Was wurde? Was wurde? Hat der nice, sis gesagt? Nein, ich habe nice, sis gesagt. Wäre da jetzt noch zu wild gewesen, Alter. Boah. 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 Gibt es denn Weihnachtsmitz, aber? Kein Platz. Soll ich jetzt machen? Oh. Ich bin Jax. Duftkommas. Ah, boah. Oh. Ich brauche noch eine zweite Sonnenbrille, so weiß, wie die war. Hi. Hallo. Halt, halt. Boah, ist doch das denn, Digger. Boah, ist das Mädchen. Boah, 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 boah. Ich bin schon wieder in die Umkleide, ne? Lass das. Ich lass das. Boah, wo ist Weihnachtsmütze? Boah, 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 boah. Boah, ist die neu? Nein, mit Farol gewaschen. Die kaufe ich. Die gefällt mir. Was lachst du? Nix. Sieht gut aus. Sieht doch gut aus. Ja, jetzt hör auf, immer die Sachen wegzuwerfen, Alter. Der arme Verkäufer. Warum, der kann das nur wieder verkaufen? Nein. Geht nicht. Bäre. Boah, die Hose behält sich. Check, hallo, check, check. Check, check, check. Turn up. Okay, ich bin fertig. Warte, ich bin noch nicht fertig. Wer ist denn das jetzt noch? Der, bitte. Der, bitte. Der, bitte. Ja, dann haben wir das. Bumm. Bittst du ein Stückchen Kieskucheln, hier. Mashallah. Kannst du dich mal beeilen? Mann. Was bist du für ein Fregel von Viechern? Was soll das jetzt? Jetzt soll dir eine coole Sammbrille für den Schnee, Schnee schneiden und eine coole Minzmütze. Schnee, 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 Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Schnee, 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 Schnee. Schnee, 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 Schnee. Bestimmt hat mich eh keine Sorgen gerufen, weil ich wieder zwei Wochen weg war. Ich dachte, sechs? Du bist doch nur zwei Wochen da. Nee, zwei Tage bist du nur da. Dann der roteste Telefon da bin ich angerufen, ne? Oder? Nee. Dann wurde angerufen. Warst du gestern da? Hm, ich war kurz draußen. Musst du kurz Milas Stinkedecke aufschlagen, am Baum. Hawaiian, Bruder. Hawaiian, Bruder. Hawaiian, Bruder. Hawaiian, Bruder. Hawaiian, Bruder. Immer vor mir rechts pushen. Wer sind denn die Bolas, heißen die? Wahrscheinlich heißen die jetzt Freddy Bolas. Freddy Prey. Ja, ich beeil mich. Boah, jetzt ist es doch scheiße. Also, Digga. Philipp, gibst du mir. Boah. Hui. Boah. Boah. Boah, kannst du dich mal beeilen? Boah, du bist schlimmer als Mila, Junge. Ja, ja, ja. Moi, wochen, du, du. Achso, oh, fuck, man hat mich nicht gehört. Ich meinte, ich muss in die Bude. Okay, Bruder, hau rein. Achso, okay. Mit wem hat der jetzt geredet? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was hier los ist. Defunk? Warum ist denn hier nur Kacke? Das passt dich halt deinem hässlichen Körper an. Mann, Mann, was hier ist, Digga. Was hast du nix getan? Ja, selber. Ey, ich schaue es gleich aus, ne? Bekauft ihr jetzt einfach irgendwas? Ey, Junge. Hast du mich wieder angeguckt? Nö. Komm mal, du geile Sau. Bist oft her. Keine Arme, keine Kekse, ne? Kannst du dich jetzt beeilen? Ja, ich kaufe jetzt einfach das hier, Alter. Nein, ich habe keinen Platz. Wie ist das denn, Jacke? Kleine Horbissen. Beutel. Niesennaschen, niesennaschen. Aber, warte, ich muss... Jaha. So? So? Ja, geh doch. Warte, ich muss... Achso. Was machst du denn da? Ich kannste die Jacke nicht kaufen. Achso. Hat wieder keinen Platz in der Bauchtasche, ne? Alles voll mit Essen, wie immer. Dummkopf. Boah, neulichs machen die Geräusche, wenn jemand reinkommt. Neulichs halt. Jufke? Ja. Nicht, dass der Amnesie hat und uns nicht erkannt hat. Boah, der Sommer-Time, ich will auch kiffen. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich gehe auf einen Rave. Einen Christmas-Rave. Was ist mit euch? Was geht? Was habt ihr wieder geschnüffelt? Uhu. 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 Und wie geht's dir? Uhu. 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 Was machst du? Huh? Eh? V-Akbi-Turbo. 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 Wo warst du hin? Schnell. Wir haben Auftrag. Was machst du hier, sagst du? Kann passen, ist nicht da. Was ist das wahr? Was ist das wahr? Komm jetzt. Was hat denn, was hat denn? Warte, warte, ne? Warte durch. Ja, seht gut, das kommt. Was ist das denn? Was hast du vor? Wir haben einen Auftrag. Was denn? Beginn auf eine Wave. Ja. Wir müssen einen Soundcheck machen. Ich brauch aber eine Mütze. Warum ist dein Ohr kalt? Ja. Tu doch Kippe dran. Oh, gute Idee. Aber ich hab nur noch eine. Ich hasse euch. Ach ja? Du bist ein richtiger Jasper Lille. Dieser eine Tennisspiel aus Uruguay. Ach Hu, was sagst du? Das ist dieser Tennisspiel aus Uruguay. Warum bist du schon wieder so gemein? Weil dir schumpen geht wie Frauen. Boah, dann nehmen keinen Hut, du Penner. Ich bin gerade erst hier seit zwei Sekunden. Ich habe einen Klausel, nicht einfach einen Hut. Ja, was ist jetzt? Ich geh jetzt, hab keinen Bock mehr vor euch. Okay. Stimmt gar nicht, wenn du das hab ich angerufen. Ich bin Jamaikanischer Rocker. Aus Putzbach. Bist du hergelaufen, Jufke? Ja, ich bin hergelaufen. Du hast all die Ruhe weg, ne Junge. Meine Autos sind weg. Aber... Ja, ein Raze. Wo ist denn der Raze? In meiner Hose. Oh, geil. Bei Curtis in der Hose? Mit wem redest du? Hallo? Oh. Hallo? Ich hab' auch gedacht, nicht der Rave. Ich telefoniere. Dein Armstor und der Zähne. Au, weh, lad. Ich glaube, es gibt aber noch einen echten Rave. Ja, das ist auch cool. Gibt's noch einen richtigen Rave? Rave? Rave, rave, rave. Na klar, es gibt diesen einen Rave. Rave Shadow Legends. Ich muss hier raus. Ich meine, natürlich, wow. Shadowlands. Tobel, keiner hier bin. Keine Freunde. Ich hab' keine Ahnung. Wo bist du? Da vorne ist jemand. Wo? Wird deine kurze O sein? Ich renne da hin. Hallo, Weihnachtsmann. Hallo, Weihnachtsmann. Hallo? Weihnachtsmann. Meister, hallo. Oh, wie siehst du denn aus? Ich bin bereit für einen Rave. Ich hab' gehört, es gibt einen Rave. Ja, Rave Shadow Legends. Ich dachte, es gibt einen Rave, okay? Wo ist der Rave hier? Warum hast du meine Legends an? Ich... 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 Ich muss nicht... Ich muss nicht... Oh, oh. Ich hab' die Fresse gelegt. Bist du ausgerutscht? Töte mich. Wer? Jesus. Warum Jesus? Weil... Oh, pass, was geht hier? ...Menschen, hab' ich gehört. Oh, pass' mal einen Legends an. Aber pssch, zack, nicht weiter. Ich durfte das gar nicht schon. Ich hasse nicht. Ey, ich wollte deine Legends, die sie jetzt auch so sieht, so gemütlich aus. Hier ist noch nie, ist noch nie, ist noch nie? Hallo? Wow, wow. Aber die ist für mein Elfen-Kostüm. Aber jetzt bin ich ein Elf, guck mich an. Ich bin ein Elf. Du siehst aus wie Berliner von einer Pernabulde. Werner? Mhm. Willst du ein paar Gläste in Atelier vorher? Boah, weißt du, wenn du so fragst, dann haben wir... Geile Sau. Was machen wir mitten auf der Straße? Äh, ich wollte... Was wollte ich noch mal? Komm, schau. Ja, brenn dich um. Zeig mal deinen beharten Rücken. Ich hatte deinen beharten Rücken. Ja, weil ich dich ja auch schäle, der wie ein Schaf. Hele? Das ist heute unter uns, wenn du da kommst, das zu erzählen, okay? Ich finde es geil, dass dein Zahn locker ist vorne. Ja, guck mal. Der wackelt immer, wenn du Quark. Gingo ist sauer. Sollst du den ausboxen? Kannst du Spätzle durch deinen Zahnikker machen? Oh, 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 oh. Ich hab ein Psychotante von Miss Maria. Maria heißt die Oma. Maria, Maria. Maria heißt die Oma. Warum stehen wir mit auf der verpfiffenen Straße? Das ist unsere Straße. Eigentlich weiß ich so, dass sie Maria heißt. Und dass sie nicht nur im Krankenhaus sind, sondern da rumfahren können. Hast du endlich dir ein Bad stehen lassen, Mila? Nee. Vor Geideflogen. Weil du hast doch was zum Gesicht. Ja. Oh, da hast du schon wilde Pulitzucker. Ich hab keine Schminken. Nee, 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 nee. Was passiert? Ich stürfe dich. Das war cool. Hättet ihr sie wieder auf die Fresse. Komm, wir schmeißen die auf den Boden und seifen die mit Schnee an und dann treten wir in die rein. Der Boden ist Lava. Oh, Rapunzel, Rapunzel, lass deinen Arsch herunter. Ihr seid alle tot. Nee, überschlag! Rapunzel, Rapunzel, lass deinen Rücken herunter. Lassen Sie mich hochklettern. Bitte. Auch. Halt dich an meinen Schwanz festen. Eklig. Du bist eklig. Ich bin King of the Hill. Oh, Gott. Wir haben keine Freunde. Wir sind jeden Tag, wir haben ein bescheuerter. Wer hat denn Freunde? Wer? Oh, ich mag uns. Ja, wir haben Freunde, die Routen. Ja, die Routen verleiten. Bisse? Man, dieses Leben wird mir manchmal zu viel. Morgen erst mal Skiurlaub. Beginn Skiurlaub. Morgen ist die Bescherung. Ich geh aber Skiurlaub. Ich hab ne Schleife gemacht. Oh mein, schonmal eins. Was? Aber erst morgen auspacken. Genau. Er spielt Jingle Bells für dich. Wir haben 16 Weihnachtsbäume zu Hause und alle sind geschmückt. Sieht aus wie ein Urwald. Ja, aber geil. Ich hab deinen Ponydings aufgebaut, ne? Darf ich sehen, 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 darf ich erst morgen. Das dauert noch so lange. Das dauert nicht mehr lange. Warte, du hast ne Decke drüber geworfen? Ja, damit man das nicht sieht. Oh, ich glaub, Vity ist wohl drüber gelatscht. Was? Nee. Das stimmt nicht. Ich hab nur die besten Ratten hier vom Park gesammelt. Ratten? Morgen. Ja. Scheiß, kannst du allein fressen. Ich geh nur coldies. Hey, das war nur Spaß. Ja, was gibt's denn? Das ist doch gar kein Unterschied. Hey, ich dachte, wir bestellen Pizza. Wie, am Weihnachten Pizza? Ja. Okay. Okay. Aber morgen nimm ich ne große, morgen betreibe ich. Äh, äh. Doch. Ne große Pizza mit kleinen Pizzen drauf. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Hilfe, ich bin richtig durstig, ne? Aber erstmal werf ich das hier weg und das hier. Und jetzt gib mir was zu trinken, bitte. Sag bitte. Bitte. Oh nein. Hier, kauf wieder was schnick schillen. Boah, da liegt ein Penny. Das war ein Dollar. Ich hab nix zu trinken. Ich hab nix zu trinken. Okay, okay. Ich hab was zu trinken, vielleicht. Bitte, bitte. Warte, ich guck in meine Nackentasche. Danke. Vielen Dankeschön. Boah, jetzt kriegst du die abhaben, ne? Ja, sag dich danke, ne? Ich hab dir ein Stück Käsekuchen gegeben. Ich hab doch vielen Dankeschön gesagt. Wollte erst mal ein Stück Käsekuchen trinken, ne? Mann, hab ich nicht mehr. Aua, Land. Hallo, Digga. Hallo, Digga. Heute ist schönes Wettern, ne? Wollen wir einen Schleimann bauen? Lass uns Schlitten fahren gehen. Wo fahren wir denn? Schlitten fahren, ja. Aber wo? Oh, und wer darf nicht nehmen? Wir können ja Beatty als Schlitten benutzen. Dann nehme ich lieber in Aldi-Tüte. Na gut. Wie du magst. Dann halt so. Weißt du? Wie kommt denn der Weihnachtszeit mal die Geschenke bringen, wenn wir keinen Kamin haben? Mit einer Hure. Ja, ich dich. Ich dich, ich dich. Und wie soll das funktionieren? Ja. Ja, Beatty, erklär mal. Ja, irgendjemand muss diese Hure ins Haus lassen. Hab ich doch schon. Sonst würde Beatty nicht bei uns pennen. Warte, der pennt bei uns, warum? Ach, der pennt im Flur. Im Hausflur. In sein Haus regnet's rein. Ich hab kein Haus. Eben, deshalb regnet's ja rein. Ach, das sind seine Decken da vorne. Aber es schneit gerade. Der kuschelt immer Angst mit Märmung. Nein, sage Beatty. Morgen, wenn ich mein Geschenk ausgepackt habe, dann darfst du unter dem Karton scharfen. Ist das so groß? Draußen. Boah. Aber auf dem Geschenkpapier. Ja, damit kannst du dir ein paar Freunde basteln. Ich hab Freunde viele, 120. Auch. F steht für Freunde. Die was unternehmen. F steht für Feuer, das lodert und brodelt. Da hast du unseren Song versaut. U steht für und, wer im Kampf. U steht für nukleares Waffenarsenal. F steht für Freunde. Die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Entsteh für und endlich. Haben wir mal Spaß. Und lachen auf Fiesteseele. Hahaha. 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 Das haben wir gelernt. Wir sind geboren. Geboren? Ja, 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 ja. Die wurden bedient, die Bitches. Jetzt können ich nichts mehr sagen. Wir gehen heute auf den Wave, hab ich gehört. Mhm. Wo? Ach, da. In meine Hose. Ich bin nicht in deinem Kopf. Ach, Mann. Was heißen denn nicht schon Bilder? Hab ich gar nicht gesagt. Wolltest du aber. Weil du nicht ein Schwein bist in deinem Kopf. Ich bin kein... Na klar. Ich bin kein Schwein. Im Grund beim Knutschen. Na Gott. Gar nicht. Wow. Na klar. Und du aufhörst. Gar nicht. Äh. Äh. Ich hab den Jungs davon erzählt, dass du die Füße hinterm Kopf hattest und rumgerollt bis zu Hause, ne? Boah. Weißt du? Ich kann auch nie was so machen, was unter uns bleibt. Doch, du musst mir nur sagen, dass das ein Geheimnis ist. Alles ein Geheimnis, was ich zu Hause mache. Oh, dass deine Fußnägel durch den ganzen Flur schnippen. Wenn du schneidest. Attention, please. Attention. Ja, was denn? Ja, die redet von deinem Flur. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Peter hat sich neulich dran geschnitten. Am Milas Fußnagel? Ja. Richtig so. Ha. Jetzt hast du Vitamin D. Ihr habt mich damit abgeworfen wie ein Ninja um die Ecke, Digga. Der ist sogar zurück zu ihr geflogen. Ja. Bummerang. Zehn. Nagel. Dings. Erweiterung. Passt. Ich find's geil, wenn du willst, wenn du da was. Vor allem Ründer. Ha. 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 Having. Soo. Ha. Ha. ich möchte ja der hat seinen mund gekotzt komm wir fahren wir gucken wir wollen wir jemanden überfallen? was willst du überfallen? ist die villa frei? genau lass mal zur villa fahren mann ich dachte zu weihnacht nach haben wir mal spaß bei uns gibt es keinen spaß bei uns gibt es nur kreis spaß entschuldigung beruhigen sie sich was war das denn? nix schon kei momentan ne telepastik mach mal jemanden navi villa navi was war das denn? anschnallen das ist eine gute idee wo sind unsere ganzen freunde? das ist für unsere sicherheit jetzt alle tot heier machen oder so oder tot oder heier machen ja vielleicht oder tot ja oder tot ja oder tot heier machen niemand ging mal gleich ja du kannst absolut kein auto fahren weil kiki haben wir einen unfall gebaut? nein haben wir nicht also ruhe wir haben gar keinen unfall gebaut dann wasch deine augenbrille das auto ist makellos so wie ich ist so ja dann zeig dich mal ungeschminkt du bist nicht makellos Milla sprich mir in die augen nein das kann ich das hat sich dabei angehört wie nina schweil hui nina spucke ui nina spucke ui witz 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 ja 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 da steht noch da steht neues auto bestimmt von der alten was das für ein auto das ist eins mit vier wieder die reifen nein man die den tank leer saugen der hat einen schlau dabei jetzt schneid es da rein du hast kaputt gemacht scheiben das war ein reich bei auf andere art und weisen warum hast du nicht ein schlappen geworfen ja das merke ich immer nur klug ist ich glaube ich war hier schon mal ja scheint nicht viel los zu sein in der weihnachtszeit alle sind zu hause vom christbaum kind der wird bestimmt abgezogen von der weihnachtszeit darf das durch was ist das für ein turf fahr mal durch da gibt es was wir abgeknallt werden da gibt es was wir einfach durch die hohe fahren da sind menschen boah was ist das hier das muss ich noch gar nicht krass was hier ist hallo auf unserem stadtplan steht nicht was für ein turf das ist was ich kann jetzt nicht angekommen sag doch mal das kann ich für sie tun füße hallo gehen sie bitte runter vom auto da bist du bescheuert ich hab vielleicht weggemacht ihr könnt jetzt sicher weiterfahren weg vom kopfraum leider was seid denn die für ne gang bei die show digga niggas da wieder rein was kennst du sogar sag mal ihr wird nicht geklaut ich war nur nie hier ja aber war das für euch der hat n der hat n jungen und member hat auch mal zu mir gesagt wo du dabei warst war ich so ein großes schwanz habe ich ha zeig mal ach ist kalt ne ist kalt ja ist nicht kalt bruder wie ist es nicht kalt hast du hosenheizung ja genau hirth 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 oda fünfund gibt es morgen keine beschenke Bei uns kommt der Knecht Ruprecht, dann packt er mir wieder am Arsch, der letzte Jahr. Geil. Dreckige Wichser, der. Ich glaub da hinten ist einer gesoffen. Willst du dich gerne anfassen? Nee. Hast du da hinten? Alles gut. Hast du Rückspiegel geguckt? Ja sicher, wohin denn sonst. Wie soll ich denn sonst nach hinten gucken? Merkst du selber, oder? Indem du deinen Kopf umdrehst du, Dude? Ja nach... Au! Schulterblick, mein Freund. Schulterblick, genau. Warte, ich drehe mich um. Jetzt bin ich im Rücksitz. Ha, get right. Okay, wir haben wieder abs. Halt rein, Peace. Gengi. Hallo. 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 Was denn? Wie laut im Pitbull? Ich weiß nicht. Bist du ein Mädchen? Brültis, Brültis. Ist das ein Mädchen? Äh, warte, ich guck mal kurz. Ja, ich glaub schon. Warum hast du einen Schnäuzer? Bitte? Wie erschossen? Du kannst du ihn? Wer hat geschossen? Keine Ahnung. Weiß nicht. Der hat irgendwas von Memo erzählt und einen großen Schwanz. Das Auto hat einen großen Wendekreis. Boah, das ganze Krankenhaus blinkt ja auch. Hallo Maria. Tschüss Maria. Bis nächste Woche. Was ist denn jetzt los? Achso, hast du grad besucht, ne? Das war ne schnelle Sitzung. Ich hab heute nächste Woche um 20 Uhr einen Termin bei ihr. Hättet ihr sein können, ja. Ja, muss sagen wir, bin ich so oder was? Pfft. 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 Versuch du da. Versuch den Reifen aufzupumpen. Pfft. 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 Goldner Schiff. Mila hol mal dein Digi-Doo. Digi-Di-Doo. Was ist denn jetzt los? Ich spiel das Digi-Doo. Ahja. Fertig guter. Dank für elf. Oh, wir müssen morgen für den Weihnachtsmann Gedichte absagen. Nö. Doch, das macht man so. Hast du schon eins? Und dann singt man Lieder. Und dann tanzt man. Oh, da ist Jun. Wieder ganz klein wie immer. Voll der Moff. Gar nicht. Weihnachten ist Fasten. Nö. Tagsam. Mahlzeit. 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 Test mal. Was willst du? Kannst du dir mal nach fünf Monaten eine neue Kappi anziehen? Niemand interessiert? Nein. Da sind schon Schweißflecken drauf. Ich hab acht davon. Hast du nicht? Ich hab von Jax gelernt. Dann zeig mal wie gut du driften kannst. Zeig ich dir gleich. Mh. Pfff. Oh, oh. Ich warte ja noch was. Bis bald. Ich muss noch Geschenke einpacken. Oh, oh. Mila bekommt ein ganz großes Nasenspray. Zwei Liter. Das hält aber nur eine Stunde. Ja, weil die das Zeug trinkt. Ja. Super. Verdammt. Echt? Äh. Nih. Ihh. Nih. Cool. Jetzt blieben wir hier. Na. Schon wieder? Hast du uns die Tage mit Juni gequatscht? Bitte? Äh ne. Was hat Journey gemacht? Doch, gestern haben wir Nachtschicht gemacht. Warum? Gestern Nachtschicht? Warum? Ist irgendwas passiert? Wir haben ein paar Leute rausgenommen. Ein paar Schießereien gehabt, hier und da. Aber anderem geht gut. Ach so, das Übliche. Geht wunderbar gut. Ich habe das Gefühl, dass wir von Tag zu Tag dummer werden. Ich glaube, das liegt da in der Luft. Aha. Wäre ja keine Geister mehr erst mal. Schließ jede Nacht mein IQ-Ladekabel an. Und ins Arschloch. Wir müssen nur die Couches hinstellen. Was war's? Ich habe mich nicht verstanden. Irgendwas mit Ladekabeln. Ja. Schließ jede Nacht mein IQ-Ladekabel ins Arschloch an. Dann lädt mein IQ wieder auf. Ja, so siehst du. Bin ich übern... Komm, wir gehen zu John. Boah, ich würde Schneewaldschlacht machen. Dann würde die Schneebälle schmelzen. Hallo, bist du am Telefonieren? Geht sich gerade um Drogen. Bist du am Telefonieren? Bist du am Telefonieren? Bist du am Telefonieren? Warum rennt denn der? Soll ich den überfahren? Bist du am Telefonieren? Warum rennt denn der? Soll ich den überfahren? Bist du am Telefonieren? Ja, ciao. Ja, ciao. Telefonierst du? Jetzt nicht mehr. Oh, hi. Mit wem hast du geredet? Das geht dich gar nichts an. Sag mal. Das waren Businessgespräche. Mit deiner Hure vom Freundin. Ich grüße dich. Red nicht so. Ha? Ne. Und was kriegst du zu Weihnachten? Mh... Mir doch egal. Arschloch. Rechts. Hinten. Weiter. Hinten. Hinten. Hauch mich an. Guck mal. Der Auto war gerne. Guck mal. Gar nicht. Guck mal. You are the wrong turf fool. Motherfucker. Bist du? Dann kriegst du einen geklatscht. Ha, verfällt. Wer hat das gesagt mit dem Auto? Warum klaut ihr den GTO? Was für ein GTO? Ja, der bei euch auf dem Parkplatz steht. Der orange, ne? Was wackelt denn dein Auto so? Ist das euer? Ja. Vielleicht Penn Rees will der bei mir nicht? Vielleicht Knutschel nicht? Ja, ich wusste schon immer, dass der Reeswan ein Fanboy ist. Fanboy? Ja. Nimm das Auto denn mit? Ja. Und das Auto soll ich hier stehen lassen, oder? Ja, dann kommst du zu Fuß. Ich lauf doch nicht hierher. Vielleicht haben wir das auch geklaut? Raupel! Seid ihr so? Na klar! Guck uns an! Flyboys! Oh! Ja! Ja, top! Dann wünsche ich euch auch mal viel Spaß, ne? Choss! Haut da rein! Choss! War das von Yadi? Glaub schon! War das nur Scully! Das war nur Scully! Nein, das war nicht Scully! Ja! Ja! Wo ist das? Gefährlich! Sollen die erst mal zu mir kommen, dann zeig ich denen was gefährlich ist? Ich bin ein scheiß Freak! Ich hab heute davon geträumt, dass ich jemanden die Nase abgebissen hab! Meist Tyson 2.0, Alter! Ich hab dir gesagt, du sollst keinen Zau gucken! Okay, hau rein, Alter! Biti! Ja bitte! Warum bist du nicht im Funk? Weil ich kein Funkgerät hab! Warum hast du kein Funkgerät? Weil ich noch nie eins bekommen hab! Weil ich noch nie eins bekommen hab! Was hast du Geld von mir? Opa, Willy hat angerufen! Fick den doch! Mir hast du nicht von deinem Traum erzählt, dass du jemanden die Nase abbeißt! Du hast doch gar nicht gefallen! Hast du noch einen, John? Achso, und der hat dich jetzt nach deinen Träumen gefallen! Ne, aber warum? Ich glaube nicht! Aha, lecker, lecker! Küst den doch! Ja, schieb's dir rein! Küsst du den doch! Warum soll ich den küssen? Du telefonierst jeden Tag mit dem! Ich telefonier gar nicht jeden Tag mit dem! Willst du deinen ekelhaften, wobbeligen, schädigen Arsch küssen? Nein! Pah! Denkst du daran, wie ich das mache? Nö! Aber du, das schreibst du in dein Tagebuch! Gar nicht wahr! Ah! Na klar! Nö! Du kriegst keinen Ponyhof! Krieg ich wohl! Nö! Nur einige Kinderkirchen geschenkt zu Weihnachten! Ich bin artig! Ach ja? Ja! Ich gucke in deinen Tagbuch, ne? Mit wie vielen Frauen hast du die letzten Tage gefördert? Was habe ich? Mit wie vielen Frauen hast du die letzten Tage gefördert? Nicht mehr als 10! Nicht mehr als 10! Aha! Also wo ist das Problem, wenn ich mit Opa Willy, einem alten Mann telefoniere? Ich bin ein Junge und das ist was anderes! Das ist also was anderes! Ja? Warum lachst du jetzt los? Nein, nein, nein! Ja klar! Das ist was anderes! Natürlich! Na klar ist das was anderes! Ja! Das ist was anderes! Ich habe mit niemandem geplötet! Ja? Mit niemandem? Machst du Beweise? Nein! Aber vielleicht telefoniere ich mal rum? Ja telefonier doch rum! Weiß? Mach doch! Ja? Soll ich das machen? Mach doch! Ja? Mach doch! Was guckst du? Willst du dich pügeln? Willst du dich pügeln? Willst du dich pügeln? Willst du dich pügeln? Mit wem? Mit wem? Lena! Ah, du kriegst nur 10 Dollar! Lena ist meine Oma, du dumm Kopf! Lachen! Oh! Oha! Junge! Ich habe Scharingan, Alter! Was willst du von mir? Aua! Hau! Arschloch! Genau! Der kickt auch eine! Jetzt rein! Lass den! Ich guck zu! Ich hab damit angefangen und ich guck einfach zu! Du! Hoa! Ufff! Wow! chợ der이� … Ah, Entschuldigung. Bam! 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 Aua! Komm, rauf weg zu humpeln, du Pallner! Spiel Pause! Spiel Pause! Okay, weitermachen! Okay, weitermachen! Ich schlag einfach zu! Komm dir in die... Bam! Bam! Komm hin! Oh! Bam! Hahaha! Junge, ich hasse! Ich bin so schlechter Runde! Aua! Ich will nicht mehr! Dummer Grund schon wieder! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Bo-Rage, ich bin so schlecht! Sockenbeere, danke für den Weezerb im 18. Und Dark Shadow, danke für den Prime im 21. Nixon, vielen lieben Dank für 1000 Bits! Febers, danke für den Weezerb im 34. 34. 34 Monate, schaue ich mir schon kreisend ab hier an! Klänge wie! Ist so! Die Neite, danke für den Prime im 20. Grüße! Weezerb, danke für den Weezerb im 32. Cry6, danke schon für den Prime im 7. Crime Time, danke für den Prime im 19. Brennt schon los, weiß nicht! Flora Trend, danke für den Prime 3. Nach 6-wöchiger Abstinenz endlich wieder dabei! Herzlich Willkommen zurück! Der Rentner, danke für den Prime 4. Ach, hatten wir, ne? Und Harry ist nicht okay! Ja, man kann nicht gucken, wer gewinnt! Ich kann die Kamera nicht vermeiden! Außerdem ist die Oma für die Wetten zuständig! Die kleine Katze! Pfff! Pfff! Mahlzeit! Eigentlich lohnt sich das gar nicht hier mehr peh zu gehen, jetzt nur für so'n Quatsch, ne? Rumstehen und bla bla bla. Aber ich glaub, das ist echt, ich guck mal! Ey, 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 nein! Okay. Seid ihr noch viele Leute? Ja, ja, klar, aber viele ist halt Dings, Weihnachtszeit und so. Und viele machen auch so mal ne RP-Pause, weil das, weil das gut ist. Sind aber nur alle da, hat keiner irgendwie was verlassen. Ja, aber ich muss dafür den Support und da beantragen für die Dings. Für die Modder. Bei den Modders muss ich da beantragen. Wichtig ist nur, dass man da den RP so spielt, dass man sich was besorgt. Wollte ich eigentlich heute machen, aber hab ich vergessen. Komm. Vielleicht mach ich das nachher noch. Ne, heute keine Geisterpumse. Soon. Silvester, weil natürlich wird Silvester nix los sein. Ja, süß! Boah! 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 Tinge-Päckchen! Ja! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Ja! Ja, ich bin schon sorghaft dafür, dass dir besser geht. Oh. Habt ihr die neuen Emotes schon gesehen? Den Dirk und den Ten. Ich versuch' hier gerade Leute anzurufen! ja pp wird noch mal überarbeitet für die die hat nicht mitbekommen es ist kein scheiß arzt ich habe mir letztes band angeguckt wie ein vater aber die spieler die spieler die spieler existiert im spiel nicht mehr die wird rausgenommen wenn die nicht gespielt wurde da war wohl mal irgendjemand der dafür ein konzept geschrieben hat hat die nie bespielt hat schmauß du liegst daneben fühlt ihr auch dass die neuen die maus viel besser aussehen hallo zum ja doch schon das war auch weihnachts um die weihnachtszeit herum wenn er nicht so geheilig da war ich mit johnny auch auf wahl am zacken ich wünsche einen guten tag hier am junkiepark legen drei leute und einer braucht medizinische hilfe weil es einen riesen stress um eine frau gab die jetzt weggerannt ist haben sie da eine einheit an junkiepark für so musst du dich bewerben du siehst du hast ja mehr ich reiche den konzept dafür ein aber anscheinend macht das keiner habe ich beim gespräch gestern auch aber ich glaube schuld ist einfach daran mit den unternehmen da noch keine twitter gibt aber wie willst du denn unternehmen oder die weckerei und so promoten mit mumm propaganda ist schwierig ich habe aufs maul bekommen ich bin immer wieder wie immer bt-center ich hoffe ich nicht jungen wir haben immer unter 5 minuten mila du hast mich geboten du hast mich geboten und danke für die wüste um 33 schatzi er du weißt du nicht schützen haben wir es machen ich weiß nichts was machst du ohne wir haben neue emotes du warst doch immer derjenige gesagt hat du kommst mal wieder hier du hast mich geboten verbietet die schnauze du hast mich geboten geboten die zeit ab du bist quasi je nachdem was im rp passiert ist bist du gerade bewusstlos wenn was ganz schlimmes passiert ist oder wie sind nach so einem kampf bist du einfach erschöpft du stehst dann wieder auf und fühlt sich nicht so gut geht der gut geht der mir geht auch wunderbar von der tiefer zu ändern der waffe du komm mal komm mal wieder packer das lena nix geber das ist dodgy mode wenn ich den deutsch vor dem stream kommt wieso von euch was mit der karte ist kippe rauchen ich hab's nicht verstanden was machten wir seufst du gerade nein ich sauf nicht ich bin das auch gut mit 10 minuten ja weil dein mann liegt hier im schlaf ja sagt dass die vermisst und liebe war alles aus meinem herzen drin raus was sagt dass ich die vermisst und die liebe aus meinem herzen heraus drin voll viel auch er vermisst und er hat dich lieb liebe aus dem herzen heraus drin auch mein umplatzmuschel ist geringst sagt dass ich wieder mit der zum berg will ich bin mit dir zum berg ich bin mit dir zum berg ich glaube ich habe mir den ohne gebrochen ich habe mir den gebrochen soll ich dir noch was ausrichten oder kommt der krank er braucht deine hilfe wer weiß das hier ist noch nicht komm schneller guck mal hier dein freund liegt im dreck du legst auf ich habe aufgelegt guck mal hier was machen die da hinten guck mal hier Aua. Manu, es gibt dieses Mädchen nicht, was der gesagt hat. Okay. Warum glaubst du dem, du? Äh. Rupp, ich komm ihm zu dir. Ich wurde verkloppt wegen dir. Warum wegen mir? Ich musste deine Ehre verteidigen, wie die Hamalis. Äh. Warte, ich bin Geisha. Okay, jetzt sieht's schon aus. Warum? Weil du irgendwas von Agne Nollen erzählst. Ich hab nur gesagt, was ist mit Lena? Kann ja auch deine Schwester sein. Deine Mutter ist Lena, die Bachweichung. Nein, die ist nicht Lena. Ulrike, von der Lippe. Nein, Gudrun. Hallo. Ich hab so Schmerzen. Oh. Stundenlang hab ich deine Ehre verteidigt. Oh. Ja. Er lag noch 10 Sekunden im Brett. Gar nicht mehr. Der Lutscher. Warum hast du ein Helmung? Oh, ich war gefahren. Bist du wie ein Nightwale, ne? Äh, ja. Kann ich mit auf dein Moped? Kannst du den Helm mit wieder aufziehen? Nein. Ne, das ist ein Arzt, kein Geheimdienst. Hallo, Mr. Mitzi Mal. Ein wunderschönen Kürtel ist. Hallo. Frohe Weihnachten. Ja, ebenso. Hallo, Mila. Hoffentlich hat Weihnachts mal ein dicker Geschenk für dich. Hallo, Mila. Für mich? Ja. So ein Styroskop oder so. Weiß ich nicht. Na, das hab ich. Oh, oh. Internet. Wo hast du denn Schmerzen? Alter Schwede. Ah. Am Kopf. Dann kriegst du auch mal ein Kühlpack von mir. Und die Ibu noch dazu. Ich hab voll eine Geschahle bekommen von Jufkel. Da hab ich voll eine gegeben. Bitteschön. Dann nimm mal die Tablette und das Kühlpack nicht dauerhaft draufhalten, ne? Nicht, dass du noch Gehirnfrost kriegst. Aua. Ich nimm mal lieber. Ansonsten läufst du mit so einem frostigen Kopf hier durchgegangen. Dann bleibt daran alles kleben. Beuteln. Tablette hab ich genommen. Sehr gut. Kriegst du nur ein Zepfchen? Nee. Mila, gib mir ein Zepfchen. Das darf Mila machen. Ihr bekommt doch ein bisschen Schnee ins Gesicht. Ich hab kein Zepfchen. Milos. Ich hab kein Zepfchen. Los, rein da. Kein Zepfchen. Rein in die Olga. Ich hab keins. Es gibt kein Zepfchen. Dann nimm irgendwas anderes. Hauptsache rein damit. Okay. Dann geht's wieder gut. Dann geht's wieder gut. Dann geht's wieder gut. Oh, ich hab das schnell. Ich muss erst in mein Hold of Steel. Haben die noch ein Niveau für mich? Vielleicht. Na klar. Ja. Die waren nur auf der Suche einer Joghurtbecher für ihr Kleinges. Die hatten es beide da gefunden, aber das hat sich für mich entschieden. Gar nicht. Stimmt nicht. Weil die zu kaputt aussah wie jemand. Ich bin da mal weiter. Tschüss, Mr. Milz. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Later, Bro. Man sieht sich. Ciao. Tschüss. Ich hab deine Ehren verteidigt wie einer von Yakuza. Ja. Du lagst am Boden. Von der Yakuza. Nur ich hab mich nur ausgeruht. Haha. Ja. Und außerdem hab ich Schnee gemacht. Hab dich voll Kaoga. Da siehst du meinen Schwanzabdruck. Haha. Das ist aber ein kleiner. Musst du ganz genau hinsehen. Da ist doch neben den Grashalm. Die Ropen kämpfen nicht gegeneinander, ne? Was hast du schon wieder mit deinen Haaren gemacht? Warum? Ach, ich hab die Zöpfe gepflechtet, ne? Ja. Hast du auch noch auf dem Rücken die? Nein. Oder hast du rausgemacht? Ich hab... War von hinten aus wie ein Korsett. Als die Klappe. Hahaha. Ich beiß dir deine Zunge raus. Machst du nicht. 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 Dann verstecke ich deine Binden und du kannst wieder Pampers anziehen. Ne. Doch. Ne. Was? Lass uns was erleben. Okay. Nicht so. Hör auf damit. Gleich geht's ins Auge. Okay. Sollen wir was machen? Was denn? Verbrechen reichen. Welches? Wollen wir jemanden schlagen? Schon wieder? Hm, Prügelei. Warte mal, du hast dich umgezogen, ne? Wo hast du meine Leggings denn getan? Äh, hab ich in Tasche. Ich bin Elefantschland elegant. In Tasche? Ja. Lass uns was machen. Was denn? Geh. Oh, das hast du doch ein Mal auf? Das sind die Junkie Parker Stadtmusikalen, wir haben echt keine Hobbys und keine Polen. Ich hab Durst mehr, ich muss noch mal zur Tanke. Was musst du? Nochmal zur Tanke, ich hab Durst. Kannst du mir was mitbringen? Ja, was willst du? Ich möchte gerne... Kannst du mir eine Zündkerze mitbringen? Mit rotem Faden? Eine Zündkerze mit... Ich schau mal, ja? Okay. Boah, ist die dumm. Ich haffe die. Warum sagst du sowas? Ich mein doch dich. Boah, warum sagst du sowas? Weil du hässlich bist. Dumm du? Ja, auch. Arbeitslos. Nee, das nicht. Nee, auch nicht. Du kriegst Leute befallen, du kämpfst nur gegen Schwächere. Ich arbeite. Stimmt. Deine Mütze ist an deinem Kopf gewachsen, weil du keine Schädeplatte hast. Nein. Genauso wie bei Crack. Lüg nicht. Guck. Guck. Ja, guck. Läuse. Ja, da, Läuse. Alles von Läuse. Nein. Na klar. So keine Haare, das sind Kolonien. Und ich arbeite. Hör auf zu lügen. Du stinkst außerdem. Nö. Deine Fingernägel sind lang und du hast das Dreck drunter. Stimmt nicht. M-m. Du hast keine Zähne. M-m. Und eigentlich gehörst du zu den... Das Tic Tac. Ja, die ist. Mach kein Zahmer, Tic Tac. Warum kriegt denn das Wasser ein? Hey, John. Was denn? Kennst du die neue Marke Raiders? Ja. Du bist doch so ein guter Schneider, oder? Boah, da gibt's ne Jacke im Internet, ne? M-m. Ja, aber die liefern nicht hierhin. Deswegen frage ich John, ob der die schneiden kann. M-m. Deine Meister. Mach doch mal. Ich rufe jetzt Leute. Leihers. Ja, gar nicht China im Port. Ja. Ich rufe jetzt an. Mach schon mal wieder. Aber ich arbeite. Ich arbeite bei Polizei. Ich habe Funkgerät. 10-4. Wer war denn nun im Aschenbecher? Ich hab hier Leute im Handy, ne? Aha. Bestimmt ne Frau mit schöner Stimme. Wer ist denn ein dicker Zeh? Haha. Franz Beckenbauer, freches Napaskind. Harry Hase. Helm von der Bike. Wer ist denn Helm von der Bike? Wer ist denn Helm von der Bike? Holy shit. Holy shit. Lack. Ach ja. Russland. Ist nicht da. Lack. Wo bist du? Lille Blumenloom. Lustig Kurti. Luke Skywalker. NB. Grof Pommes. Ob er will. Ob er will die Bonka. O'Brien. Cool. Ruby. Wer ist denn Ruby? Ruby Ruby Ruby. Schimmelzahn. CK. Okay. Stinkfuß. Wer ist denn Timo? Wer bist du? Ich hab keine Freunde. Okay, komm her. Hä? Hast du mir... Hast du mir was mitgebracht? Ja. Was denn? Also es ist vielleicht nicht ganz das, was du wolltest, aber wenn du das hier trinkst... Was das? Dann könnte das hier ganz ähnlich aussehen. Wenn ich das hier trinke, dann sieht das andere ähnlich aus. Mhm. Du hast mir ne Bratwurst gegeben, ich versteh den Witz nicht. Ja, aber den Vodka musst du doch vorher trinken. Und dann soll ich ne Wurst essen. Und dann könntest du sehen, dass die Wurst ähnlich aussieht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Was will jetzt bitte? Was? Soll ich die nicht essen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn du das mit dem Feuerding vorhattest... Wenn ich was vorhattest? Also nein, hey. Gibt das seine, sage ich immer. Und wenn das das deine ist, dann ist... Was bedeutet, erklär mir, wo sind unsere Freunde hin? Weiß nicht. Hast du schon wieder einen romantischen geplant? Nein. Warum sind wir denn alleine? Das ist eine gute Frage. Warum bin ich geil auf einmal? Ich verstehe nicht, das war Wodka. Und Bratwurst. Ja. Warum lachen sie? Ich lache gar nicht. Komm, wir rammeln, dann beschläg dein Helm. War das ein Ja? Dann sammelt sich Kondenswasser an deine Spindschutzscheibe. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich wärme mich schon mal auf. Warum nicht? Aber es ist Weihnachten. Jedes Mal Weihnachten. Einmal. Ach komm, dauert es eine zweite Sekunde. Du weißt, ich bin doch schon beim Auspacken fertig. Warum rennst du denn jetzt weg? Mila? Kriegst du keine Luft unter deinem Helm? Was? Ja. Was denn? Ja. Warum lachen sie? Ich glaube, ich weine. Warum? Ich finde, das ist nur... So ein... Ja, zieh die Ratze, du geiles Sau. Geht's dir gut? Jetzt ist es. Vielleicht solltest du den Helm abziehen. Ja. Dann kriegst du ein bisschen CO2. Ach du Scheiße. Helm, warum schubst du mich? Ich verstehe den Sinn jetzt nicht dahinter, ne? Gemein. Was denn? Du bist gemein. Warum? Weil du sagst, ach du Scheiße. Hast du nicht gesehen, der Pfaulner? Nee. Der hat einen riesen Schwanz auf die Straße gelaufen. Der war verkleidet. Auf was hast du zu dir genommen? Der geht zu dieser Cosplay-Convention. In das Southside. Beim T-Bone. Der geht zu diesem Cosplay-Convention-Ding. Zu dem Wave. Da sind wir nicht eingeladen. Kannst du mal die Hand vom Mund heilen, mein Hustes? Wo sind denn unsere Freunde hin? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du sie vertreten. Wenn wir Händchen halten. Lieber nicht. Warum nicht? Weil ich mir nie die Hände ruhe. Ja, auch. Und weshalb nur? Denn in der Öffentlichkeit. Schämst du dich für mich? Sondern? Ich bin schüchtern. Du bist schüchtern? Ja. Du kackst mal öffnen der Tür. Voll süß, wie du immer da sitzt mit deinem Raum-Raum-Spray. Gar nicht. Ich hab Foto gemacht. Das schenke ich dir zu Weihnachten in einem Bilderraum drin. Weil ich aufmerksam bin und voll süß. Du bist echt Fotogelen. Besonders auf dem Böttich. Du musst dich doch nicht schämen. Ich schäme mich auch gar nicht. Ich bin alt, was ist ich nicht. Na, Kass. Du, Olu, Kötzlachchen, du. Ich mach Kötzlachchen in deinen Nacken, du Schwanz. Facktsam. Facktsam. Wir sind gerade am flirten, Mann. Hier geht's richtig dirty zu. Bitte geh ich. Sprich laut, ich will zuhören. Okay. Was machst du meinen Nacken, Bitch? Oh, ich wollte nicht Bitch sagen. Das ist okay, manchmal ist das in Ordnung. Achso, Bitch. Ja, aber nicht immer. Okay, Bitch. Wie oft darf man das sagen? Wie oft hab ich den Freischaden? Bitch. Zweimal. Zweimal, ne? Ja. Okay, Bitch, Bitch. Mensch. Aua. Oh. Du Enger. Aua. Hör auf damit. Du hast dreimal zugehauen, nur einmal getroffen, obwohl ich mich nicht einzeln in der Mitte bewegt hab. Du Schwanzlutscher. Ich hab mein Bälle auf mich auf. Wo hast du denn nun einen Schlitten her? Warum raust du mir in die Fresse? Weil du hast einmal zwei, drei... Du hast gesagt, ich darf es zweimal sagen. Ja, aber du hattest schon zweimal gesagt. Was hat das denn Stimmenversagen? Nein. Nein, Stimmenverzerrer. Soll ich dir in den Hals gucken? Ich bin eine Zahnung. B, C, D, E, F, A, J, K, L, M, L, O, P. Ja, mach den Möbel dazu. Oh, X, Y, Z. Willst du auch mal sehen, ich schau mal. Ach, du Scheiße, was sind das denn... Oh, wie viel Schwarzreste sind denn da? Klappe. Die ganze Samenbank, Alter. Laber keinen Scheiß, Junge, deine Mutter ist nur Samenbank. Au, au. Ich läppel dir die Augen aus. Genau. Wackel, Fröding. Ja. Wir fesseln deine Mutter. Und dann dreht die aus wie eine Roulade. Geil. Das tut sie auch so schön. Genau. Wir haben gerade richtig sensib flirtet, bis ihr gekommen seid. Ja, ich... Ja. Bei uns geht es nämlich wild ab. Wild ab. Richtig. Ich schiebe ab. Du Arschwafel. Dann rennt die Mila immer los und sagt, Bruder, ich muss los. Falafel auch. Ja. Richtig. Manchmal ziehe ich ihre Kleine an. Dann machen wir einen Roulentausch. Manchmal auch meine Unterbräsche. Das stimmt nicht. Das stimmt wohl. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Wann hast du mich gesehen? Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Und was hat dich gesehen? Eine Unterbräsche. Ja, aber welche? Die Ping-Spitze? Ich sage das jetzt... Hallo. Was denn? Hi. Hi. Meinst du, die uns haben die Unterbräsche gesehen? Ja. Das stimmt. Schon. Nur die Zeitplan von ihren Muttern. Ich ziehe nicht deinen Unterbräscher ein. Warum nicht? Wie geht's? Wie steht's? Weil die mir nicht passt. Mir hat ein Apfelbobo. Ich habe also watermelon. Watermelon. Waka, waka, eh, oh, eh. Was machen wir, Holdo? Ja, mir, na, mir, na. Wir gehen tanzen. Lass ein paar Bretter verteilen. Ja, oder? Da riecht es einem von der Schwanz der Artikel. Ah, Malze. Warte, das war ein Front. Hast du deinen Naschuhl wieder? Was? Wo ist der Naschuhl wieder geholt von Jess? Wo ist er? Der hat den immer noch. Jess hat den immer noch. Oh, oh. Wo ist der Fan? Liegt er mit dem nackigen Bett? Ja, ja. Habt ihr wieder ganz nackt gebummst? Niemals. Klar, du schwitzt immer nur am Nacken. Wir haben uns zusammen besoffen. Warum? Und dann gebumm. Wir waren depressiv. Warum? Läuft nicht gut? Nein, einfach so. Das kam dann. Wir haben die Tocke. Soll Mila euch gleichgelein? Nein, wir haben uns die ganze Nacht in die Augen gestackt. Mila hat den ganzen Schrank. Hab ich gar nicht. Mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ach klar, Flaumen, Aprikose, Schokolade, Turnschuh, alles. Das ist ne coole Frucht, Alter. Turnschuh? Nein, Flaumen, Aprikose, Turnschuh, Frucht. Achso. Ja, 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 ja. Ich bin die Knapeln im Winterzeit. Echtig, echtig, echtig. Echtig, echtig. Wie schnell ist denn das? Nach sieben Minuten. Okay, dann gehen wir gleich hin und gehen den voll auf den Sack, okay? Bis er uns rausschmeißt. Ja, 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 ja. Mila, warum hast du schon mal da geschminkt? Warum nicht? Da sieht schon ein bisschen scheiße aus. Obwohl... Ja, ja, ist doch wild. Kann mich nicht erinnern, dass ich dich nach deiner Meinung gefragt habe, aber vielleicht habe ich auch wieder ein Blackout. Ich würde gerne ein T-Shirt reservieren. Und wenn du nächstes Mal mein Chuan zeichnest, dann nimm gefälligst drei Seiten. Dann steck mir den Knick unten. Ah, die Kamera. Ja, quitschfüftsch, Leute. Aber Originalgröße gemacht. Nein, why, Kiki? Hast du abgepauscht? Nein, quitschfüftsch. Quitschfüftsch, Leute, komm jetzt. Als ich am Schlafen war. Ang. Das war bald mein Schwanzgeschleuzer. Nein, wir kommen jetzt. Fünf Minuten. Was zeigst du uns, Brett? Ich mal heut Abend deinen Rücken an. Äh, ich glaube wohl nicht. Du? Wehtwurftsch, Leute. Nein. Du? Nein. Nein. Klapp. Aua! Blöde! Könis hat mich ge... Aua, warum sollst du mich? Dummer. Aua! Hallo, du hast eine ganze Zeit T-Fall, du Idiot. Hört auf! Nicht zu hauen! Ah, das tut gut. Nicht schon wieder Prügelei? Antigewalt. Dafür stehe ich mit meinen Namen. Das ist einfach nicht fair. Was ist nicht fair? Einfach nicht fair. Weißt du, ich habe dir ein Pony gekauft. Ein echtes Pony. Aber das bin ich wilde weg. Warum? Nach Ohio, Texas. Nein. Du hast es schützt. Nein. Doch. Du hast das Pony nicht verdient. Hab ich froh, ich gefunden. Ah, lecker. Bist du nicht. Du hast TK zu einmal gehauen. Morgen gibt es ein Fest. Wir essen das morgens, Pony. Äh, äh. Ui. Du? Ich falle nur im Regen. Im Prinzip war meine Tränen nicht. Willst du denn ein Pony? Ja. Ich habe es versteckt. Es heißt Rupert. Du willst dein Pony? Such es doch. Es ist aber ein kleines Pony. Irgendwo hat er das größte Pony der Welt. Er hat einen Neaturpony. Und du darfst das nicht essen, wie das Schwein damals, als du klein warst. Oh Mann, das ist... Piggy McPigotson will nicht vergessen. Ich... Das ist... Murder. Mila hatte damals, als sie klein war, True Story, ein Schwein. Das war ihr bester Punkt. Dann eines Tages war das Schwein weg. Und an diesem Tag gab es Schwein zu essen. Wir haben den einen vollen gegessen. Also ist Mila ein Kannibale? Sie hat ihm verdaut und hat Klötzchen gemacht. Oh, weia. Hm? Was? Überfahren ist was Feines. Sollen wir jetzt an Mila vorbeifahren und die mit Klötzchen abwerfen? Willst du dir in die Hand scheißen? Nee, so Holzklötzchen. Ach so. Ich meine was anderes. Ich weiß. Aber ich meine Holzklötzchen. Wir haben eh nichts zu tun, ist langweilig. Bahn oder gehen? Laufen. Ich fass zum Stuhl eigentlich nicht schlafen. Ah, tach. Scheiß Penner hier schon wieder. Laufen hier schon wieder? Laufen hier schon wieder? Cool ist schlimm, woher? Ui. Hallo, ich bin ein TK. Hallo, ich bin ein TK. Hi, ich bin ein Freddy. Hallo, ich bin ein Freddy. Bin? Ui. Talarun, dankeschön für den Prime in 5. Und Lucy, dankeschön für den Prime in 6. Leute, das sind Fallen nicht. Und Nixen, dankeschön nochmal für 1000 Bits. Und Andushu, dankeschön für 100 Bits. Und Barack Obama, dankeschön für den Prime in 3. Und hallo, was geht's? Oh, ja, wann sind wir eigentlich da? Brauchst du ein Beat? So, Junge, absolut nichts zu tun und keine Hobbys, Alter. Also. Ja, ja, PC rennt und schnurrt wie Kätzchen. Mal gucken, wie lang noch. Ich sag jetzt 2 Wochen. Hi. Quatsch mich nicht an, ich bin eine Prinzessin. Äh, brr. Ich dachte, wir machen jetzt einen Zugriff. War der Hase eigentlich mal wieder da? Lasst mal Shops machen. Jetzt können wir gleich bei Cody stehen. Geil. Aber bitte im Kreis. Das ist mir sehr wichtig. Das bleibt Mario. Schalt ist müde. Schalt ist es müde. Morgen. Viel zu tun. Viel Heity-Tighty. Was macht ihr denn morgen so? Geht ihr auch bei Familie Essen oder seid ihr allein zu Hause? Oh. Ja. Tinke Päckchen. Aber am M Plus konnte nicht schreiben. W.O.W. Ich stehe mit Saufen, Essen, Arbeit. Stimmung, Arbeit. Boah, alle Arbeit, Arbeit, ja. Ich mache nichts. Bei uns auch ganz, 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 ganz kleiner Familienkreis. Und vielleicht ein Gläschen guten Whisky morgen. Ein Woutschotty, ein Wout. Nee, bei Familie nicht im Kreis stehen, aber im Kreis sitzen. Boah. Ach, ein Glas. Warum rinst du einfach weg? Warum rinst du einfach weg? Weil ich mein Pony nicht bekomme und was macht mich tausend. Doch, du bekommst nur dein Pony. Ach ja? Na klar. Außerdem hast du über mein Pony schon gelesen. Was ist denn mit meiner Sonnenpille? Ich hatte rote Gläser. Ja. Und was bekomme ich zu Weihnachten von dir? Also, ich habe den Weihnachtsmann geschrieben, er soll dich überraschen. Was ist das denn für eine dumme Ausrede? Ja, wie jetzt? Es gibt kein Weihnachtsmann. Und was kriegst du? Karl, du darfst dir was wünschen von mir und du schreibst dem Weihnachtsmann? Oh, Mahlzeit. Mahlzeit. Natürlich, du hast mir ja nicht gesagt, was du dir wünschst. Ich habe doch gesagt, ich will zwei Liter Baumwasser. Hunger, Hunger, Hunger. Von dieser einen Tusse. Hast du gar nichts. Na klar, ich habe es mir gewünscht. Du hast mein Brief nicht gelesen. Ich, du hast ein Brief geschieden? Na klar. Echt immer mehr. Ich habe einen in den Brief gekriegt. Ich habe einen in den Brief gekriegt. Ich habe einen. Ich warte mal. Das ist jetzt mein Brief. Cody, du musst uns heute ertragen. Wir haben absolut keine Hobbys und keine Pfeuern und Langeweil. Ja, es ist keiner da. Und jetzt muss ich, als Dank darf ich euch ertragen. Ich habe mich heute so lange nerven. Keine Sorge, morgen bin ich Skiurlaub. Rein in die Schuze. Morgen fliegen wir im Skiurlaub. Tag. Ja. Das heißt, heute noch einmal euch ertragen und dann bin ich euch erst mal ein paar Tage los. Ja. Ja. Okay. Außer du schläfst mit Teekan. Dann hast du Sackläuseln. Scheiß wirst du nie los. Naja, der wird sich immer wieder. Kommt immer wieder. Also ich habe, bis Mila habe ich ja alle Bestellungen aufgenommen. Dann du kannst die beiden rechts von Mila machen. Ja. E-Baken 333. Ja. Ja. Nö, sechs Mal auf jeden Fall. Kannst du dir Weihnachtspudding? Weihnachtspudding? Du könntest ein Chikinaga-Eis mit Zimt kriegen. Habt ihr irgendwas Weihnachtliches? Oh, ich bin ein Chikinaga-Eis. Oh, Quak-Quak-Quak-Quak-Quak-Eis auch mit Zimt. Auch zusammen. Ich will alles mit Zimt. Ich will alles mit Zimt. Alles mit Zimt. Ja. Auch deine Twinkies und dein Vanillel-Shake. Auch meine Twinkies. Auch meine Nimm-Shake. Klack Gangster. Und Mila will einen ganzen Löffel voll mit Zimt haben. Ich nehme auch einen Löffel Zimt, so. Ja. Mila will einen ganzen Löffel Zimt. Ja. Wenn du das schaffst, das zu essen, ne? Dann bekommst du nur ein Million Dollar. Ein Million? Das schafft kein Mensch. Ich schon. Wette? Wette, doch. Ihr habt nix zu tun. Euch ist so langweilig, oder was? Ja. Er ruft Götter an und macht ein Asporend. Warte mal, wen soll mir... Ich hab keinen Namen verstanden, Bruder. Da muss ich aber kurz, Junge. Boah, ich wollte schon sagen. Was hast du denn verstanden, Nufi? Den Typen mit H und I. Der aus Europa. Der böse Kerl. Boah. Boah, ich wollte schon sagen, Alter. Wild. Der Logen? Der wer? Der Typen Town D. Aus Europa. Der alle angegriffen hatte. Damals. Im Zweiten Weltkrieg. Ah, Jut. Der Tollidot. Oh, wer? Der nur ein Ei hatte. Was, hast du verstanden? Ja. Man, du solltest deine Ohren waschen. Man hört, nur was man hören will. Soll ich reinspucken? Aber du kannst in deine Zunge reingehen. Okay. Okay, machen wir nachher. Hast du gerade eine Armebewegung? Ich will ein Tinkerpäckchen. Tinkerpäckchen. Ich will auch ein Tinkerpäckchen. Ich will ein Tinkerpäckchen. Ich will dein Tinkerpäckchen. Bitte, bitte. Einmal zum Mitten. Danke, danke. Wait. Einmal Chicken, einmal Pommes, einmal Twinkie, einmal Peach, einmal Vanille? Ich will ein Tinkerpäckchen. Der kleine Hunger wird zwischendurch, oder? Ich möchte einmal... Was? Ich möchte einmal... Ich will... Was willst du? Was willst du? Was gibt's? Ich will Tinkerpäckchen. Gut, dann mache ich das einmal fertig. Sonst darf ich was zu essen. Warum? Weil ich ein Tinkerpäckchen werde. Tinkerpäckchen? Tinkerpäckchen und Duftkerze. Zwei. Was ist das? Wie gut aus du bist da. Genau. Genau. Ich will Kakao. Das ist heute im gewöhnlichen Ort. Ich will Kakao ohne O. Kakao? Mit Marshmallows. Ohne O. Ohne O. Kakao ohne O. Ach, Kaka. Das ist für unser Niveau schon schrecklich. Sag, das kriegt ihr niemals hin. Ich hab die... Ja? Moves. Ich... Moves, Saka. Ich krieg das niemals hin. Ich bin voll geil, wenn dein Dekoté schwitzt. Ey. Tu es gar nicht. Halt die Kappe. Tinkerpäckchen. Ich hab nur ein bisschen gelölt. Du hast dich eingeölt? Ich hab gelölt. Du hast in dein Dekoté gelölt? Du hast dich eingelölt? Ja. Ja, aber wenn nicht, das mach ich auf den Schwanz gehauen, ne? Ich wollte doch nicht mehr so sexistisch sein. Mit einem Lineal. Cody? Ja? Machst du hier eine Toilette? Nein. Na klar, du stehst drin. Von Tyrese? Cody schwingt ein Tinkerpäckchen. Ich brauche mal ein Dixiko. Tinkerpäckchen? Tinkerpäckchen. Tinkerpäckchen. Also muss ich draußen kacken. Ja, einfach... Geh dem Schnee scheiß und verdeck das drüber. Dafür ist der Schnee gut. Ihr braucht mal ein Dixiko. Ja guck mal, ihr habt doch Langeweile. Guckt doch mal, ob ihr ein Dixi-Klo in der Stadt findet und schafft das her mit eurer Raupe. Was sagst du? Die Raupe kostet 10.000 die Stunde. Die ist vom Architektum. Was? Was macht er denn? Der müsste kacken und nicht kotzen. Eine Stange Leben auf dem Rücken drücken. Guck mal, Beatrice. Der aller Schlaueste, den es gibt, der kackt direkt vorm Fenster. Man kann ihm sozusagen beim Kacken zugucken. Ich sehe den. So ein Guck. Geil. Sie kann den Dreck gucken. Ihr seid so widerlich. Wer checkt den Eingang aus? Gleich applaudieren die. Scheiß Junkie-Puck, alles Kriminellen. Ihr müsst es anfeuern. Verdammte, fuck Mother. Was macht der da? Du weißt nicht, ich glaube, der tötet irgendwas. Kriegt den Schmutz nicht von der Scheibe. Das ist der Beatty. Ach, das ist Beatty. Ja, ja. Der ist fertig. Hast du für mich auch was bestellt, Mila? Du hast ein Routenmenü, meinst. Du hast doch gerade bestellt. Ich wollte aber kein Routenmenü. Was willst du da? Wir wollen kein Routenmenü. Ich bin ein Junkie-Park-Teller. Mir zerbricken. Geh es nicht. Geh es nicht. Junkie-Park ist hier nicht willkommen. uraugel. Geh es mal. Ballzeit. Ballzeit. Dieser gestank. Dieser stinkt nicht. Atme du mal in deine Hand, dann weißt du, du stinkt. Hatte jemand von euch noch der Bestellkunde gefunden? Der Junkie-Pa. Also alle bestellt, nimm das zurück. Ich will ein Zingepäckchen. Wo ist meine Bestellung jetzt? Robert! So, du hast es bestellt, ne? Ja. Dann kommen sie mal. Was bekomme ich jetzt zum Weihnachten? Auf jeden Fall kein Badewasser von der alten. Warum nicht? Ich hab was viel besseres für dich. Dann gehör dein Ponyhof zu her von mir. Warum? Ja, weil du mir nix schenkst. Ich schenk dir was, aber kein Badewasser von der alten. Aber Badewasser von Lena. Kürtest du nix die Rechnung? Ich zahl nicht. Jufke zahlt heute. Er zahlt nicht, hat er gesagt. Dann geben sie mal die Rechnung daher. Jufke zahlt heute. Ich weiß noch wie es ist. Ah, ich hab Bauschmerzen. Aua, 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 meine Bauschmerzen. Ich hab mein Portemonnaie vergessen. Mach Deckel, mach Deckel bei dir. Weiß ich bescheid. Ja, mach Deckel. Auf Kürtis. Das ist ja widerlich. Klapp auf Kürtis Deckel. Die Hand waschen da vorne. Kürtis, Essen. Essen fast. Ja, Mama. Du. Versteht. Bei deinem Lieblings-Burger-Brater. Was denn? Hä? Aber nur sie? Warum packst du mir meine Jacke? Hallo? Ich steck dir das Essen da rein. Hier. Achso, weil ich nur klein bin, ne? Guck mal da. Einmal Milchshake, da einmal Trinky und der Eistee schon mal. Sei froh, dass die Pommes noch nicht fertig sind. Pomme. Wenn die Pommes noch nicht fertig sind, was hat mir dann der Dunjo gegeben? Ist die Pizza. Ja, klar. Nicht bewegen, okay? Es ist nur ein bisschen kalt. Hat schon Angst. Ja. Okay. Können Sie bitte... Jeder, was ist denn mit deiner musikalischen Karriere? Kannst du dir was vorspielen? So? Weihnachtssum oder so? Nicht auf das Brackett-Spruch. Ja, 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 ja. Oh, die geile Ahnung. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das. All die Hats, ne? Oh, hier ist das. 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 Also, meine ich. Und äh... Krasse Karte Pizza. Ja. Mike Drop, glaube ich. Ich gebe den Beat. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist nicht Karte. Ich habe Pizza. Nein! Ich muss wirklich raus. Jungen, Alter. Verpiss dich, das klingt ja richtig. Boah, da explodiert meinen Kopf, Junge. Und die wieder ihre 5 Minuten Langeweile haben. Oh, ja. Und von denen kriegt man Brettchen. Hahaha. Er ist wieder da. Er ist zurück. Wer? Den National School? Ja. Wo denn? Hast du ihn gerade verpasst. Wo ist denn der hin? Er ist weitergeflogen. Wo denn? Nein. Haben du kein Handy? Leider nicht. Dumm. Er hat nur Bluetooth. Lamm schwul. Aschlo. Vielleicht bin ich ein cooles Geschenk für den Körper auf. Hast du noch kein Weihnachtsgeschenk für den Körper? Nö, hat ihn nicht. Brrr, brrr, brrr. So spät schon, ne? Was krieg ich vom Weihnachtsmann? Penny? Sein Schwanz will es ja. Ich will ne MP. Ich habe gerade, es gibt frische Weihnachtspullis im Klamottenladen. Was gibt es? Frische Weihnachtspullis im Klamottenladen. Ja, die passen dem nicht. Ja, passen mir nicht. Der ist zu fett. Die sind zu klein. Da guckt mein Buch und dann bin ich raus. Ja. Und dann wird Mina geil und dann komme ich nicht raus in die ganze Dickerei. Das ist gar nicht. Was? Es gibt Leute, die würden sich darüber freuen, Curtis. Du bist witzig. Du bist witzig. Du bist witzig. Pommes! Pommes, okay. Sie haben mich angerufen, der Herr. Ja, ganz genau. Ähm, folgendes. Kann ich bei euch die Bestellung an Kniften erweitern? Ja, der hat sich nur nicht gemeldet, ne? Aber dann kann ich das nochmal erweitern, ne? Ja, ja, klar. Ich hätte dazu nämlich gerne noch, äh... Um ehrlich zu sein, habe ich schon wieder vergessen, was ihr bestellt habt. Wir haben bestellt... Ich weiß nicht mal, was wir wollen. Ich weiß nicht mal, was wir wollen. Scorpion, Usi, zwei Revolver. Ich würde da gerne auch eine Scorpion mit dazu packen. Wenn das nicht mal, du sagst bescheiden, dann sagst du mir das nochmal. Weiß gleich, dann machen wir das mal. Bei Codys geht übrigens voll die Post ab, riesen Event und so, ne? Ah, jutt, 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 jutt. Na gut. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Codys, Taschen auf. Toll! Pommes links oder rechts? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Ja, dann hab ich Arschburger, das ist ne Krankheit. Das gefällt dir Milar bestimmt auch. Das hilft vielleicht auch, dass du in der Bude bleibst. Hast du mir die Pommes in den Jakt getan? Ja. Soll ich noch ein bisschen Mayo drauf machen? Okay. Aber nicht alles auf einmal. Dann schierst du dich. Kann mir jemand in den Kopf schießen? Äh, 585 Dollar bitte, Curtis. Danke, wo bleibt man essen? Okay. Natürlich ein E-Baken-333, du dreckiger Lügner. Sehr. Du solltest mich fragen, du. Ich danke dir. Aber ihr könnt wirklich ein Dixi-Klo für uns besorgen. Was? Ich verstehe keinen Wohl. Na hör mal, das geht um die Schwelle beim Chef. Ein Dixi-Klo? Ja, wenn ihr... Mit der Raupe? Ja. Was zahlst du? Die steht da eh nur rum. Ja, aber ich bezahle für die Raupe beim Architekten. Ich habe dir auch nur geliehen. Spritkosten teuer. Verschleiß teuer. Ja, schreib mir ein Angebot. Oder mach mir ein Angebot. Kosten für einen Schlag? Ja, so richtig. So mit Steuer und sowas. 200 Dollar. Plus 200 Dollar Trinkgeld. Mhm. Und willst du das Dixi-Klo-Schein? Ja, keine Ahnung. Das ist die Aufgabe. Ja. Das sind die Dixi-Klo-Schein. Eine Baustelle bestimmt. Zum Beispiel oder am Dixi-Klo-Vallee oder so. Okay, ich besorge dir gleich eins. Teil der Pool. Hallo Jonathan. Hallo. Wir sind im Coldies. Ja. Komm so her. Hey, ich habe eine Frage. Ja, stell deine Frage. Willst du jetzt gleich Feuerwerk sehen? Feuerwerk? Oh. Aber mit scharfen Waffen. Wo denn? Hm. Das sage ich dir dann, wenn das passiert. Willst du es sehen? Ist du auch okay? Ja. Okay, dann muss ich mich abholen. Aber okay, dann muss ich viel Sitzung holen. Aber Jufk ist noch hier, TK ist hier, Biti, Mila. Ja, aber wenn die aussehen wollen, dann müssen die einfach folgen. Okay, ich rufe den TK an und sage, der soll nur einen Viersitzer besorgen. Herr, komm damit. Schick den nach Hause. Der TK ist doch bei dir, oder? Ja, aber wenn ich jetzt dahin gehe und sage, komm, einen Viersitzer und bla, dann fangen die an, dann her in Behöhlen und bla bla. Aber der TK kann doch kurz losfahren, oder? Okay, ich sage dem Bescheid. Da wird jemand von der Verabendung gelb. Und bekommst du eine Koldis dann, ne? Loser. Ja, ja. Okay, bis gleich. Hey, was ist das? Ja, ich habe Telefon wieder auf beide Ohren gemacht, aber vorher nur auf rechts. Hey, was willst du? TK, du musst nach Hause einen Viersitzer holen und wieder zu Koldis kommen. Wir gehen gleich Feuerweg gucken. Irgendwo wird gebrettert. Und Juni kommt auch mit Viersitzer. Hey, F***er, fahrt mich mal. Oh, hallo. 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 Aber du bist hier scheißiger. Du bist aus der Helle. Mila, man hört sich im ganzen Land. Ja? Demba. Demba, warum sagst du keinem Hallo? Hallo. Hi. Hallo, Demba. Hey. Ghostbusters. Bist du schlecht drauf? Nein. Ich seh dich nicht. Bin geschafft. Ghostbusters. Geboren? Auch neu. Ghostbusters. Warst du mit dem Nachtschicht dabei? Ja. Ja, das ist ein Verlust. Ja, das ist ein Verlust. Ja. Bitteschön. Das ist schön. Ich danke. Sag, der will ja Wehrlos ist verkloppt. Die haben es versucht. Scheiß kriminell. Die haben es versucht. Oh, hoppala, das ist eine falsche. Du kommst zu spät, du Loser. Wehren. Was soll ich machen? Wehren? Ja. Hast du zurückgewehrt? Hast du Upgewehrt? Nein. Lass das Auto in Ruhe. Warum? Warum tippst du das? Na super, da haben wir nicht den Salat. Das ist neu. Ui, 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 ui. Ich hab schon gerufen. Warum hast du das Auto getreten? Warum hast du das gemacht? Ja, erklär dich. Boah, hältst du jetzt zu dem? Gib mir an, ich auf den Nerven. Ey, was willst du denn jetzt? Aschlo. Wir gehen jetzt gleich Feuerwerk gucken, ne? Ja, ich hab schon gerufen. Boah, Feuerwerk. Wo Feuerwerk? Weiß, wissen wir nicht. Juni weiß nur. Juni weiß nur. Und keiner sagt was. Wir fallen einfach mit. Ja, sag mir. Warum weiß Juni? Weil der ist allwissende. Ibrahim Ibrahimovic. Oh. Gute Spieler, Diesel. Warum hast du Mötze? Wenn wir jetzt einfach weggehen, müssen wir nicht bezahlen. Ich hab bezahlt. Miri Chrysler. Miri Chrysler. Miri Chrysler. Miri Chrysler. Miri Chrysler. Miri Chrysler. Ich fahr den Jugola nicht. Den Jugola dürfen auch nur Raupe fallen. Ja. Miri Chrysler. Miri Chrysler. ich bin gefährlichste von uns allen ich würde mir nicht mehr selber zugucken der andere Milla hat da so ne VHS. Wovon? Kennt ihr den Horror für den VHS? Ja. Oh, der muss ich wieder gucken. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Der war echt schlecht, aber der war auch gut. Ey, dieser eine mit diesem weiten Grinsen, war das nicht auch da? Boah, die eine? Und den riesigen Augen? Die Vampirfrau? Ich weiß nicht. Boah, ich hab immer noch Albträume von der Show. Ich glaub schon. Ich hab kurze Frage, das war das schlimmste Horror für den VHS, den wir schon mal gesehen haben. So, das kennt einer die Nummer 555. Das ist cool. 1, 1, 1, 2, 5, 6, 1, 2. Ich hab gespeichert, als mir doch egal. Kann man ja sagen, wer das war? Ich weiß, wer das ist. Der Weihnachtsmann. Ich hab mir doch egal gespeichert auch. Ja, ist mir doch egal. Was sollte man da an? Frag nach. Besetzt. Johnny, wann gehen wir Knaller gucken? Ja, jetzt gleich, die machen sich schon ready. Aber was soll ich machen? Wer denn? Schopps machen. Schopps machen. Okay. Wenn wir gucken, Feuerwehr. Pamela. Arschloch. Ich hab nichts gemacht. Was war eh? Denkt er schon wieder an? Johnny, brauchen wir Popcorn, erste Reihe. Wenn die in meine Richtung schießen, dann wäre ich nicht. Dann fahr da nicht hin. Geh, nichts machst du. Okay. Genau. Wir bleiben auf Distanz. Dummes Arschloch. Mit aufreichend Distanz. Mit aufreichend Distanz. Wir rechnen uns später in der Nacht schicken, Mann Schwarz. Freut ihr euch schon um Weihnachten? Ja. Why? Wir bekommen endlich wieder ein neues Wesen. Ich bin mein Einhorn. Ich bin endlich meinen großen Schwanz. Ich hab dann... Da vorne läuft ein Hase. Da vorne läuft ein Hase. Wo ist ein Hase? Da vorne läuft ein Hase. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wie ihr den haut wieder an an den Hund. Das hat ne fette Kuh, Alter. Oh oh. Oh oh. Das ist ein Hase. Oh oh. Der hat keinen Schwanz mehr. Mila, das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Die furzt und dann geht ihr weg. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ui. Der Wichser kommt hier nur zum Kicken her. Das ist aber ein großer Hasel, ne? Doofer Hund. Das war ein fetter Mord. Ja. Ich kann nix sehen. Ach das. Dann dreh dich mal um. Habt ihr mich gesehen? Habt ihr was gesehen? Dreh dich um, Curtis. Warum furzt du und gehst weg? Ich bin gefogen. Hä, ich hab nicht gefurzt. Es war der Hund. Klar. Alles auf den Hund steht. Schieben. Ey, nun reicht es aber. Also irgendwann ist auch mal Sinn. Ey, du bist so ein Schwanz, du Charles. Ohne Scheiß, das hält einfach nur die Hütze. Auf geht's. Auf meinem Thron. Fahrt mich, Lakaien. Fahren wir los? Wohin fahren wir? Wohin fahren wir? Wohin fahren wir? Oh, was ist das denn? Das ist mein Schwanz. Wohin fahren wir los? Oh, oh, oh. Aua. Gib dem wieder her, das ist abgefallen. Das war's. Der zoffelt noch. Uhu klebt nicht. Uhu. Uhu fatterfix. Helpfix. Warum bin ich so sexistisch? Hure. Hure. Angeboren. Das ist geboren, ne? Ja. Geboren. Geboren, Hure. Aber nicht schlimm, jemand kann dich helfen. Du kannst mich retten. Ja, ich muss dir nur die Zunge abschneiden. Verdammt, ich hab die Axt nicht dabei. Trägst du die dann mit einer Kette um den Hals? Ja. Lutscht du trotzdem noch einen Daumen? Hä? Lutscht du trotzdem noch einen Daumen? Ja. Ich hab auch kein Fingernagel mehr am Daumen. Hallo? Hallo? Da kommt Mama. Stinkfuß. Hallo? 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 War das alles klar bei dir? Ja, morgens Weihnachten. Ja, stimmt. Ich hab schon den Weihnachtsmann gesehen. Ich hab dich angerufen, ne? Ja, warum? Ich hab ne medizinische Frage. Ja, was ist denn für eine? Mila hat Frostbeule am Rücken. Ja? Kann ich da mit ner Nagel reinstechen? Nein, bitte nicht. Aber ich will an das Eis kommen. Ich brauch das für mein Kalprinja. Nee, das ist... Nee, da kommt kein Eis raus, glaub mir. Was kommt denn da raus? So ne eklige Mischung aus Blut und Eiter und anderen Körperflüssigkeiten. Blut und Eiter. Oh, okay. Und Sekret. Und Sperma. Dann stech ich da rein und dann lutsch ich da drauf. Und Sperma. Hey, nein, bitte nicht. Mila, mach mal deinen Jack auf. Boah, ich weiß genau, dass du für dich fragst. Das ist genauso wie die Front, mein Freund. Kannst du dir das mal angucken, ihren Körper? Ähm, ja sicher. Wir sind der Coldies. Ja, ich komm noch gleich hin. Die sollen vier sich zusammen mitbringen. Bis gleich. Bis gleich. Mila hat eine Ärztin kommt, die guckt sich deinen Körper an. Ja. Und die soll aufpassen, dass ich sie nicht besser angucke. Wie heißt sie, Elena? Das ist die Jess. Die Jess? Ach, die das. Das ist doch deine Freundin. Mhm. Ach, die lebt noch. Ey, Jess hast du mit zweit noch, Elena. Geht los, geht los, geht los. Oh, schnell, Bohillen. Oh nein, wohin? Ich fahr mit der Mülltonne. Los, los, los. Sprit ist alle. Jemand muss mich mitnehmen. Du bist mein Cousin, ich fahr bei dir. Ja. Fahr einfach nur Juni und Juni zahlen hinterher. Wenn ich da hinterher komm. Ja, sag mir. Oh. Wo fahren wir hin? Johnny hinterher. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab SUV. Oh, seit wann haben wir die Ärger? Ja, hier ist das. Oh, shit. Was? Ja, das hat sich ja gelohnt mit dem Auto. Der hat uns geloogt. Ah, ah. Wer hat denn Ärger hier? Die Hardys und die Body Force. Warum das denn? Keine Ahnung. Boah, die Hardys fahren jetzt los hin. Aber das ist doch keiner. Zu. Die sind auf den Dächern und so weiter. Ui. Aber die haben doch Ärger mit den Dings, mit den anderen da. Mila, fang mich. War klar. Welche Stemper hättest du gefangen? Oh. Oh. Hör ich doch schon Knatter rein. Mann. Das ist so ein Schmerz. Da kann man auch richtig viel sehen. Mila, stell mich vor dir, okay? Ich bin ein bisschen rum. Oh, da ist ein Sandwurm. Ich glaube, ich rufe die Polizei. Schnellfeuer bei, ne? Wo ist Neues? Alter, du hast Schnellfeuer bei, ne? Ich kann nichts hören. Du quatschst zu viel. Alter, Schnellfeuer bei, ne? Halt die Frasse! Also macht der Sandwurm am Dach? Ich rufe die Polizei. Ey, Biti. Biti. Was? Wo ist Neues? Schnauze. Wie ist die Nummer von der Polizei? Hab schon. Hallo, Mr. Priester. Mal Hilfe. Schnell, 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 schnell. Wo? Gegenüber von der GURF-Tankstelle in diesem komischen Teufel. Da ist ne ganz dicke Schießerei. Ja, ich danke Ihnen. Aktuell keine Freiheit zur Verfügung. Wir werden uns um kümmern, sobald möglich, ja? Okay, ich schreib mir alles auf, was du schossen hast. Ja, danke. Schoes. Wir haben keine freien Einheiten. Ich rufe den Risa an, dann nervt sein Handy. Könntest man süße, ne? Boah, hier gibt's dicke Schießerei. Ich weiß. Oh fuck. Geht's dir gut? Ja, ja, ja. Mach mir Live-Berichterstattung. Ja, pfff. Ich hab, ich bin in die Portiforot reingefahren. Da lag einer rechts oben auf dem Dach. Ich weiß, dass die ein paar mehr sind. Ja? Also, gib mir darauf hinaus, dass die halt auf dem Dach rumgepüppelt haben. Ich schiebe dir das sicherlich runterkommen. Hätte hier mit dem Brett, ja, hat sich nix gerührt. Also haben wir gesagt, hier, der ist auf dem Dach, schickricht ein Brett. Und jetzt, was machst du grad? Ja, jetzt renne ich gerade rum. Da, ich seh jemanden. Aber ich sag dir nicht wo. Weil du, wir kuscheln nicht. Ne. Ja, keine Ahnung, Digga, was ist hier ein Film? Warum habt ihr Ärger mit denen? Ja, Achtung, äh, hä? Ne. Uli, da kommen drei Autos reingefahren. So, zack. So, die haben wir auch. Versteher, guck, versteher. Ich bin gerade live mit Whis am Telefon. Ja. Gut, dann alle in die Autos. Was geht da denn ab? Alle in die Autos. Alle in die Autos. Alle in die Autos geht das weiter. Da kommt nimm. Dieser Reiz. Oh, da kommt ein Kops. Alle in die Autos, Freunde. Nein, das ist kein Polizeihelikopter. Das ist Weasel-News. Alle in die Autos. Jeder in ihr Auto. Jeder in das Auto, wo er herkam. Ja gut, dann frohes Neues, ne? Tschau. Mach auch. Merry Chrysler. Weiter geht's. Merry Chrysler. Merry Chrysler. Jux, alle in die Autos. Unser Auto ist doch nicht voll. Stopp. Wir sind nur Reservebank. Warum bist du so außer Atem? Bist du nervös? Digger, weil ich gerade bei der Reihe hatte. Wovon redest du? Ich bin mit Rhys am Telefon. Der ist gerade vor Ort live. Mach der Atem-Übungen. Ich hab gerade versucht nen Move zu machen. Aber hat nicht ganz funktioniert. Hier fehlen zwei. Nee, gut. Alle Autos sind da. Mach der Atem-Übungen. Ich find das nicht gut, dass hier immer nur schießt, ne? Ich weiß nicht, was du schießt, ne? Ja, ich weiß nicht, was du schießt. Ich habe mich nicht vollkürt. Das ist jetzt das erste Mal seit zwei Wochen in die Autos. Das ist wieder geschossen. Oder drei, vier Wochen sogar. Was sagst du, Juni? Warum haben die Stress? Warum haben Juni Falk, warum ich Stress hab? Weil die gestern Abend frech zu Mike waren. Die waren gestern frech zu Mike. Und dann wollte ich hinfahren und das für den klären. Dann wollte ich hinfahren und das für den klären. Und der Spot hat gesagt, sie schneidet auf den Dächern rumgammelt. Und der Spot hat gesagt, dass die alle auf den Dächern rumgammeln. Bin ich reingefahren. Dann hat sie reingefahren. Und hab schon rechts eingesehen. Dann hat er rechts eingesehen. Wunder von den Dächern, sonst knallt das. Keine Reaktion. Dann hat er gesagt, komm von den Dächern und uns aufs Dach geschenkt. Keine Reaktion. Dann hat er den Weihnachtsmann auf dem Dach geschenkt. Hat er von drei runtergezählt. Und dann hat irgendjemand irgendeinen einen runtergeholt. Na ja. Und Freunde, die Leute, die Medics kommen. Aber er hat hoffentlich angezählt. Ja. Zieht euch um. Zieht euch um. Zieht euch um. Und wie gesagt, Jungs. Wer von uns ist verletzt, der kommt mal hier zur Seite bitte. Alle mal zur Seite. Ist scheißegal. Das sind ja doch einige. Ich spür das. Hier zieht euch um. Und dann fahren wir hoch nach Paleto. Hier zieht euch um. Und dann fahren wir hoch nach Paleto. Ach, Curtis hat die Backen, Junge. Ach, Curtis hat die Backen, Junge. Was? Die Leute, die hier gerade am Verbluten sind, ne? Die Leute, die hier gerade am Verbluten sind, ne? Ja. Nimmt euch. Nimmt euch. Nimmt euch. Nimmt euch. Digga Curtis, kannst du bitte aufhören, alles nachzublabbern, was ich sage. Digga Curtis, kannst du bitte aufhören, alles nachzuplabbern? Meri Kressler. Ich hab's halt aufgelegt. Meri Kressler. Meri Kressler. Ja, dann können wir wieder abhauen. Okay. So gut. Wahnsinn. Was hat der? Wow. Ich dachte jetzt zweite Bataillon rein. Das war ja Wahnsinn. Johnny, ich hab die Bullen gerufen, ne? Hör mal. Bin enttäuscht. Nein, du musst fahren. Wer fährt denn jetzt? Mein Preisler. Mila, magst du mich noch? Mila. Das war ich halt. Mila. Das ist auch dein Auto, du Troll. Kein Pony. Redet Mila nicht mehr mit mir. Wer ist Mila? Mila? Hallo? Ich rede doch. Magst du mich nicht mehr? Hör doch. Können wir Händchen halten? Okay. Geil. Ich fühle mich geliebt. Das ist natürlich ein ganz heftiger Grund, ne? Jemand hat meinen Freund beleidigt und dann gehen wir hin und schießen. Oh, bitte fährt hier heute jemand durch die Straße, den jagt ich direkt durch die ganze Stadt. Warum? Ja. Hiki? Because of you. Ey. Ups. Die Jadis haben gerade gegen die 44's gebretzelt. Oje, wieso das? Keine Ahnung, weil da irgendwie... Da war Schlepp. Mike war mal da oder so. War mal nicht frech zu dem. Und... Wollte das mit denen klären. Hat gesagt, kommt runter von den Dächern. Sind nicht runter gegangen. Und jetzt sind die da rein oder so. Keine Ahnung. Shops machen. Shops machen. Shops machen. Shops machen. Shops machen. Ja, wir müssen jetzt erst mal ein paar Autos aus der Verwahrstelle holen. Shops machen. Shops machen. Achso, ja. Ich komm mit. Jut, bis gleich. Können Sie mal bitte von meinem Gefährt runter gehen? Okay. Entschuldigung, tut mir leid. Ja. Nächstes Mal packen. Auch Geheimspacken. Was? Motorrad. Achso, ja. Wo ist dein Geheimsport? Dahinten. Da hinten. Kann Joe Night Rider sein? Ja. Ja. Aber du baust ein Bike. Ich besorge mir ein Bike. Okay. Das gleiche wie wir. Fahrbau. Was für ein Bike? Schwarzes Bike? Nein. Sonnein? Schwarze Orange. Und mit gelbem Sonnengelb Helper. Okay, ich komm. Ich kaufe mir kurz ein. Was denn für ein Bike? Hast du gedacht, Flashbang? Alles, danke für den Prime im vierten. Und schon. Und schon. Ja. Hakucho, ne? Ja. Gesundheit. Nein, Hakucho. Deck. Gesundheit. Hakucho Deck. Sollst du holen. Ja. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Gutsch. Ibeam, danke für den Resub im vierten mit Prime. Taleron. Hatten wir schon. Was geht bei dir, Rössler? Du bist nie mehr Pay, Junge. Wir haben Stränge. Die müssen fortgeführt werden. Schande. Ich habe keine Ahnung, wo die Hakucho her haben, Alter. Frag mich nicht. Wir haben, glaube ich, 100 Autos oder so. Bla, bla. Bla, bla. Dankeschön für die zwei Giftzapfen. An Drugbear und Mentopsi. Ich kann gerade nicht. Jaja. Ich melde dich in eine Suppenküche wegen AP-Flug. Seit wann eigentlich Poolhaus, Lutscher? Heißt du allgemein bekannt? Seit ich bei Stay im Poolhaus wohne. Seitdem Karl weggezogen ist. Ist auch nichts Aufregendes. Es sind nur 4000 Quadratmeter. Ohne Garten. Wer putzt das? Keiner. Ich habe Elektro-Roboter. Was? Du bist, sieh. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ja, schon übelst lange her bin. Ich musste auf achtmal, als ich ausgeparkt habe, meine Karre und Stölding und der Wurla. Man kann irgendwo durchparken. Du bist raus. Warum? Nee, das geht gar nicht. Sag das gut schon. Aber ich will mitmachen. Aber damit gehörst du nicht dazu. Also schließt du mich aus, ja? Ha, Außenseiter. Da kann man ja nicht mal zu zweit aufsitzen. Kann wohl. Du schon. Siehst du, geile Sau, komm. Wir reiden durch die Neid. Warte, warte, wer steht. Warte. Nein, zeig dir, was ich drauf habe. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hang on. Warum lachst du? Das ist süß. Ich bin der richtige Right-Night-Right-Sider. Der Right-Sider. Oh nein! Ja! Äh, ja. Oh nein! Beleid! Oh nein! Ja! Ja! Du bist der ist weg. wir machen jetzt was das kann das ist nur nightrider sich trauen okay halt ich gut fest ich halte mich gut okay halt ja mein arsch fest okay das trauen sich nur nightrider nur nightrider und das gegenverkehr das trauen sich auch nur nightrider ich halte mich gut fest jetzt geht's ab jetzt noch mal noch mal noch mal schnell weg die bekommen uns nicht niemals nie abkürzung keine bekommen du bist voll die abkürzung ich sag doch spiel nightrider abkürzung und wie lange bist du schon nightrider schon seit mein lebensdorf wow du bist so erfolgreich haha warte bett ich glaub nicht oder was denn komm ich zieh mich kurz um du wer seid ihr denn wir sind die nightrider klicken habt ihr den neu gekauft aber ich dachte schon weil jetzt ein von mir kriegen können deiner will keiner dein sattel stinkt nach scheiße aber nur weil ich mit kutte drauf saß wo ist der ma ähm bursch pibi machen boah das fülle das geile profil in seinem reif ups ich glaub seine maschine ist umgefallen echt ich hab so ein licht und ne hupe ja ich will dass du dich an meinem arsch festhalten ich will mich an deinem büsten festhalten was wird so und dann will ich meine haare im wind und ich träume okay geil ich kann keine banding ja bau 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 ha ha hui oh 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 hallo 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 grüß ich du hast angerufen hallo hallo ich hab vergessen was wollte ach so nö ob du über das business nagel gedacht hast äh ja schon aber ich muss das erst mit cookie noch bequatschen okay ich bin jetzt nightrider nightrider ich hab nen moped ey warum moped ich bin nightrider ui ja aber jeder zweite übersieht dich das stimmt nicht ja doch ich baller jetzt durch die stadt wenn ich dich gleich anfahren bin ich nicht schuld okay komm zum park was ist wo junkie park da können wir über business reden ja wie gesagt ich kann dir da noch nicht viel sagen aber ich kann vorbeikommen okay bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich ja bis gleich nix passiert nix passiert nix passiert okay alles klar da war ein eisberg und wir sind die titanic alles klar okay nix passiert jack 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 boah das war eine blamage ja das nimmt uns doch keine mehr voll peinlich verpeinlich außer wenn man meinen Schuhen drauf guckt nein ich hab zugemacht keine sorge ui 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 einfach nix auf die straße ja was rennst du auf die straße vorsicht nix nix stopp stopp nix nix böser buf buf nix ɡ ui no ui 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 s ui 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 w ui u Guck jetzt, zeig Mila! Ja? Ui! Oh, kein Trick! Brühle! Wir machen jetzt ein Drive-By, okay? Ein Drive-By! Da vorne bei die Loser! Aber nie! Ohne Knarre mit Duplo! Oh, okay! Ohne Knarre mit Duplo! Ja, ich hab doch keine Knarre! Doch! Ich hab keine Knarre! Na klar! Nee! Ja! Duplo! Ja! Komm! Kein Traum, nur den Felsack! Ich hab mit meiner Pistole gemacht! Kallen ist weg geworden! Ja, was für Früchser! Die sollten uns fürchten! Ja, fürchten! Fürchten! Komm mit! Komm mit! Oh, wo sind wir? Am Knallen! Die waschen mir immer unsere Wäsche! Am Knall! Am Knall! Wer avoirte timeframe auf! Hiiii! Hiiii! Ja! Pssstopp! War der Telefon! ja wo bist du bin komm jetzt wieder ja der russland steht hier oh stimmt hab schon wieder vergessen okay bist du ausgerutscht hast du bitte popcorn gegessen warte du hast vor vier minuten mit dem gerät und hast du schon vergessen könntest ja ich bin immer unterwegs ich bin ich habe ich meinen erster freundin küsst ich mag stuppi da drei 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 bei dem ich bin der king mit dem ding und dem ring jetzt kann das manöver guter tag gute tunings nur qualen jetzt fliegen wir alles gut und nicht gut alles voll benzin ich glaube der macht pang mila aua mila da läuft in ziel aus mila der macht nicht mehr lange verabschiede dich schon mal was der macht sich mehr lange verabschiedet er läuft aus dem macht pipi komm mit der motorholt guck läuft alles aus ja der ist weg wir machen feier 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 ich hab vorher gemacht ich muss meine mitgliedschaftskarte von nightrider wieder ab ich muss meine mitgliedschaftskarte von nightrider wieder ab geben weil wir so heiß gefahren oh je aber ein guter nightrider weiß doch wie man auf sein bike aufpasst aufpasst ja aber ein guter nightrider hat doch keine miene auf dem rücksitz ja doch ich glaube der fährt nicht mehr ja lass liegen der macht nicht mehr ich glaube das kaputt kopfschuss ja ok wird mir echt geil für dich man ich kaufe neue es ist hart deine maschine zu verlieren es ist immer hart ja ich weiß noch als du deine maschine verloren hast ich hab meine maschine nicht verloren als die batterien leer waren und kein mir geht es nicht so gut russland wartet hier und war tot mit Atomkrieg ich bin verletzt Atomkrieg Atomkrieg Ich bin verletzt dann musst du zum Doktor Puste Wow Was Wow Der ganze körper tut weh Wegen dem Sturz Du bist auf mich geflogen Ja Ich bin jetzt verankt. Ich bin verunfallt und fange Kuchen im Toaster. Ja. Zum Glück hast du einen Helm auf. Mhm. Das für unsere Sicherheit. Ja, wie Kondome. Ja, schon. Eigentlich hast du damit gar nicht und nicht. Ja. Kann ich jetzt bei dir mitfahren? Ich lasse mir auch den Arsch rüber stecken. Okay. Aber ich muss mein Bike noch holen. Okay. Er sieht doch schon wieder genervt aus. Ich bin verunfallt. Ach du Scheiße. Verunfallt! Mein Roller ist explodiert gerade. Oh nein. An der Ecke ist vorne. Brauchst du neun? Ich brauche glaube ich eher einen Arzt. Ja, dann hab ich ins Krankenhaus mit dir. Soll ich dich fahren? Ne, so schlimm ist aber auch nicht. Dann lauf. Ich kann nicht laufen. Lauf jetzt! Lauf! Lauf Schlampe! Lauf! Warte, so schlimm ist nicht, aber du kannst nicht laufen. Mein Arsch brennt. Machst du dich auf den Boden gesetzt? Mila! Wir sind hingefallen. Und Mila ist voll auf mich drauf. Deswegen sollte sie deinen Hosenstall zu machen. Ja, ja. Ja. Ich hab nichts gemacht. Er hat am Telefon gesagt, Mila machst du meinen Hosenstall zu? Ja, aber nur das hab ich gemacht. Ja, und dann sind wir hingefallen. Dann bin ich gekommen. Mein Roller hat gebrannt. Ich bin kein Neidrider mehr. Ach stimmt, du hast gesagt, du bist Neidrider. Was geht ab? Nix. Was ist mein Business? Ja, keine Ahnung, ich muss mit Cookie sprechen. Lass uns was Mula verdienen. Was? Lass uns Mula verdienen. Ich brauche 100 Millionen Dollar. Boah, Mula, Mula. Er will Brunnen bauen. Wo willst du den Brunnen bauen? Im Junkie Park. Da ist doch ein Brunnen. Das ist kein Brunnen. Natürlich ist das ein Brunnen. Das ist ein Aquadukt. Ein Aquadukt ist etwas, wo du runter herfahren kannst. Da waschen wir unseren Gründungsfeder. Das da vorne ist ein Brunnen. Hier muss ein riesiger Schwanz stehen. Ja, vergoldet. Ja. Mit Diamanten. Wir haben alle geholfen. Der muss so hoch sein, wie das World Trade Center mal war. Dass die ganze Welt unseren Schwanz sieht. Also ich kann das dem Bauamt schicken. Ich habe Connections zum Bauamt. Dann kann ich dem das schicken. Dann kriege ich das bestimmt. Oh, da kommen Gangster. Ihr kriminellen Schweine. Seid ihr Gang Gang? Warum? Ihr seid kriminell. Seid ihr Gang Gang? Wixer. Hallo? Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wir sind Bullen. Warum? Achso. Kann ich euch rufen? Ja. Was zum? Hallo? Hallo. Ich will das... Aua. Was denn? Oh mein Gott, ist das knapp. Oh. Ich habe ein Millimeter HP. Ich bin rot. Wie? Ich bin... Ich kann mich nicht bewegen. Wer ist denn eigentlich Cousine? Welche? Ja, guten Tag, der Herr. Wie geht's Ihnen? Ah, grüße. Oh mein Gott. Aua, aua. Aua. Ich dachte, ich steige einfach mal ein, wenn sie mir vorbei war. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe Filme. Tagsam. Ich muss ganz dringend ins Krankenhaus. Tagsam am Junkie Park. Hallo, Curtis. Tagsam. Hogwarts. Frag mich nicht, wie ich ins Auto gekommen bin. Aber da ich schon mal hier bin, kannst du mich zum Krankenhaus fallen. Wo ist denn da rein? Hä? Wie ist denn los? Ja, der ist am Park vorbeigefahren und ich dachte mir, ich spring mal kurz durch die Fenstersteine. Ui. Parksam am Junkie Park. Okay, mach mal Platz. Ich muss ins Krankenhaus bin hin und fallen mit dem Roller. Mir geht's überhaupt nicht gut. Wenn ich sterbe, grüßt deine Frau und meine Kinder. Ja, mach ich. Ah, mir ist warm. Nee, nee, nee. Hier ist, mir kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ich glaub, ich fahr mal wieder zum Park, ne? Hallo, Curtis. Aber wo bist du? Ich dachte, du kommst mit Cody's. Ich bin bei Cody's, die ganze Zeit schon. Ich komm. Ich hab Aue. Was hast du gemacht? Ich bin mit dem Roller hingefallen. Cody's bin mit dem Roller hingefallen. Aber ganz schwer, das explodiert. Okay. Ja, dann komm mal schnell her. Ich guck mir das an. Aua. Beutelben. Aua. 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 Ach nee, jetzt steh auf. Ach komm. Hallo? Kannst du mir hin? Danjo, schwing mal deinen Arsch rüber. Aua. Come on. Hallo? Oh oh. Was ist denn hier passiert? Ich hab ja gerade mein Problem, der ist gegen die Tür. Ich bin verungefällt. Ach du meine Güte. Also ich hör die Tür mal eben hier so ein bisschen auf. Perfekt. Ruf mal bitte Krankenwagen an. Verungefällt. Krankenwagen. Ach du meine Güte. Atemwege scheinen soweit frei zu sein. Hallo? Ja. Oh und was? Oh und was? Ja, ich wollte keiner auch noch von sich geben. Ja, einige Aufschiffungen hat da. Guck mal, die Jacke ist ein bisschen kaputt gegangen. Ach, 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 der Dungeon von Cody ist hier. Hier ist einer ausgerutscht. Da könnte kurz meinen Krankenwagen vorbeischicken. Irgendwie ist der hingefallen. Der steht nicht mehr auf. Super, bis gleich. Peace. Da kommt einer. Ich wollte eigentlich so laut. Ist er noch ansprechbar? Hallo? Ja, der hat ein paar Geräusche von sich geben. Ich muss nicht so gut erdrücken. Okay. Nee. Tod hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dafür zucken die Finger und die Beine zu sehr. Ja, ne? Ja. Paul, Paul. Hat er. So. Weißt du, was du trinken haben, Curtis? Du schuldest ihn jetzt nicht zu trinken in den Mund. Er hat so einen trockenen Hals, deswegen dachte ich, er braucht vielleicht was zu trinken. Ja, aber nee. Okay. Was ist hier passiert? Der ist gegen die Tür gerannt. Den hat die Tür ein bisschen... Ach, der Arm ist ganz schön blau. Ich mach die mal nach innen aus. Dann schlagen wir dem nicht die Tür ins Gesicht. Er ist hingefallen. Er wollte reinkommen und auf einmal, bubs, ist er hingefallen. Ja, er hatte davor noch irgendwie noch einen Unfall mit dem Roller oder so. Einfach schon vorgeschädigt, auf jeden Fall. Ah, das war also dieser Roller. Mein Rollen hast explodiert. Ja, ich seh schon ein paar Vergründungen. Können wir trotzdem bestellen, obwohl hier eine Leiche liegt? Keine Leiche, der lebt man. Ja, kommen sie mit rein. Okay. Verunschuld. Aber du durch die andere Tür, nicht? Kannst du deinen Kopf kurz auf Seite machen? Nein, du kannst durch die andere Tür gehen. Geh rum. Jesus Christ. Oh mein Mensch. Aber da hat er wohl mal von drinnen ein paar... Nee, nee, das war ein Typ. Tu mir bitte einen Twinkie im Nacken. Was finde ich... Okay, machen wir. Hie mal bitte was zum Kühlen von drinnen. Twinkie, okay. Oh. Ich werde da gar nicht so total dran rumfummeln. Das sieht nicht so gut aus mit den Abschüpfungen der Jacke. Nein, fummeln nicht an meinem Körper rum. Nee. Meinen. Aber weißt du, was ich machen kann? Ich kann da gleich mal ein bisschen Desinfektion drauf spülen. Deo, stinke ich? Nee, aber Desinfektionsspray. Oh, mein Handy blieb ganz alt. Ja, lass vibrieren. Hörst du seinen Nacken? Dann tue ich das Twinkie hinter seinem Kopf. Ja. So. Flickt. Das ist ein gefrorenes auch noch, ne? Ja, natürlich. Ein Eis-Twink zu haben. Du schmilzt da jetzt am Rücken. Ah, da ist der Krankenwagen. Ich würde mal her. Schuze her. Ah. Okay. Da ist er. Der ist ausgerutscht oder so. Hi. Ich bin vor Unfall. Okay. Er hatte vorher einen Unfall mit dem Motorrad. Roller wie auch immer so irgendwie explodiert hat, vorher gefangen hat. Dementsprechend ein paar... Schürfwunden, ein paar leichte Brandwunden, ähm... Der rechte Arm ist ganz schön blau, da könnte vielleicht verstaucht sein oder so. Müsste wahrscheinlich Röntgen machen. Ansonsten ja, er ist in die Tür gelaufen und umgefallen. Wir haben jetzt schon noch ein bisschen gekühlt, die Wunden desinfiziert und soweit vorversorgt. Ich hab nicht gebrannt. Der Roller hat gebrannt, nicht ich. RTW4, Start, Post, 4. Hast du mir gerade mal einen Personalausweis, dass ich dich aufnehmen kann? Will die jetzt, dass ich dir den Perso gebe? Ich bin K.O. auf dem Boden. Was? Was? Oder einen Namen? Ich heiße Curtis. Ich heiße Curtis verunfallt. Push. Curtis verunfallt. Das schreibe ich jetzt aber nicht so. Ihr schafft das hier, ne? Wir haben nicht wieder geladen. Wir haben mich mit meiner Familie beständigen. du wirst schon nicht der kannst du schon mal nachschauen ich schreibe eben alles auf ich stütze dich mal kann man ein stück mit mir hier raus damit ich da besser gucken kann ein bisschen eng hier drin ich glaube du musst du dir mal ein bisschen was angucken den ersten aufhelfen ja ja der käfer also pasche gefunden ganz ganz leichte der rechte der ganz schön blaues lügen oder so würde ich röntgen umführen ansonsten ansprechbar war die ganze zeit bei den stück hier rüber haben weit es sei mitgekrieg so dann lassen wir hier kurz aber warte noch nicht rein wo rein ja ich also der die dame einmal kurz mit fahrradtür mal gucken ob das auto hier hinter mir zu ist ich wurde angegriffen von unbekannten person hat ein richtig schönes hämatom an der brust wie sieht der rechte arm aus kann ich dir noch nicht sagen lang und schwarz die denn jetzt gemacht schnee engel hat eine gute schürfwunde noch an der brust aber die kriegen wir so wieder hin das ist einfach zu viel heute für mich morgen ist weihnachten morgen gibt's geschenke ein linker arm auch leicht geschwollen können wir in der rtw nicht sagst du na klar steht vor uns steht der hier ja genau der ich sehe den ja eben hieß es der ist nicht da also ich halte dir auch die ganze zeit zu tut mir leid doch meld notieren sich nur gerade Sachen das ist allright alles gut für euch kann ich mich rein sehr schön ok allright ich bin einmal weiter alles klar also jetzt darfst du gleich einladen ich bin für unbekannte hört das ich hab den jungs schon bescheid gesagt danke guckt euch meinen stehlenden verwundeten körper an willst du mitfahren oder willst du mitfahren aber ich hab halt ein problem achso unbekannte ich sehe dich auch ganz komisch du bist dikka ich komm in die Basin ah ha 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 Da steht ein RTW, da könnt ihr nicht durchfahren. Frau Tucker, was ist denn da los? Fühl mich gemobbt. Der Jato kann der Ex-Fall. Wui. Dank! JEAN! 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 Errm, wie ist das? JEAN! Ich bin vor Unfall. Ich werde mich lange machen, ich sterbe. Ich werde sterben. Warum? Vor Unfall. Und wo bist du? Ja, oder du hast Axt gekriegt, weil du gefahren bist. Okay. Okay. Ich brauche deine Nähe. Bitte komm. Ja. Ja. Komm, geh mal mal gucken. Freit lehnt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob der weiß, dass ich hinten drin sitze, ne? Weil der hat, seitdem ich da eingestiegen bin, nicht mehr mit mir geredet. Was ist denn? Wie sehr. Wie sehr. Das war's für heute. So, ich öffne ihn mal raus. Aua. Verunfallt. Beuteln. Wie ist das denn passiert? Ich wollte die Tür aufmachen und dann hat sie Gong gemacht. Ach so, okay. Also im Endeffekt bist du Hä? Was war das jetzt? Vorher hatte ich einen Rollerunfall. Bin hinten gefallen im Schmäh. Ach so. Also mehrere Unfälle. Wir legen ihn hinten aufs Bett, oder? Sollen wir durchgehen? Ja, wir liegen. Ja. Behandeln wir gleich? Ja, ja. Wunderbar. Oder keine Leitstelle mehr, oder? Hier, hier, hier. Was war's? Ich wollte ihn aufs Bettling. Ach so, okay. Wann, gönn mal. Hui. So. Da einen Eimer bitte hinlegen. Und dann tun wir alle metallischen Gegenstände hier in diese wunderschöne Schüssel. Ich hab nichts mit meinem Gurtel. Ach meine. Deine Brille. Okay. Hm. Huch schon mal die Bleischürzen. So. Dann gehen wir einmal in den Raum nebenan. Wird jetzt in meinen Kopf geguckt? Na, nicht in deinen Kopf, in deinen Arm. Nein, das mit dem Piercing, weil das ist ein Troll. Das kann ich nicht machen. Da hat die Juts gekickt. Feel the Batman. Aber dafür, dass ihr mich dran erinnert habt, dass jeder sich jetzt aus dem Kühlschrank ein Tinkerpäckchen nimmt. Nein, das ist mein Kühlschrank. Habibi. Aber. Nein, nur ein. Nicht zwei. Dafür das nächste Jahr. Man weiß halt nie, was passiert im OP, ne? Ich bin fest davon überzeugt gewesen, dass nichts abgeht. Aber. Man sieht's. Nein, nur ein Tinkerpäckchen. Nein. Einen nur. Eigentlich müssten wir auch einen Cookie-Mode machen. Damit man zum Tinkerpäckchen einen Cookie essen kann. Oh, halbe Burger King hier, Junge. Und eine Duftkerze. Ja, und die ganz besonders netten Kinder können sich einen Duplo auch nehmen. Nein. 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 Was passiert? Ich hab erst Rollerunfall gehabt, dann bin ich nach Cody's und hab eine Tür mich geschlagen. Oder Jess. Ich weiß nicht mal, ah, ich bin gesprungen, glaube ich, ne? Morgen ist Weihnachten. Kekse. Beuteln. Auenland. Tür hat mich wegge... Wegge... Was? So... Hilfe! Hilfe! Die Kannensäge ist angegangen. Was war das? Boah, bin ich mich erschrocken. Ha, lustig. Ich weiß, dass du es bist, Oma. Pack den Roulato weg. Bruder, ich hab in meinem Leben noch nie Twinkies gegessen. Ich weiß nicht mehr, was das... Ich glaub, das ist so Kuchen oder so, ne? Gibt es das überhaupt zu kaufen? Hab ich noch nie gesehen. Ja, okay, die Mots sind... Boah, boah. Find die auch voll süß. Wir machen auch noch viel, viel mehr. Ich mach auch einfach random welche, die wir einfach mal switchen können, wenn wir Bock drauf haben. Da kommt auf jeden Fall noch ein Raumschiff-Affe. Hab ich richtig Bock drauf. Space Monkey. Bestellen kann man die? Das stimmt, meine Schwester bestellt ab uns immer so... so Fanta Grapefruit und so was. Oder sauren Apfel. Mit mir hat grad Optimus Prime geredet. Glaub ich dir. Und? Wir gehen jetzt in den Behandlungsraum, ist nichts gebrochen, alles cool, ich schmier ein bisschen Hipparinsalbe, Voltarinsalbe und ein bisschen Jodsalbe auf den Körper und dann geht das alles wieder. Kann ich mir nur ein Bauchnahmpiercing machen hier? Ne, das geht nicht. Okay. Ich nehme jetzt erst mal die Bleischütze ab. Boah, die ist ganz schön schwer, ne? So. Dann helf ich dir mal hoch. Sind Sie müde, der Herr? Und kommen Sie mal mit, ein bisschen. Müssten Sie den Haierpommes? Dauert noch. Weiter. Moment. Ja, Sander einmal mitkommen. Was war das denn? Sind Sie betrunken? Ja. Ich bin hackevoll. Hallo. Hallo. Warum sind die weiß? Ja, hier ist wer. Oh. Tag. Tagsam. Los, komm. Tagsam. Raus. Raus. Sofort. Achso, okay. Komm raus. Ach, Zeig. Oh, man sieht ja, einer hat da einen Schwampf draußen hängen. Wird sein Pips operiert? Hier kommst du rein. Ist das ein Mädchen? Komm. Achso. Einer. Oh, hier sind zwei Mädchen. Egal, auf die Liege. Okay, so. Viel Spaß. Danke. Bin ich so am Stinkeln? Oh. Oh. Oh, ich hab echt heiße. Hallo. Hi, Chloe. Hallo, Chloe. Du kriegst ihn gleich wieder. Er kriegt nur ein bisschen HEPA. Warte mal, ich kenn die. Ja, hi. Warte, du bist... Ich kenn dich. Du kennst mich woher? Du bist doch vom Fische-Fisch die Frau. Fische-Fisch. Wow. Chloe, ich hab dein Auto letztens gebaut. Wir haben doch mal Unterwäsche getauscht beim Kleiderkreisel. Was? Das kann nicht sein. Nicht? Na, na. Ich mein mich dran zu ändern. Na, na. Bin mir aber nicht mehr sicher. Deine Haare riechen schön. Was hat der? Was? Was? Wieder fragst du noch, guck mich haben, was ich hab. Oh, das ist eins. Ich stehle an dem Körper. Ich geh dann schon mal raus und lass dich mal rein. Ja. Oh, ich komm mal mehr. Hi. Na? Geht's dir schon was besser? Deine Haare sehen aus wie das Fell von einem Eichhörnchen. Was sieht aus wie was? Deine Haare sehen aus wie das Fell von einem Eichhörnchen. Oh, Eichhörnchen ist gut. Ja, eigentlich alle sagen immer Fuchs. Aber Eichhörnchen... Äh, du mal deine Jacke wieder an. Meine Jacke? Ja, die gabst du schon wieder anziehen. Die habe ich im Zimmer vergessen. Oh. Das ist natürlich jetzt blöd. Warum soll ich die anziehen? Magst du meinen stehlernden Körper nicht? Na, weil du fertig bist und ich würde gerne noch schmerzen. Ich habe Maschinenbau studiert, weil ich eine Maschine bin. Ich würde gerne noch Schmerztabletten geben. Ja, weil die Brust doch... Oh, näher kann ich die in Hand nehmen. Ja, ist schwierig. Achso, Dinger. Warte. Wo ist mein Zauberstab? Hokus pokus, will die Bubz. Ja, bitteschön. Danke. Immer wieder gerne. Sehr nett von Ihnen, der Herr. Dann darfst du eine jetzt nehmen und eine nimmst du, wenn es nicht besser wird. Na klar. Sehr schön. Gudi, dann komm mal wieder hoch. Mensch, look, Alter. Geil, das ist auch homisch. Oh, wow. Fertig. Sehr gut. Bin eine Hure. Dann bringe ich dich jetzt nach vorne. Okay. Geht's dir auch besser? Tschüss, Eichhörnchen. Dankeschön, tschüss. Eichhörnchen müssen wir durchsetzen. Gefällt mir. Genau. Besser als Fuchs. Weinst du sehen aus dem Gehirn. Das stimmt. Weinst du, weinst du? Nur das Herz tauschen. Wo geht's dir raus? Stinkt irgendwie nach Yali. Aber ich sehe nur Weiße. Das war Pika, Gda, ja. Ich wollte auch mal Mediziner werden. Warum bist du es nicht? Ich habe die Ausnahmeprüfung verkackt. Wir haben eine Prüfung. Haben wir? Ich weiß nicht. Ich hatte keine. Ich hatte auch keine. Aber ich bin auch nur Sunny. Keine Arzt. Ich muss deinen malen. Oh, wow. Hier, bei ihm kannst du dich bewerben. Bei ihm hier. Bei ihm hier im Weiß. Ja, bei ihm kannst du dich bewerben. Was will er werden? Ich kann echt gut mit Menschen. Geil. Meine Hobbys sind Freunde treffen. Mit Steinen. Fernsehen gucken. Fernsehen gucken ist geil. Fangrad fahren. Aber ich gucke kein Fernsehen. Der Herr mit Mütze. Einmal einen Ticken leiser, bitte. Was willst du? Einmal einen Ticken leiser. Talkst du mich ja an so between of life. Entschuldigung, der Herr. Okay. Bewerbung abgelehnt. Aber mir geht es immer nur furchterlich schlecht, ne? Ja, Bewerbung abgelehnt. Warte mal, ich glaube, der Verband ist ein bisschen locker. Ich habe die Salbe, glaube ich, nicht richtig auf. Sie sind stramm, die Sau. Oh ja, ich ziehe ihn richtig stramm. Von hinten oder von vorne? Von allen Seiten. Von allen Seiten. Jungs, ey. Nehmt euch ein Zimmer. Bitte. Hä? Geht's dir jetzt besser? Hä? Oh, warte. So. Ja, der Bizeps hat aufgehört zu brennen. Ich verstehe gar nicht, was Sie meinen, Frau Weichhörnchen. Äh, Leute. Auch alles gut. Ich möchte den Herrn hier einmal nehmen. Was sagt er? Okay, ich nehme den. Komm. Nehmt seine Triadenkarte. Komm. Nein, auspult. Was soll ich denn hin tun? Halt, stopp. Soll ich den fallen lassen, will da? Jetzt wird's mir schlecht. Ja, lass mal. Oh nein. Der hat gesagt, ich soll dich nehmen. Ich seh schon, was der hat. Der hat Schnupfen am Fuß. Der braucht eine Spritze direkt ins Auge. Nein, der kommt jetzt erst mal mit mir mit. Beidlin! Auenland. Ich geh nach Hause. Ja, klar. Ich muss Kekse backen. Pass auf dich auf. Schüsse Eichhörnchen. Ich liebe dich. Ja, ich hätt auch gern ein paar Kekse. Gar nix kriegst du. Hey, Amigo. Ja? Warum hast du so schöne Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Oh. Warum hast du so eine schöne Siffelmütze? Weil ich bin nur Weihnachtsman. Oh. Krieg ich Geschenk? Na klar. Komm, wir gehen in meinen Sack gucken. Entschuldigung, der Herr. Hier ist Rauchen verboten. Alright. Können Sie, mach die Kippe aus. Äh, später, ja. Okay. Na, du geile Sau. Willst du mit mit mir nach Hause? Nee. Warum? Ähm, bist du fertig? Ja, ich bin fertig mit den Nerven. Okay. Warum bist denn du so angepisst? Äh? Bist du so angepisst? Ich höre Sachen über dich. Was hörst du? Ich höre Sachen über dich. Das Geflüster ist eine Lüge. Aha. Das sind die Stimmen in deinem Kopf. Ich glaube nicht, dass das die Stimmen im Kopf sind. Doch. Deshalb gehst du zur Zwischeltante. Ja. Die, mit der du irgendwas hast. Und ich werde herausfinden, was es jetzt ist. Ich habe hier nichts mit der. Doch. Du wachst nachts auf und schreist. Der Clown hat keinen Penis. Äh, äh. Wie bist du hergekommen? Mit Bike. Oh. Hey, jetzt auf, hier so ein Hackmack zu machen. Was für ein Hackmack? Walla, du bist die einzige Liebe in meinem Leben für mich. Mein Sonnenstrahl im Himmel drinnen. Und darum höre ich auch was, dass du was mit irgendwas, ich weiß noch nicht was, aber ich weiß, wer das herausfinden mit der alten vom Unicorn da hattest. Was habe ich gemacht? Wenn du denen glaubst, ne? Ja. Was die für einen Quatsch erzählen. Die haben wir noch nicht, also die wollten wir noch nicht sagen. Dann mache ich einen Schluss, wie. Ja. Gut. Boah, ich hätte jetzt gerne einen Spiegel und würde uns von der Seite gerne sehen. Das sieht unfassbar, wie man sich schaut. Du darfst ja nicht mal nichts glauben. Ich lutsche nur deinen Daumen. Das hat sich sogar gereimt, siehst du? Ich reime sogar für dich. Wenn du mir nicht vertraust, dann geh. Wenn ich dir nicht vertraue, ich höre, dass du irgendwas da hast und dann... Wer sagt das denn? Sag mir wer. Die anderen sagen das. Ja, und du vertraust dem mehr als mich? Wollen wir ja gleich bequatschen. Schon wieder diskutieren. Ich komme gerade aus der Null-Dobot-Apotheke. V8-Bizubi. Okay, dann bequatschen wir das nicht. Wir können auch so... Null, dann bist du ja wieder traurig. Ja, genau, Lauf. Du, nein, pass auf. Du erzählst mir irgendwas von wegen... Du hörst mir jetzt zu, Vibe. Nein, du hörst mir jetzt zu. Pass auf. Du erzählst mir irgendwas von Opa Vili, von Demba, und sowas. Ich habe keine Ahnung, was du da von dir gibst, aber ich muss mir die ganze Zeit Geschichten anhalten, dass du was mit irgendwelchen Alten hast. Mir ist ganz egal. Okay? Was ihr habt. Ich will einfach wissen, was es ist. Und wenn du mich anlügst, dann schwöre ich dir, schneide ich dir deine Ohren ab und deinen Schwanz. So eine kleine Schere hast du nicht. Außerdem habe ich nichts mit einer Anglein. Ich habe eine Fußnagelschere. Scheiße. Ich habe aber nichts mit einer Anglein. Oh. Du bist der Einzige für mich. Immer wenn ich die Augen zumache, sehe ich dich. Das war echt anstrengend. Bleib jetzt stehen. Hä? Wir diskutieren das jetzt aus. Ich glaube, ich habe einen Fiepsen im Ohr von meiner eigenen Stimme. Streiche meine Bimmelmütze. Du streichelst meine Bimmelmütze. Oben im Stern, der deinen Namen trägt. Und jetzt guck, wie süß ich bin. Ich habe gerade geweint, weil ich gedacht habe, ich sehe dich nie wilder. Hast du gar nicht? Na klar. Ich habe mir sogar die letzten Sekunden am Pips rumgespielt, weil ich nur einmal so wirklich intensiv fand, was ich denken wollte. Ehrlich? Mhm. Ich habe mir beide... Nein. Nein. Was wolltest du sagen? Schäm dich nicht. Schäm dich nicht für deine Gedanken. Lass alles raus, was in deinem Kopf rumschwirrt. Ich bin nicht wie du. Ich kann das nicht. Was bist du nicht? Ich bin so verrückt. Eigentlich müsstest du aber so sein wie ich will. Immerhin bist du mein Schwester. Im Geiste. Weil wir sind die besten Freunde. Guck, wie süß wir zusammen sind. Die Zähne, die dir fehlen, ersetze ich. Wir ergänzen uns. Ja. Ähm. Äh. Und jetzt hör auf mir, Mann, Kotländer in Ohren zu packen. Ich habe eine Weiber. Ich habe Gehlnix. Ich bin ein Loser. Ich kriege keine ab. Und dich habe ich auch nur abbekommen, weil ich gesagt habe, ich habe viel Geld. Und dann bist du mit mir gekommen in den Müllerkippen. Das hast du gar nicht gesagt. Hab ich nicht. Aus welchem Film mal das noch mal? Weiß ich nicht. Aber ich flirte nicht mit anderen. Ach ja? Ich habe noch nie gesagt, Eichhörnchen, ich liebe dich oder so. Immer nur Mela. Ach ja? Du bist in meinem Herz verankert. Drinne. Auch. Also hör auf damit. Sag das noch mal. Du bist in meinem Herz drinnen verankert. Auch. Sag das noch mal. Du bist in meinem Herz drinnen verankert. Auch. Ja. Noch mal. Nö, ich kann ja schon selbst durch die Lelajacke sehen, dass da du Harry Nippets kriegst. Gar nicht wahr. Na klar, guck da. Dort, dort. Äh, äh. Sieht aus wie Kerze. Gar nicht wahr. Hast wieder kein BH, ne? Was wieder landfrische Luft in deinem Dekotet. Mann, du zwingst mich dazu, dass ich solche Sachen sag. Ja? Mach's noch mal. Nö. Mach's noch mal. Nö, ich bin nicht dein Lustknabe. Ich bin ein Mensch mit Gepule. Ich habe auch Gepule. Zufällig? Mhm. Also? Was soll ich nochmal sagen? Dass ich verankert bin. In deinem Herzen auch. Du bist die einzige Bitch in meinem Leben. Für immer und ewig und jede Woche Rose bei Knurz. Und jetzt sag was richtig Süßes. Ähm. Was richtig Süßes. Wenn man deinen Arsch frisst, kriegt man Diabetes. So süß bist du. Das war nicht süß. Das war voll süß. Äh, äh. Okay. Okay. Weißt du, mach's vor den anderen. Aus dir läuft... Hallo? Warte, ich hab mir was überlegt. Ja? Oh, okay. Aus dir läuft der Honig raus wie aus nem Bienenwabe. So süß bist du. Ach komm, verpiss dich. Wir haben grad nur man sich meld. Hey, coole Karne. Verpiss dich. Du asozialer Schwanzlutscher. Hey, JFK. JFK hat jetzt so... Der hat gesagt, ich bin ein Selbstherz-Anker. Ha, Loser. Siehst du, sowas lässt immer mich ergehen. Tag zum... Tante. Ja. Die Bitch glaubt bin ich, dass ich die Liebe. Hohre. Er darf das zweimal. Zweimal im Tag. Okay. Wegen meiner Männlichkeit. Ui. Und alle sagen, ich flirt mit Angeln. Das stimmt nicht. Ja, mit dieser... Du weißt doch, diese Maria, von der ich vorhin erzählt hab. Was für ne Maria. Die einzige Maria, in die ich keine Wurde gebärbart, ohne gebärbart zu werden. Ne, das... Also, wahrscheinlich kennst du ihren Namen nicht. Aber das ist die vom Unicorn, die da getanzt hat. Weißt du noch? Boah, merkst du selber. Ich kenn den Namen nicht, ne? Ja, pff. Alter, warst du doch dabei, wo die sich den Dingelung... Dingelung bingelung bingelangt hat. Ja. Ja, und wo war ich? Bestimmt nicht beide. Ja, vielleicht... Ja. Nö. War ja auch krank. Ja, du warst dabei. Hatte ja auch Durchfall irgendwie die Tage. Na, und das hat mich trotzdem geil gemacht. Ui, das ist wahre Liebe. Du bist die Badewanne, ich bin der Stöpsel. Was hab ich da gerade gesagt? Oh mein Gott. Du weißt, was ich mein. Weißt du, was ich mein? Was zum Teufel ist in meinem Kopf los? Das ist genau das, was ich brauch. Das ist doch alles gut. Also glaub mir, gefalle nix. Was zum Teufel. Ich brauch Urlaub. Ja. Ja klar, ich glaub dir. Jetzt verschwinde mal kurz. Warum gehst du wieder Operbilder anrufen? Nein, ich muss mit Tante alleine reden. Ach so. Ist ein Frauending? Ja, ist ein Frauending. Boah, das stinkt alle. Timber ist vorbeigefahren, wer sonst, Alter. Da ist ja der Kranke. Ich war verunfallt. Hab's gehört. Wie geht's dir? Gut. Haben sie sich zusammengeflickt, ja. Oh, Harry ruft an. Harry, du altes Haus. Ich war verunfallt. Warum? Bin in dem Verein mit Roller und dann hat Jess mich weggetackelt. Mit Tür. Aui. Bist du krank in den Haus? Nein, ich bin wieder im Park. Aha, Sachen verdreht also. Ich versuch seit 5 Tagen eine Behandlung zu bekommen. Warum? Was hast du? Weil mir schlecht geht. Ja, dann komm in den Park. Jess ist mitgeziehen, Frau Mann. Oh, der Johnny steht vor mir. Der kann sich deinen Bauchnabel angucken. Geil. Dann komm in den Park. Ja, ich komm in den Park. Der Johnny ist hier am Kartenhaus. Aber setz dir ein böses Gesicht auf. So waschlappen wie du, haben wir sonst Mila. Mir geht schlecht. Okay, bis gleich. Hi. Okay. Hallo. Brauchst du eine Schmerztablette gehörtest? Willkommen. Ja. Hallo. Bitte. Ich glaube, ich habe noch... Da habe ich auch eine. Brauchst du auch eine Schmerztablette? Ja. Ja. Ich habe so viele dabei. Ja. Als Strafe, was ich gerade machen musste, ne? Ja. Da ist mir zur versammelten Mannschaft auch was Süßes zu mir. Nee, du hast das nicht vorbereitet. Okay, Leute. Wisst ihr, was Köttis gesagt hat? Ich bin verankert in seinem Herzen. Ui. 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 Du sankst jetzt so voll auf der Stelle hier und jetzt sauer was Süßes. Du hast voll die süße Worte mitzüttelt. So was, wie ich gesagt habe. Oh. Oh. Ähm. Oh. Ja. Er fällt was ein. Warte kurz, okay? Mila, soll ich dir was sagen? Äh, ja, ja. Nein, 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 ich habe da doch etwas. Ich habe da doch etwas. Ich habe da doch etwas. Ja, komm, dann schieb deine Zunge in mein Ohr. Kleine Schniedel. Warte, warte, ich habe hier doch irgendwas. Packst du jetzt wieder den Rap-Text aus? Nein. Hm? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Weißt du, Mila, weil so viele gute Sachen... Ist aber richtig reinflown, ne? Wie der Jax Green. Oh, das fängt gut an. Ja, drifte rein in sein Herz. Ui. Ui. Okay. Ja, los. Okay. Ja, los. Ich warte. Meine Ohren sind spitz wie von einem Elfe. Ja. Ich bin Legolas. Ich spiele mit Legos. Okay, hör gut zu, mein Freund. Okay. Kann einer Beatbox machen? Mit dir lachen und den Frühling sehen. Mit dir reden und ein Stück gemeinsam gehen. Mit dir hoffen, unsere Zeit geht nie vorbei. Boah, lass gehen, Alter. Mit dir wissen, es gibt nur uns und wir sind frei. Mit dir warten auf das Ende unserer Nacht. So, mit dir schieben, bis das Gefühl... Okay, jetzt sind alle weg. Kann ich aufhören? Nö, weitermachen. Oh. Äh, mit dir schieben, bis das Gefühl uns schwindelig macht. Ähm, mit dir leben für jeden Augenblick. Nur mit dir. Ende. Das war geil. Oh, komm. Oh, komm. Nein, nein. Alles gut. Alles. Nein, nein, komm. Komm ruhig her. Nein, nein, nein. Alles okay. Okay, Beatbox, jetzt mach mir Food. Ich mach dir selber. Okay. Habt's lieb. Bis nachher. Und so, meine Freunde, macht mein Weiber klar. Hehe. Junge, ich bin Grinsgott. Nein, am Arsch. Nee, du bist jetzt ne Babyraubhörig. Warum sind alle abgehauen? Ab sofort fährst du alleine. Das war so schön. Ich glaub, du bist raus. Ja. Äh, das... Ich bin raus von den Routen? Nein, von Nightrider. Du fährst alleine. Okay, ich bin ihm besser an Nightrider. Jetzt seid aber nicht klein, nicht Herr Polo. Das war eklig. Außerdem hast du hier die Bommel mit Zahlen. Du kleiner. Ey, der Mann. Ja. Wir finden für dich auch noch eine. Nein, nein. Doch, wir können ja mal vielleicht Josi anrufen mit dem Bauerweiterfinger. Besser nicht, wenn die so Sachen sagt, kotzsterns Gesicht. Ach, du bist doch nur neidisch. Der Mann hat schon ne Brieffreundin. Ich bin keine... Nein, ich hab keine Brieffreundin. Nein. Ich kann nicht schreiben. Du bist nur neidisch, weil du mit niemandem so sehr verbunden bist. Will ich auch gar nicht. Ich bin nämlich geboren. Na und? Ist ja auch geboren. Du Hure. Du bist ne Hure. Du bist ne Hure. Ich hasse dich auch. Komm mal wieder weg. Komm mal wieder weg heute, Fettsack. Das ist echter Neid. Ich bin Mr. Neid. Hört auf mich zu belästigen. Küss mich. Danke. Ich hab extra für dich Knoblauch geessen. Ja, Knoblauch. 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 Morgens Weihnachten, folge ich schon. Na, Siku. Ja. Ich krieg nen neuen Besen. Ich will ein Einhorn. Ich weiß noch nicht, was ich bekomm von Mila. Vielleicht mal nen dicken Schwanz. Du hast die gewünschte. Keine Sorge. Ich hab mir ne Penisbombe gewünscht. Ja, das ist es doch. Ich wollte das noch nicht vor allem sagen. Ich dachte, du schämst dich gleich. Nur warum? Die hat Mila gestern bei uns eingepackt. Ich stehe zu dem, was ich hab. Mhm. Wollte erst Fahrradpumpe sagen, damit du vielleicht weißt was. Aber gut, wenn du dazu stehst, dann ist das in Ordnung. Ich leugne es. Weil du weißt schon was los. Das ist denn los. Und Damba und ich sind identisch vom Körperbau. Ja. Ja. Du würdest den Geschmack nicht mal kennen. Wir schmecken beide nämlich ne Erdnussbutter. Ui. Ui. Vom Bullock her gesehen. Wir haben auch beide das gleiche Muttermalen. Haben wir jetzt alle Autos hier? Warum? Ich hoffe nicht. Warum lenkst du vom Thema ab? Magst du keine Erdnüsse? Hä? Nein, die hat ne Erdnussallergie. Nein, ich wollte nur fagen. Da kriegt die mal ganz große Nasenlöcher. Ach, deswegen hat die Herpes? Ich habe gar kein Herpes. Was ist das denn? Du Schwanz. Das ist kein Herpes. Das ist, weil ich die geboxt habe. Ach so. Weil die ist über meinen Playstation 5 gelaufen. Halt die Klappe! Die ist über meine Playstation 5 gelaufen. Ja? Dann ist das WLAN-Kabel kaputt gegangen. Kann man nur. Oh je. Ach hier. Du darfst nicht Hure sagen zu Tante. Habe ich doch gar nicht. Und auch nicht zu Mila. Und auch nicht zu Jack. Wir sind umsingelt vom Weiber, ne? Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Und ich sitze bei dir auf dem Schoß. Das kommt gut an. Das gibt uns Sicherheit. Das ist in Familie. Blieben. Wer ist jetzt nicht mein Cousin? Morgen ist Weihnachten. Morgen kommt der Weihnachtsmann mit dem dicken Sack und seine Frau. Auch. Heute ist Müll. Auch. Bei uns heiliger Abend, ne? Hm. Heute ist Müdetag. Ja. Aber einmal schlafen noch, dann kommt der Weihnachtsmann. Und diesmal bleibt er nicht bei Mama. Weil diesmal wohne ich alleine. Mit dem Milder. Ich habe Rüpfungen. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Wetter. Schauen wir hier noch ein Weihnachtsbaum hin. Wie ging das Wald das Lied? Wie ging das Wald das Lied? Du blühst nicht nur, ähm. Du blühst nicht nur zur Winterzeit. Nein. Nein. Denn auch im Sommer sind deine Knospen breit. Und auch im Sommer bist du breit. Oh, Tannenbaum. Nein, auch im Winter wollen es schneiden. Machst du deine Beine... Du blühst nicht nur zur Sommerzeit. Nein, nein, nein. Doch auch im Winter beim Schneiden. Auch im Winter beim Schneiden. Machst du auch deine Beine... Nein, nein, nein. Komm, komm da los, im Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Dann rasierst du auch deine Beine. Und Mila hat als Kind gefressen ihre Schweine. Da war sie ganz alleine. Und saß im Bett ohne Beine. Dann hat sie Wälder das Holz gefunden. Und ihre Stumpen angebunden. Und ist rumgelaufen wie ein dumm Kopf. Und deswegen trägst du heute Zweizopf. Also, Digga. Also. Eigentlich wurde Harry kommen. Da schläft wohl jemand bei dem guten Beatty heute Nacht, ha? Wieso bei Beatty? Ich habe auch Platz frei. Ich bin Cousin. Ich schlafe bei dem Bett. Sonst gibt es keinen Ponyhof für dich. Boah, das ist einfach nur gemein. Dann kriegst du auch keine Pumpe. Ja, und? Ja, und? Dann hast du heute auch keinen Spaß. Mit Pumpe kann ich locker fünf Sekunden. Das sind drei Sekunden, die dir entgehen. Die Skype sich, die lässt nie zu. Kauf du Scheiße, Eber Beatty. Sag mir das. Ja, weil dir. Wozu habe ich sonst so ein Hochbett gekauft? Nicht, wenn du so fech bist. Bin ich frech. Bist wohl fech. Ich habe dir Pony gekauft. Und Prozessin kleid. Echt? Ja, für deine Hurenpüppchen. Für deine Spiele. Mit Barbie und Bibel, die Nutte. Die du in eine Vitrine hast. Die vibrieren, wenn du auf Knopf wirst. Na und? Ich habe auch Figurchen. Ja, wir wollten auch mal YouTube-Tutorial machen. Klar, das ist nicht. Als Bibi und Tina. Aber wir hatten keine Kamera. Genau. Meine Augen können eure Kamera sein. Hör auf, uns mit deinen Augen auszuziehen. Nur bei Club-Up-Up-Up. Halt, die stellt sich uns nackt vor. Gar nicht wahr. Und dann sehen wir aus wie einheilige Zwillinge. Das ist so ähnlich, weil wir sind kellen. Weiß. Nicht weiß, schwarz. Nein, nicht weiß. Ja, geboren. Genau. Von Abolgenie abgestammt. Morgen kommen wir da Weihnachtsmalen. Na klar. Christkind machen. Christkind kommen morgen. Durch meinen Schuh und Stein. Nein, kifft mein Zeug weg. Fickt meine Frau. Auch. Auch, ja. Geboren. Dann wird ein neues Christkind geboren. Ich weiß nicht, dass der Weihnachtsmann kommt. Aber ohne Weihnachtsmann kein Ponyhof, Dummkopf. Der muss das erst absegnen, Inventur. Aber ich habe Angst vor Weihnachtsmen. Warum? Ich habe mal so einen Film gesehen. Weil die dicke Säcke haben. Nein. Hi. Ich habe mal so einen Film gesehen. Gucken wir den heute Abend. Aber ich habe Angst vor dem. Du kannst in meinen stehlenden Armen liegen und ich beschütze dich. Du hast doch selber Angst. Ja, aber du kannst mich auch in deinen stehlenden Armen nehmen. Und die hat die Kruppstahl. Ja. Seid ich in unseren stehlenden Armen? Genau. Und dann gucken wir jeweils mal nur mit einem Auge hellen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ich kann noch gucken mal. Offentlich erdrückt ihr euch. Nein. Ich erdrücke dich gleich. Genau. Oh nein, mit so viel Liebe kann ich nicht umgehen. Pass auf, ne? Die schnippst gleich Popel. Ja. Die hat eine Wirbels in die Nase. Die trainiert schon seit drei Monaten. Alle habt. Ich habe geträumt, dass ich Leuten die Nase abbeiße. Ich habe es gesehen. Wie? Wie du es geträumt hast. Ich habe dem WLAN-Stecker in den Ohr getan. Und habe geguckt mit VR-Brille. Ich weiß nicht, wann hast du eine Trompete? Der war. Hast du es zu Weihnachten bekommen? Noch nicht. Hast du schon ausgepackt? Did you do? Ich kann das erkennen. Ich habe ein Paddel bekommen auch. Ein Paddel? Mhm. Aus dem Baumarkt. Ich habe ein Dings bekommen. Ei? Schuh. Ich habe ein Ibuprofen. Ibuprofen? Ibuprofen. Mein Freund heißt Ibuprofen. Der war Gefängnis. Und meiner ist Yari. Auch. Ich habe mir mal einen Pony gewünscht zu Weihnachten und einen Hund bekommen. Ich habe nie wieder mit meiner Mama geredet. Er ist dann noch geritten. Heute schon mit Fritten. Ja. Spitten. Und Ketchup auf den Filten. So haben wir gelernt zu spitten. Keras und ich. Das hat aber keinen Gefallen. Das hat alle Welt gelitten. Und heute sind die, wie wir uns selber gegenseitig fickten. Manchmal, aber nur manchmal. Ende. Ich glaube, wenn die Polizei uns abholen würde, ne? Die würden kein Wort verstehen von dem, was wir labern. Ist ja auch nicht Femm, deswegen gehen wir uns doch nicht ernst. Wir sind die Illuminaten. Wir sind ja da Vinci Code. Wie viele Gehirnzellen abgestorben, dass sie uns schon verstehen würden jetzt mittlerweile. Kann ich nachher Kuschel socken? Kuschel socken? Ja. Meine schon wieder? Ja. Wenn da nicht wilde Fußnägel drin sind. Nein. Und wenn die Craig vorher nicht hatte? Den Fisch gewaschen. Hast du die Gewascheln? Ja, Fisch gewaschen. Wir haben eine neue Waschmaschine. Ja. Ui, seit wann das? Die ist richtig cool. Ja, die ist geil. Manchmal stecke ich Mila da rein und fällt die Achterbahn mit. Ja. Und dann kotze ich manchmal. In die neue Waschmaschine. Bisschen kalt sich, denn hat aber noch niemanden geschmeckt. Na klar, riech mal meine Jacke. Voll gut. Boah. Kein Wollspüler. Riecht ein bisschen nach Sonne, Bume. Das ist der Schild. Wo sind eigentlich unsere ganz vollen hin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Seitdem Liebesgedicht ist irgendwie bedrückte Stimmung hier im Park. Aber eigentlich sollte die Dachgedicht die Stimmung aufheilen. Ich glaube, alle sind weinend vor Freude. Ja, aber sicherlich. Die sind bestimmt im Gottesdienst bei Kirche. Wegen Weihnachten. Ach, die warten auf Mila, damit die wieder Liebesgedicht vorträgt. Oh, ich kann nicht mehr. Also langsam gehen wir die aus. Aber wir fanden das so schön. Ja, das hat mich echt berührt. Und das hat mich hart gemacht. Da muss ich neue Seite suchen. Das macht mich glücklich in meinen Hosen. Was hab heute Abend. Du hast echt ein Talent dafür, voll reinzuscheißen, Mila. Gut? Ja, warum? Weiß nicht. Das hat uns doch eingefallen. Willst du mal ein Bild sehen, wie Mila reinzuscheißt? Ja. Ich hab eins gemacht. Für die Weihnachtsgarte. Dati, die Lippenstifte auch auf der Stirn, ne? Was gehst du? Jetzt wird's langsam schwer. Boah, voll warm. Komm. Uns ist egal, ob du stinkst. Ich stemm 300 Kille mit den Beinen. Kein Problem. Deine Lippen sind ganz schön nah bei meinem, Mila. Jetzt gleich steh ich auf, dann fahr ich auf den Boden. Dann kommst du wieder. Komm schon, Tante, setz dich. Setz dich auf meinen Daumen, dass noch keiner wohl noch gefallen. Bist du dir sicher? Frag Mila, ich drehe die immer. Wie ein Döner-Schwies. Boah, jetzt wird's schwer. Geil. Wir sollten das öfter machen. Ihr zwei auf mein linke Bein, Tante auf mein rechte. Irgendwie gleich schwer. Und ich gleich in den Nacken rum. Das war nicht so gemeint. Jetzt muss ich weinen. Nee, nicht weinen, sonst siehst du gleich nichts mehr unter deinen Skibrillen. Genau, dann beschlägt die Aune. Wo ist eigentlich der Onkel? Der Jonathan. Im Krankenhaus. Ja, der ist mir voll reingefahren. Ach, der hat sich seinen Fuß wieder gestoßen. Der hat Flick Flick Overdeck genommen. Weil ich euch meine Geschichte über die Monatalen erzählen, als wir klein waren. Mach, mach. Juni. Ach so, ja. Der heißt eigentlich Jonathan, nicht Juni. Der macht uns auf Gangster. Als wir klein waren. Jesus Christ. Mein Chrysler. Als wir klein waren, haben wir Fussteck gespielt. Fußball. Und der hat meinen Dings gekloht. Bearblade. Der Hohensohn. Wow. Mein Chrysler. Mein Chrysler. Und dann wollte ich am nächsten Tag wieder mit mir Fussteck spielen. Auf dem Bullsplatz. Aber ich habe den Dings kaputt gemacht. Den Fußball. Weil ich war sauer. Und habe Beton da reingefüllt. Ja. Wir waren bei Hohensohn stehen geblieben. Dann habe ich den Ball in die Mitte vom Feld getan. Und habe gesagt, Jonathan, komm, ich gehe ins Tor. Weil ich bin im Fertsack. Schieß mal. Dein Prothese ist voll weit geflogen. Was war das denn? Das war der Nashornlach. Neuer Lachstil. Ah, Tiefkühl will es sich setzen? Setz dich da. Sitzen erst drei Leute auf meinen Beinen. Mein Chrysler. Ja, okay. Ah, gut diese, gut diese. Jetzt gleich muss ich mich mit den Händen abstützen. Wir machen V-Form. Warte mal, du bist der Weihnachtsmann. Du bist der Weihnachtsmann in Megamall. Ja, ich habe heute einen Dingsack. Mein Chrysler. Ich wünsche mir einen Pony. Du kriegst doch morgen einen Pony. Work me. Ich möchte einen ein. Aber erst kriegst du einen mit der Rute. Okay, dann kickst du auch deinen Penispumper. Was sollst du das nicht sagen? Das wäre die. Ja, warte. Zuerst soll ich das sagen und jetzt nicht mehr? Nein, du musst Augen zwinkern. Was zum Teufel. Wir sind ein ganzes... Was zum Teufel. Wenn uns einer sieht, ne? Mach mal ein Foto. Ich brauche auch eine Penispumpe für Finn, den Schlappschwanz. Du kannst dir meine ausleihen. Geil. Ich bekomme morgen eine. Cool, cool. Mach Foto. Mit dem Tiger in den Club-Logo. Soll ich Foto machen? Ich habe gute Kamera. Ich mache Selfie. Ich war das nicht. Mach Foto tiefkühl. Das dauert. KK, ich habe mehrere. Ich habe für Masse... Masse Rapport. Und dann lad das hoch und sag Junkie Park wünsche ich pro Mario Crizen. Die hat bei dieser Eis-Seite bestellt. Der Browser hat gehandelt. Gibt fünf und bestellt. Oder 50. Die hat sogar einen kleinen Arsch-Ventilator dazu bekommen. Scheiß-Gugel-Silver. Als Werbeschenk. Boah, ich muss schlafen. Ich schlafe wieder so ein Schlappschwanz. Warum das? Ich labbel nur Scheiß-Golden. Ja, das ist den ganzen Tag schon scheiße. Keiß Google-Silver. Immer hängt es das auf. Besser auf Chrome updaten. Plus eins. Hey. Morgen. Geht gleich los. Mila, nimm den Fuß aus meinem Gesicht. Wir spielen keinen Twister. Hatte ich gar nicht. Rechte Hand auf Rot. Das muss auf deinen Kopf. Jetzt stellt euch mal vor, ne? Einer fällt hier vorbei. Und wir sitzen und der steigt aus, so ein Gangster macht uns mal Ansatz. Wir haben jetzt mal eine Brunne in das Hände geklaut. Und wir sitzen da für ihr Fettwissen. Und wir so, Merry Christmas. Wie kann man sich von uns was klauen lassen? Guck uns an. Wir sind die größten Idioten. Das funktioniert immer wieder. Mein Christus. Deswegen sind die Cops auch noch nicht hier gewesen. Doch, die waren schon hier. Ja, aber die haben nur gefragt, wie uns das geht. Der Pfisch war hier. Gestern war auch eine Frau hier von Polizei. Die hat geredet so. Ja, Junge, ihr seid so dreckige Asis. Wie könnt ihr die Leute abziehen? Das stimmt doch gar nicht. Doch. Stimmt. Wir machen das nicht. Doch. Das ist die Nachtschicht. Ja, ich war auch dabei. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Klar, du warst vorgestern dabei. Da hat das Breitwinkelobjektiv drauf. Ich muss kurz... Nein! Nein, der Turm bricht ein. Nein, nein. Halt durch. Geil, zwei Bitches. Das ist mein Oberschenkel. Bitte? Hi. Hui. Das ist ein schönes Versuch geworden. Mein Freund, der Harry, ist unterwegs. Hast du seine Nummer? Nee, aber der Önkel hat mich anrufen. Wenn ich jetzt aufstehe, habe ich den, das ist der Ärsche. Der fährt ja beim Önkel mit, soweit ich weiß. Ja, okay, dann... Wenn ich jetzt aufstehe, habe ich den, das ist der Ärsche. Äh, ja, okay. Also, bei dem könnte ich immer den Turm machen, das mal nicht. Alles klar, okay. Okay, tschüss. Bis dann, tschüss. Wird warm im Wacken? Ja. Brich ein bisschen nach Klärwerk. Ui, ist das ein schönes... Ui. Wenn wir uns jetzt alle zusammen rollen, ne, wären wir ein riesengusser Schneeball. Da hast du recht. Lasst euch die ganze Stadt fahren. Lasst einen Schneemann bauen, dann rufen wir Flair an, der bringt die Möhre vorbei. Merry Christmas. Habt ihr euer Bluetooth an? Nö. Ich hab' nicht mal WhatsApp. Ja, mach das trotzdem. Sieh'n Rucksack aus, wenn du mitm Reldes. Hält's den Mund. Milande hat mich beleidigt. Gar nicht. Hast du Beweise? Du hältst einen Schmutzmund. Genau. Du hältst deinen Schmutzmund. Fällt dich und deine Sippe. Süße. Süße. Hi, na? Hi, na? Hi. Dein Freund oder Freundin, ich weiß ja nicht, wer was ist, aber er hat gesagt, er ist mein Bestes mit Freunden. TK ist die Bitch. Ich bin nicht die Bitch. Du? Bin es die Bitch. Hab genau gesehen, wie Bartemeister der Pfinden dir im Nacken gepackt hat. Nein. Ben hat aber auch mehr so eine weibliche Ader, finde ich. Vielleicht fühl mich dir sehr verbunden gerade. Echt? Aber du bist da hinten. Ich bin da hinten. Hast du ein Knickel in der Linse? Du bist da hinten. Du hast einen Knickel in der Optik, sag mal. Du tigst den Demba. Ich die Brille sauber. Oh, das ist mein Kressler. Ich freu mich auf mein Geschlecht. Hoffentlich bekomm ich alle geholt. Dann kippe ich mir morgen einen Hintritt Binsen. Demba, bist du dabei? Ja. Machst du mit Binsenkippe? Ja, ich mach... Morgen? Ja? Nein, ich bin bei Tante Unuku in Togo. Togo. Du stellst schöne Füße von mir. Ja, ich mach Foto. Ich kann leider nicht kommen. Mila lässt mich nicht raus. Ich geh Skifahren. Du kannst machen, was du willst. Du gehst kein Skifahren. Ich geh Skirlaub machen. Nö. Ja. Ach, stimmt. Du hast ja bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, ne? Ja. Bei dem Red Füße Contest. Stimmt. Beim Heiraten. Bei dem Red Füße Contest. Nein, beim Heiraten hab ich das gewonnen. Ach, beim Heiraten. Arme Schlucker. Der macht mir nie nen Antrag. Wir sind seit 10 Jahren verdorben. Was ist das denn? Warum wollen wir in deine kurze Hose? Hey, ich dachte, ihr seid schon verdorben. Tag zusammen. Nimm Plan. Du gehst nicht mehr kurze Hose an. Ich glaub, du warst schon lange nicht mehr draußen, Kollege. Hast du keine Fenster zu Hause? Der Thermos-Trumpfhose. Hure! Ich war mit Memo in der Wald in der Survival-Training. Ja, kannst du nach unten? Mir sterben langsam die Beine ab. Nö. Kommen Sie drauf, Erk. Kommen Sie drauf. Setzen Sie sich da her. Nein, ich haue noch. Lach für alle. Brauchen Sie nen Update. Nee, also Update für euch. Ich hab Memo im Wald verloren. Oh nein. Hattest du kein Dings mit? Ziegenascher? Nee, ich hab den verloren. So kann man den beschwören, den Memo. Der Memo ist fleißig im Wald Leder für mich am Sammeln. Hui, so ein Feinig. Aber du hast ihn verloren, das heißt, du kriegst es nicht. Und der Memo so, wow! Ich geh den gleich wieder suchen, alles gut. Er hat sich einiges verändert. Er hat sich einiges verändert. Er gibt sich stets. Ja, wir sind jetzt die OGs hier. Wir sind die Raupeln. Wir sind die Raupeln. Und die einzigen noch. Gut, wo ist der Rest? Merry Chrysle. Den haben wir Punk-Verbot gegeben. Hure. Alles meine Autos jetzt auch. Also, darf ich also noch hierbleiben oder nicht? Wenn du keine Hunde mörderst? Wenn mich kein Hund angreift? Ich stehe jetzt auf, dann habt ihr alle nasse Ärsche. Oh, ich stehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Gehst du schlafen? Warum? Bräutel? Das ist nicht mein Day. Wie? Wie spielt es das? Äh... Einfach schon 11 Uhr morgens. Eine Nacht noch, Mila. Dann bist du im Ski-Urlaub. Und ich stecke meinen im Glühwein rein. Ui. Zimtstange. Okay. May of Chrysle. Haut rein. Tschüss, Dama. May of Chrysle. Schett, sag eh nie hallo, weil alle müde sind. Ich auch, ich auch. Was wollen sie? Hey, alles gut, alles gut. Ich habe Hunger und Durst. Ja, sehr... Oh, Mila. Ist okay, Mila, ne? Ja, ja. Das war mal eine neue Erfahrung. Hä, warte mal. Wer ist denn? Echt? Ich will zu Weihnachten. Mich hat der True von der 56 angerufen. Weiß nicht. Ja, das ist nichts Neues. Und der Kitzfrau. Wann hat er eine Prank anrufen? Nee, das ist auch egal. Die sind richtig sauer von. Am 19. Ja, die sind sauer. Soll ich ihn mal anrufen? Mach doch. Ich habe auch versucht, ihn anzurufen. Warum? Wegen Freundschaftskündigungsvertrag. Ist besetzt. Warte. Ich sehe das in dem Verlauf. Soll ich dich aufklären, was da passiert ist? Ja. Wir hatten so einen Anwalt, der wollte jede Woche 150.000. Da war ich Ding, das weiß ich doch. Genau, das weißt du noch. Dieser Linktyp, ne? Ja, ja, ja. Und blablabla. Blubb, dann war die Gerichtsverordnung und er die Jungs sitzen lassen. Der kam nicht. Ja, mich auch. Ja, genau. Und dann hat Bademeister den verraten. Aber der hat außer den Logen mitverraten. Legenden besagen, dass die Schicht vorbeigekommen ist. Der hat den Logen von einem Sack Zwiebeln aufverraten. Juhu. Dann waren wir bei denen. Wir haben das so geklärt. Der hat eine Bademeister zugegeben, Wahrheit gesagt. Hat gesagt, dass wir das klären. Und dann war der Janna Kahn da ab vom Kiez. Und dann hat er uns angebrüllt. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Und macht ihr auf über krasse Gangster und blablabla. Hat 20 Mal Luft geholt bei einem Satz. Ist komplett an Deck gegangen. Hat beleidigt. Das Wort mit S. Das ist nicht gut, ne? Mit S? Ja, das was man nicht sagen soll. Wenn man nicht political correctness redet. Mal mit den Kiezern. Auf jeden Fall hat er uns mega viel leidigt. Oh, ich dachte, wir sind ein bisschen außenweig. Ja! Auf jeden Fall hat er uns mega viel leidigt. Was hast du gewonnen? Hat sich auf dem Handy wieder eine Seite geöffnet, dass du Millionär geworden bist? Ich glaube, der Wald ist komplett abgeholzt. Ich kannte das Meme mit Merry Christmas schon vorher. Aber ja. Die wollen bis in der Lübe. Der hat mich wieder erweckt in mir vor ein paar Tagen. Nicht schlecht. Ich muss die gießen. Oh, Tank, du nimmst das Blatt. Ja, ist okay, Milan, ne? Ja, was denn? Mhm. Ja, ich sitze auch bei dir. Auch mal bei einem wahrhaftigen Mann auf dem Schuss sitzen. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber bei Teka ist es nicht schlimm, weil Teka, der mag Melner. Vielleicht ist das Tano? Nö. Hm. Du hast Lipgloss drauf, Junge. Was für Tano? Hab ich gar nicht. Himbeere. Himbeere Marzipan, Junge. Ich rieche das. Das ist durchsichtig. Du musst gut riechen. Ja, aber deine Lippen glänzen. Guck mal, Jiffke finden das auch keine. Das ist Chipsfett. Das ist Chipsfett. Nein, ich esse keine Chips. Ich mag auch keine Chips. Hast du kein Tütchen? Nö. Na, Krizzler. Ja, sonst war, sonst mega viel passiert, aber... Weißt du ja nicht, wann du das letzte Mal aus der Bude kamst? Ja, mit dem Anwalt hast. Ja, dann hast du... Boah. Boah. Boah, hast du viel verurscht. Ich war aber im Wald, aber nicht in der Bude. Hm, welches Lapp, wisse? Im Wald? Von Burkhard? Wir haben auch noch Stoffteile gesammelt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, TK. Oh, oh, oh. Ich dachte, du bist mit mir, Fahrtwindern. Jung. Gab Probleme. Warte mal, wo ist die Raupe? Oh, wir wollten für Cody noch ein Dixi-Klo klauen. Ach, stimmt. Scheiße. Und die Raupe ist weg. Ja, doch, wir sind noch da. Die Raupe ist weg. Welche Raupe? Ja, unsere Raupe. Ich dachte vorher noch hier. Echt? Wer hat die geklaut? Ich nicht. Mila? Ich nicht. Du hast zu schnell dich nicht gesagt. Ich hab aber auch gar keinen Schüssel. Du bist verdächtig. Ich hab keinen Schüssel. Verdächtig. Ich hab keinen Schüssel. Vielleicht hast du den von Kack. Oh, mein Freund. Oh, mein Freund. Und du schaffst einen Last-Coo-Choo. Was? Du schaffst einen Last-Choo-Choo. Was? Du schaffst einen Last-Choo-Choo. Mein Freund, es ist das A und das Z. Aber ich hab den gut erzogen. Ja, ich kann mal ja nicht. Habt den geblieben. Also, lecker. Wer soll jetzt Feuer sprühen auf den Kiet? Gesundheit. Gesundheit, langes Leben. Gesundheit. Ist der Popel mit rausgekommen? Den du schon seit zwei Mal in Spaß hast? Nee, den Lasten. Hey, Chris. Wo ist denn das? Die sind... Ein paar machen Inventur. Mit den Sachen. Ein paar... Ein ins Krankenhaus. Nee, der macht Oreo-Schiss. Oh je. Achtung. Darfst du Maxwell, den Bademeister? Lazda, da kommt der Mazda. Ich trau meinen Augen. Nee, der Mazda rette ich irgendwo eine Verunfalte. Komm her, lass dich drücken, Junge. Ja, 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 komm her. Bisch aus dem Wald. Bisch aus dem Wald. Ich hab den Memo verloren. Wie? Er hat sich verlaufen. Eieieie. Der meinte auf einmal, er geht alleine in den Höhlen erkunden und so und das geht nicht gut. Hoffentlich wird er gefressen. Kann mich jemand zur Verbarstelle fahren? Nein. Kann mir jemand rumgehen? Ich kann kein Auto fahren. Ich hab Hunger und Durst. Ah, ich muss noch kurz vorhin. Bis gleich. Da musst du aber... Ja, ich würde gerne mal wieder Auto fahren. Ui. Ich hab Käsekuchen, den teile ich nicht. Sind alle auf meinen Schuss? Ja. Ich bin in Claire. Willst du das zur Verbarstelle, dann fahre ich mich da hin. Ja, Moment. Gib mir Kuchen. Will, du machst was, Lady. Ich rieche nah an deinen Füßen. Gib Kuchen. Hat der mit mir geredet? Ja, na klar mit dir. Bitch. Ich darf das zweimal am Tag sagen. Ach so. Ach so, Digga. War das jetzt schon das erste oder das zweite Mal? Ich glaube, das war heute das siebte oder achte Mal. Oha, hast du Geld dabei? Da kann man Not malen. Da hast du Not malen. Ich lebe hinter dem Mond. Hehehe. Vorsicht wegen Aquaplanung. Wir haben Schnee und kein Wasser. Ja, wenn ich zu schnell fahre, dann schmilzt es. Ja, aber dann simmelt es schon weg. Ach so. Ja, auf der Rückfahrt. Vorsicht beim Zurückfahren dann gleich, ne? Na, ich küsse. Wünsche ich dir auch, FCK. Schick ein Auto. Was ist unseres? Ich glaube schon. Gut. Ja, der kann mir das nicht rausholen. Warum nicht? Weil alles voll erholt ist, das. Ja. Das Tor, Alter. Dann haben wir ein Problem. Da muss ein Abschlepper rufen. Ich ruf voll zahlen. Abschlepper, wofür? Ja. Ja, weil man kann kein Auto, hm? Der sagt, der Fahrplast ist zu voll. Ihr macht euch jetzt, wenn der Klinger weggefahren ist. Ja, aber okay. Oh, der ist frei. Ja, aber jetzt zackig. Warte mal, wer war das Nummer? Klinger. Ist alles mit dem geklärt? Ich meine, ja, das hast du alles geklärt. Das ist gut. Ja. Mönö. Der hat mich schon wieder angeschrien. Aber du hast nicht zuverlässig Interesse an der Mariette, oder? An was? Mariette. Mönö. Hi. Aber ich kann einen Tipp geben. Was? Und zwar? Der auch, auch. Der Logan. Ich glaube, ich sucht einen. Der sucht aktiv. Wissen schon, ja? Ich glaube schon. Weil dem wurde mal eine weggenommen. Machen wir jetzt so Kolonne damit? Ja, das hat die mitgekriegt. Ich glaube, der will einen haben. Ich meine, die haben da mehrere auf Lager gehabt. Weiß ich nicht. Müsst du den mal fragen? Okay, bis gleich. Ich frage mal nach. Okay. Tschüss. Danke, auf jeden Fall mit den Tipp. Der kann, der schreit mich an. Ja, dann komm. Okay. Oder du rufst die Cops. Nö. So wichtig ist dann, was willst du überhaupt haben? Ich will meinen Bulldozer holen. Ah. Was machen sie, der Herr? Warten, bis das Tor auf ist. Das Tor ist auf. Okay. Hogwarts. Hogwarts. Tschüss, da will ich mich nicht hören kannst. Ja, hast du mit dem Bulldozer einen Teich gebunden? Dann können wir Stittschuh laufen. Na, wir bauen einen Park bis denn nun. Ja, warum ist das noch nicht passiert? Weil ich bin, ich muss noch planen. Ich male gerade wild. Was hast du dir so vorgestellt? Mit dem Brunnen weg und dem Riesenschwanz. Den Brunnen weg? Ja, und dann den Riesenschwanz in Gold. Mit dir mal. Okay. Von dir das Abbild oder von wem anders? Besser nicht von mir. Siehst du, ist unser Auto. Ja, 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 das war der Max. Platz da für den Mazda. Heiz mal. Lacht aber seine Bitte. Der hast du doch gerade gesagt. Nein, er heißt Derek. Derek for real? Bitch. Nein, Derek Morgan. Ach, Eric. Nein, Derek Morgan. Ich setze mich einfach mal real. Wohin? Ja, okay, er muss dir beklären. Hier, ich bin jetzt das neue Obergeschoss. Ach, du kannst gar nichts. Ich kann den Bulldozer nicht ausparken. Bissen die Chicks auf meinen oder deinen Schuss, hä? Auf deinem Schuss jetzt geht nichts. Doch. Halt die Schnauze, September. Du kannst dich mal bis 60, dein Kollege. Ab 57 schläft's halt auf. Mila ohne Rauper können wir kein Klo klauen. Ähm, wie wär's, wenn wie Cody sagen, wenn seine Gäste auf dem Klo wissen, können die hier zum Junkie-Klacklappen. Oder wir fahren mit meinem Auto hin, wo eine Schippe dran ist und dann buddeln wir den Kackloch. Oh, ja. Für 10.000 Dollar. Aber im Laden? Genau, im Bumms-Klo. Im Laden? Ja, genau, im Bumms-Klo. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Bumms-Klo. Klass, Gangster. Im Bumms-Klo. Du hast aber Bumms-Klo gesagt. Ja, du bist so mein Klapp. Wie kannst du die zwei Sachen nur verbinden, du ekelhaftes Schmollen? Warum wohl? Ja. Was soll das denn heißen? Gut, das wird mir hier zu abstrus. Ich packe meine Tasche und die Memo suchen. Schon eine Zeit, der Applaus. Schon wieder? Hat er ja lange gehalten. Nee, ich die Memo suchen. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Warte, ich hab noch... Happy Crosler. Was denn? Happy Crosler. Ich hätte noch ein Gedicht absagen können. Na, mach nicht. Endlich ist der Xer wieder weg. Dann hätte er wenigstens einen Krollen. Boah, was machen wir? Hi. Shops machen. Shops überfallen. Shops überfallen. Ich hab ne Taktik. Ich muss BB, ich lass laufen, ja? Um Gottes Willen. Mach dich weg hier. Ach mal. Ich glaube, es geht los. Ja, stimmt. Ja, ja, Schotti hat gewonnen. Wir haben den komplett ins Finale gepusht. Also komplett bis zum Sieger. Oh, die können einen Laden ausrauben. Wir machen eine Schicht. Und dann sagen wir, wir sind nur Geisel und der Kiez hat das gemacht. Nein, das machen wir nicht. Das ist ne gute Idee. Gefällt mir. Wir sind dabei. Wir gehen doch nur auf die Bärlosen. Ja, deswegen doch. Der O-Shotty muss noch singen. Und zwar live. Was können wir machen? Freundschaftskönigungsvertrag schon fertig. Wir brauchen jetzt ne gute Idee. Ja, komm. Wir gehen in den Shop. Ja. Machen wir in den Shop. Aber wir landen in Herbst. Nein. Ich sag euch. Ich kann mich kurz umziehen. Das? Wir schicken ein Schiff rein und alle anderen wagen im Gebusch. Nö. Nö. Du. Nö. Tante. Ja. Nix. Ui. Nix. So, ihr Motherfucker. Jetzt gewinnt einen Zugriff. Okay. Was rauben wir aus? Nen Likostor? Wir rauben alles aus. Okay. Ich bin drei. Ich bin auch drei. Haben wir Masken? Haben wir Masken? Mit dem Guardian. Ich hol den Guardian für uns. Okay. Nein. Hallo Lursch. Javi. Ich grüße Sie nochmal. Ich bin hier gerade mit dem Film. Okay. Teil davon. Was? Ich bin hier gerade mit dem Film. Und mit dem Film. Und wir haben hier gerade die Fahrzeuge und wir hatten nochmal eine Liste gemacht. Was für eine Liste? Na, die Liste von dem Bestand. Ja. Wir brauchen aber eine neue. Eine neue? Ja, das wollen die machen. Okay. Also hast du die alte nicht mehr. Nö. Okay. Gut. Gut, dass wir die gemacht haben. Ja. Dann machen wir neu. Alles neu. Alles gut. Neu machen. Ja. Okay. Tschüss. Ich mag den, Harry. Der ist mein Freund. Ja, Harry ist, oh mein Gott. Harry ist der, der alles Bunker ist Mule. Aber der hat mit uns im RPG nichts zu tun quasi. Der macht sein eigenes Ding. Wir machen das. Wir machen das, der ist mein Kind. Wir machen das, der ist mein Kind. ich habe eine taktik kämpfe haben wir in den shop ok lecker so welchen in ist halt ja ja wer geht rein wer steht schmiere ich steh schmiere ich steh schmiere nein ich kann sowas nicht über seine bitte lacht noch mit ihm durch ich kann ich habe keine maske ich gebe dir meine luft dadurch ja ich habe nämlich auch keine maske jetzt habe ich keine maske sie dir von empfangen als mauer ich werde jetzt einen sauberen zugriff sehen ich habe euch mal ich sehe alles die jüte alte bombe ich schlafen die da vorne den nikos doll in dem beruf oder vielleicht mit dem zugriff ausfällt wer geht rein tk du lässt mich leicht alleine ich gehe mit rein alles gut ja alles im griff kollen wir auf mein nokia wer wir stecken uns tante ja schnell wegfahren die dreckigen kriminellen die dreckigen buch ihr seht uns keine ihr seht uns keine beißen die machen blöde wir haben echt gutes versteck wir haben echt gutes versteck ja finde ich auch angst potter wir sieht uns keiner ich rufe micha an ja und du ich habe keine Angst ich bin draco merfoy blunde haare das heißt träum weiter ja ich sag euch bescheid wenn ein polizei kommt mhm ja schneller mann schneller los ich will die kohle sehen mother fucker bleck sei null dann gibt er schneller raus spiel mit dem kaugummi in deinem mund der kann mich gar nicht sehen warum mach schneller jetzt hör auf ihn an zu gucken guck mich an was geht denn da drin ab der wichser schaut auf franz josef und sagt teker der soll mal ne flasche eierlikör mal bringt für morgen nimm mal ne flasche eierlikör für heinrich mit bitte heinrich du weißt schon heinrich den guten ja ja und für anneliese auch für anneliese auch mach doch schneller jetzt man ich raste aus tanker hat gepupst ich schicke dich straight zur helle wenn du nicht schneller machst ok schuf an mir milde was ist mhm das ist romantisch hier warst du schon mit dem june hier nein warst du noch nie auf dem berg der ist nicht romantisch na klar nein oh oh da ruft gerade an da kommt die polizei hi hallo ja hier fliegt was hier fliegt was polizei heli heli polizei da fliegt weg ich glaube du fliegt weg ja jetzt zu spät jetzt schon ich bin schon draußen ja dann wird park wieder kommen komm schnell schnell feipo feipo nein ich sitz draußen alles gut feipo nein ich sitz doch nicht draußen feipo ja geht doch gleich los feipo ich sitz ich sitz feipo mein voll frei erst mal kurz park fahren das johnny ok nehmt mal mit ja also wirklich ich glaube der hat mich erkannt hier wir gucken mir nur zu wie ihr guckt mir nur zu verfeift euch wir unterstützen sich ich verfeift euch nicht weit gekommen um park schnee schnee schneid sag mal kannst du auch normal fahren hier halt die klappe du assi bis gleich also mila wir gehen jetzt mal den überfall durch wir haben die beute drinnen vergessen und ich hab rum für 1500 dollar gekauft ja was denkst du denn da da vorne da vorne das pin das ist doch mein schatz pinny komm wir machen shops schatz was machen wir wir machen shops baby ui voll süß wir kriegen hinten drauf wirklich ja wir brauchen geld welchen sollen wir gehen hey darling das war cringig ah na schatzi ich bin keiner wo sollen wir hinfallen ich weiß ich bin zugriff ja und ich geb mir da wir warten weislichen beistand ich kann das noch nicht das risiko aber mein skiurlaub ich kann zu mir dann gehe ich für dich du gehst für mich ja in skiurlaub ich gehe schlitten fahren ach so ich dachte du gehst rein ne wenn Polizei kommt dann komme ich auch dann können wir uns dann eine handschelle tun schnee 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 ich hab diese ampel eh immer gehasst ich auch das ist hässlich die geht immer so schnell aufruf los 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 was ihr könnt mich rufen wenn ihr waffengewalt braucht teeka raus mit dir teeka teeka ach so diga wenig shots wenig shots mit dir weミ anderes mit dir ja hallo tika kopfauern was denn was denn was denn oh boah das ging schnell wir müssen auf die krawaten Jetzt schreist du. Ich kann nur sagen. Was denn? Ja, Max. Was redest du da? Ich versteh dich nicht. Ich hab Untertitel aus. Hast du schon wieder Steine im Schuhn? Ja, Kieselsteine. Schatz ist müde. Kein Tink-Gepäckchen vor euch. Schatz ist müde. Boah, hau ich mir nachher, Kieselsteine. Herr der Ringe. Da würde ich den einen Apu und den anderen Wall nennen. Ui. Ui. Apu, der von Simpsons? Ja. Apu. Möchte drin sitzen und nicht draußen. Ist kalt. Du hast geh nichts. Ich danke. Kleckerei. Gibt's manche Kleckerei. Ich hättet alle Ladies im Auto. Ich hättet alle Ladies im Auto. Du schmähl du Milch. Machst du mancher Knitsch. Eine riesengroße Kleckerei. Eine riesengroße Kleckerei. Eine Weihnachtskarei. Eine Weihnachtskarei. Eine Weihnachtskarei. Ich wollte nur, dass du ein gutes Gefühl hast. Und dich nicht schlecht fühlst, weil du was Falsches gesungen hast. Dann fühlt er sich schlecht, weil er sein Geburtstag vergessen hat. Halt die Schlaufe. Wo ist denn? Wo? Hey Ticker ey! Oh Mann! Silder Tanken klangst. Seid wo denn? Wui! Ich bin da, ich bin da. Ey, sag mal. Der hat mir meinen Platz geklaut. Der Fini friert. Was ist denn denn? Ich bin mit dem Wärmtheker. Sag mal Finn, wann ist denn jetzt die Hochzeit? Neuer. Ui. Die Staatsanwälte hat momentan zu. Ey. Mach dir dann Doppelhochzeit mit Curtis und Milam. Ich glaube, wir haben doch schon geheiratet. Wir müssen nachher so mit feiern. Aber ihr müsst noch feiern. Wo fangen wir hin? Und wie ist der Shop gelaufen? Voll Erfolg, oder? Fangen wir hin? Den Nächsten. Wir haben Bock. Wir gehen rein. Wir gehen einfach alle rein. Wir verschanzen uns. Nö, kein Bock auf keinen Namen. Warum? Das ist doch was Feines. Heute ist Sonntag. Heute ist nicht Sonntag. Ui. 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 Tuduk. Ui. Sag mal. Ich war das nicht. Mach A. Keine Schuld. Das riecht schon. Mach Brumpfgeschrei. Bum. Wie hieß mein Nazgul nochmal? Flippung! Äh, Sarlililov! Ja, das ist er! Sarlililov? Ja, ich hab den für den Nazgul! Kein Fall für OV, Boss! Erzähl, Boss! Vielleicht kriege ich bald noch einen. Den nenne ich Todesschwinge. Oh, Deathwing! Geil! Hier müssen wir jetzt richtig rein! Go, go, go! Los, Mila! Dein da! Mach mal Finn! Du willst mich da drinnen jetzt nicht im Stich lassen! Komm jetzt! Mir ist noch kalt! Ich muss mich noch ein bisschen aufwärmen! Halt's Maul! Ja, los! Boah, hier ist schon wieder grad ne Geiselnahme! Warum ist die ganze Chance leer? Hallo! Ähm! Los, los, gefettis! Du dummer Wichser! Ey! Die können doch nicht abbrechen! Die können doch nicht abbrechen! Die können doch nicht abbrechen! Wollen wir ein bisschen schneller fahren! Ja, komm! Lauf, Dicka! Ja, komm! Ach, Hu! Ein Feini macht dir ein Feini! Ui! Ja, TK! Komm, ein Stückchen noch! Ein Stückchen! Ich fasse jetzt ins Lenkrad rein! Ein Stückchen noch! Nö! Bleib stehen, Curtis! Ich trete auf die Bremse von hier aus! Mann! Milla, ich bin stolz auf dich! Ey! Warum? Du ein Wichser! Du hast die 100 Metern, 2 Minuten 30 geschafft! TK, keine verrückten Kraulen! Mhm! Ich sitz drinnen! Du Wichser! Hasse dein Leben! Und deine ganze Sippschaft! Bila! Nimm das zurück, du Arschloch! Ganz sicher nicht! Johnny, tritt da gegen das Schienbein! Ach ja? Wenn du die trittst, dann fahr ich die Klippe holen! Aber Milla sitzt da auch draußen! Na und? Dann sind wir alle tot! Lass mal Fröschequetschen gehen! Ich hab ein Airbag hier hinten! Deine eigene Wumpe? Ja! Ja, so Kühlschubsen gehen! Ohne Witz, ne? Hier wird so gut ne Tauchschule hin passen! Oh ja! Boah, so ne Tauchschule hin, ne? Wollen wir schwimmen gehen? Wie würdest du die nennen? Was machen die Russen immer? Ich würd die nennen CMD-Krieger! Milla! Milla will tauchen gehen! Du darfst beginn schwimmen! Dann beginn schwimmen! Morgen ist Weihnachten! Morgen gibt's Geschenke und Alkohol! Finn, was sagst du zu Alkohol? Oh, ich muss nur mir duschen! Geil, geil! Wiii! Duschen ist für Loser! Ich lass mich duschen! Das ist hip! Ich dusche erst, wenn alles juckt! Vom TK? Machst du Champagner duschen? Achso, Naturdusche! Ui! Das ist ekelhaft! Wir haben Regentonne! Richtig! Und dann machen wir noch Yoga! Mhm! Und lass unsere Arsch aufs Sonnen, weil das hilft bei der Energie! Richtig! Könnt ihr die Schnauze halten! Warum? Was labert ihr? Was habt ihr erst am Liedchen? Ist doch schon! Ist schon! Ui! Zeig mal! Irgendwie Pussy! Ich... Ich... Ich würd' meinen Poloff noch eist out machen! Habe noch keinen gefunden, der das macht! Schmierl doch Glimmer drauf! Ich mach das! Hilfst das? Ich lass mir ein Spinne zatowieren! Aufs Arschloch! Morgen ist Weihnachten! Ich wünsch dir, ihr würdet aufhören zu reden! Warum? Weil sie neidisch ist! Neidisch! Weil du nicht so ne Intime Pärs beziehen hast! Nein! Ihr lasst schon ihrem Pubbeln Ruhe! Eist out Popo! Eist out Popo! Eist out Popo! Mhm! Das ist der reale Shit! Ach so, Digga! Wo sind denn die ganzen Leute? Keiner am Bearbeiten! Die feiern schon Weihnachten! Weil sie sind wieder befiegt und wir sind die nicht hochreden! Ja, hier vorne! Hier! Aber es darf keine Polizei kommen! Ich fall dir nicht gerne! Was gibt es nicht? Wieso? Du kannst die da einfach wegbrettern! Ui! Da hab ich gar nicht dran gedacht! Rein Zugriff! Bin er jetzt alle rein? Nein! Kein Knick Flip! Dankeschön für den Raid mit 62! Keine Kuppa! Du bist kein Kuppa! Stimmt! Du bist der mit der Villa! Und wunderschönen guten Abend! Genau! Scrollt der Tag links nicht runter! Hallo! Ui! Wow! Was machen wir? Ich glaub wir müssen die Polizei rufen! Ich glaub auch! Fallooo! Hey! Kokoloko Wasser, ne? Ist noch besser als Milch! Kokoloko? Was machen die da drin jetzt? Was machen die da drin jetzt? Was machen die da drin jetzt? Hast du gekauft? Ja! Was machen die? Überfallen die? Was? Gibst du mir? Aui! Kauft ihr doch! Okiii! Wir haben so viel Essen zuhause! Und ihr kauft hier, ne? Trinken! Trinken haben wir auch! Hogwarts! Nie gesehen! Oh, wir sind so gefickt! Warum? Weil wir ne scheiß Karre haben! Ich komm aus dem Hinterhalt! Wenn die Faxe machen, dann pfeift ganz laut! Dann ficke ich die weg mit meiner Knarre! Ja, schnell, geh weg! Kops, komm! Kops, komm! Kops, komm! Kops, komm! Oh, Kops! Jetzt aber, Alter! Wenn die uns nicht sehen können, sehen wir die auch nicht! Jungs, ich glaube nicht, dass ihr das wollt! Bitte keinen Ärger! Ja! Das war aus Versehen! Ja, Aga will keiner! Was denn los? Aus Versehen! Die würden nur was zu trinken kaufen! Achso! Wie aus Versehen! Ja, aus Versehen hat es ja schreckt der Typ! Bei mir das verkleidet! Ich hab' Buh gemacht! Alter! Das ist aber! Ich hab' nur meinen Helm auf, weil Kerl es sagt, ich bin hässlich! Das stimmt auch! Die müssen einen Helm tragen! Ich wollte nur Kokoloko Wasser kaufen! Wenn wir das Ding überfallen würden, würden wir ihn nicht ohne Maske und so stehen! Und ich wäre weggefallen! Richtig! Ich hab' nur zugehört! Siehst du nicht mein Erkennungsmerkmal? Das ist meine Familie! Ich seh' dich gar nicht! Du bist ein bisschen hoch! Hinten, hinten! Da ist der Leberfleck! Der Leberfleck! Hinterm Ohr! Ich gehör' zu den Spastis! Gut! Ja! Wir sind Bytelins! Wir kommen aus dem Outland! Bytelins! Und ich hab'n Nasskuhl! Zeig' mal'n Nasskuhl! Soll ich schon rufen? Ja! Oh! Da ist er! Purple! Manu! Lieb die Schuld einfach auf uns, dass die Leute weggerannt sind! Das war's! Mein Nasskuhl! Was? Ja! Gar nix! Okay! Ja! Gar nix! Tschüss! Einen wunderschönen Abend! Auch so! Tschüss! 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 Und Merry Chrysler! Prost! Ja! Ja! Schöne Weihnachten! Ja! Morgen kommt der Mann mit dem dicken Sack! Siehst du, man kann sich immer hochreißen! Das war die Bretter Patrol! Was war das? Bretter Patrol? Die haben wir schon gesehen, dass welche von uns weggerannt sind! Die wussten genau was passiert! Breit machen! Immer von dem Rechtsmuschen! Ja! Richtig! Richtig! Du lernst! Ui! Schneeschneit! Kann die jemanden anrufen? Das fährt nicht mehr! Das fährt nicht mehr! Klar fährt er! Das fährt nicht mehr! Total Schaden! Ja! Eindeutig! Ruf meine Pinnen an! Pinnen! Ruf den an! Ich möchte drinnen sitzen! Ich hör den nicht, ne? Der ist so leise! Ja? Ich hab nur gesagt, ruf Pinnen an! Und die 100 waren! Wo waren die denn? Die sind weggerannt! Weil da Schiss haben sind! Morgen ist Weihnachten! Da ist er! Hi na! Alles gut! Was passiert jetzt? Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt! Das war die Kretterpatrouille! Wir brauchen doch keine Abholung! Sind wir da im Auto! Wir haben dir jetzt einfach gehen lassen! Wir haben aus Versehen! Ja! Mach dir einen Mentor! Ja! Wir gehen jetzt zurück! Ja! 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 Wir kommen zurück zum Park! Ja! 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 Nächster Schopp! Nächster Schopp! Halt deine Schnaute! Hält deinen Mund! Tue ich schon auf Schremse! Sonst fickt du niemand! Wenn wir schon mal im Morgen sind, im Sommer hoch zum Drehabfahren! Mach ich nicht! Was willst du da? Allgemeine Personenkontrolle! Nimm ich angucken wer da ist, wer da arbeitet! Ist oben im Teich da, ne? Am Teich, ne? Am Teich, ne? Ja, ja! Bei der Pupa! Da gibt's einen dicken Dötzer! Da liegt der! Ui! Da vorne ist die schöne Bar! Haben die eigentlich schon bezahlt? Ja! Ja! Haben die da alles bezahlt? Ja! Ui! Das ist mein Geld! Also? Sind wir reich jetzt? Alles klar! Was? Da fahren wir nicht zum Dreher! Nein! Wir sind am Arsch! Aussteigung breit machen! Was? Verfolgt der uns? Nein! Der ist weg! Der nicht kriegt den Brett! Nein, macht Spaß! Gottes Willen! Sag mal! Hier wird nicht geschossen! Wer sind wir denn? Ey! Ich war das nicht! Wo eine Bänder? Ich bin doch dazu! Aber ich hab nicht! Nein! Wirklich nicht! Ui! Der Baumarkt! Lass den Hops nehmen! Alle in den Baumarkt rein! Okay! Da war es nicht! Das war mein Büro! Den verteilen! Ich wollte einmal rülpsen, dann hab ich Kötzörchen gemacht! Einer aufs Dach! Telefonkette! Ja, Mila hat Kötzörchen auf mein Netzteil gemacht! Ja! Mila hat Babyspeck am Bau! Ja nicht! Wow! Na klar! Nein! Bist du ein Baby? Ich bin kein Baby! Ich glaub du eins kriegst! Achso nein! Den Babyspeck! Kein Fall! Lüg nicht! Du bist schwanger! Ich glaub die Kreuzwaffe geht auf den Dämpfer auch! Ui! Nein! Ein kleiner Dämpfer! Was? Was? Wie bitte? Alles gut! Siehst du? Wenn wir die nicht sehen, sind wir auch nicht! Ja! Das ist echt nicht schlecht, ne? Also schlecht ist das nicht! In Gefahrenzonen im Augen zu machen! In Gefahrenzonen im Augen zu machen! Fahr mal links! Auf dem Berg und drauf! Welchen Berg? Hier links! Links? Da lag einer! Oder es war ein Stein! Aber ich glaub da lag eine Person! Wo? Das war ein Stein! Hier links? Nein! Ich hab das für ein Highway aus gesehen! Fahr hier! Fahr einfach auf eine Highway! Dann seh ich! Kann ich das nochmal nachgucken! Achso! Fahr gerade oben zu! Da steht einer! Also zurück! Hier sind doch die Dinge im Zündnis! Ich war hier rechts! Ich war hier rechts! Okay! Jetzt guckt man gleich hier rechts unter dem Berg! Da liegt irgendwas! Da war noch eine Medikin hinterher! Und hier ist Stress! Da liegen noch welche! Da! Da! Rechts! Ui! Fahr mal hin! Ui! Da ist ein... Oh! Können wir rüber? Mach! Mach! Die hat Zugriff, Junge! Rein! Ui! Wir stecken fest! Wo liegt die? Oh mein Gott! Wo? Achter vorne! Ui! 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 1 auf 7! Die brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Wir helfen! Wir müssen helfen! Pack die Arztkopf aus! Junge! Ui! Alles gut! Hallo! Brauchst du Hilfe? Alles gut bei dir! Ja! Was? Ja! Macht seine Bunde! Ist kein Problem! Ich helfe! Ich helfe! So in Ordnung? So in Ordnung? Ja! Perfekt! Wer bist du denn? Dexon! Aber ihr könnt einfach Whitey sagen! Whitey! Whitey von den Dingern? Von den 1 auf 7? Ne! Ich bin von den 44! Ah! Jut! Jut! Hä? Hattet ihr nicht heute schon eine Schießerei gehabt? Jaja! Gegen die Yardis! Scheiß Yardis! Oh Gott! Ich hab Pflaster! Ui! 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 Was ist denn passiert? So! Einmal gefesselt! So! Äh! Können sie ein bisschen laufen? Was war das denn? Wir haben sie einmal gefesselt! Ich habe ihnen die Hände nach vorne genehmt! Ich habe ihnen die Hände nach vorne genehmt! Können sie kurz mit mir kommen? Dass sie ein bisschen geschütztere Position haben? Ich pflege Turnschuhe! Das geht noch nicht! Ah! Der blutet nicht! Der braucht... Der blutet nicht! Der braucht nur einen Auszahl! Der hat nichts! Jaja! Mir geht ganz scheiße! Auch bei ihnen daher! Ich muss ihn vorsichtshalber Hand festen anlegen, bis die Situation hier geklärt ist! Ich werde ihre Hände vorsichtshalber nach vorne legen! Ja! Dass sie die Verletzungen nicht so beeinträchtigt werden! Er hat kein Blut! Er hat mir mummelade! Ich bin ein Ersthelfer! Ich bin ein Ersthelfer! Gehen sie bitte weg hier! Warum? Ich bin ein Ersthelfer! Ne! Sie sind kein Ersthelfer! Was willst du denn? Können sie sich ausweisen? Ja klar! Ich habe einen Ausweis dabei! Auch als Ersthelfer vom EMS? Warum Ersthelfer im EMS? Ich bin ein Zivilist! Gehen sie bitte von ihr weg! Wenn sie nicht vom Ersten sind, kann ich sie leider nicht gebrauchen! Ach ja? Ja! Mir doch egal! In der Weihnachtsbäckerei! In der Weihnachtsbäckerei! Hallo ist jemand verletzt? Kein Verletzter! Wir haben alles abgesucht! Keine mehr da! So! Ein bisschen rechts zu dem schwarzen Vater! Okay! Der Herr! Hören Sie mich? Ja ja! Ich höre sie! Doch! Eine neue! Der Puzzaman hat mich weggeschickt! Oh schön! Wie rot der Schnee ist! Oder? Und ich habe zu dem gesagt! Ja! Achso! Was denn? Dass der ausgerutscht ist! Ja! Ja! Kugeln sieht man nicht, wenn man die im Körper hat! Wenn man ausgerutscht ist! Taktik! 500 IQ! Logisch! Neue Kriegstaktik! Klein notieren das Ding! Vielleicht ist das Schnee auch so kalt! Ich merke den Schmerz nicht! Ich merke den Schmerz nicht! Da sind ganz wenige Leute! Nur! Keine viel Verletzten! Das ist gut! Verletzte sind doof! Die letzte machen mich traurig! Mich auch! Ich weine aber im Regen kann man meinen Pinn nicht sehen! Immer so eine Waffengewalt hier! Ich muss euch was sagen! Geht gar nicht! Was denn? Mila verkloppt mich immer! Oh! Oh! Stimmt das? Oh! Der hat so einen Paddelzau! Damit fickt die mich! Boah ey! Also die haulte mich! Step on! Ein Paddel! Von dem Boot! Ach! Aber der will das auch! Die schlägt mich immer damit! Können wir mal mitmachen? Ich durfte nicht mal die Kuchenschalen auslesen! Jetzt tu nicht so! Wir wollen auch mal mitmachen! Ja! Mila ich unterstütze das voll und ganz! Null! Der will das! Stimmt nicht! Stimmt wohl! Curtis! Ich glaub die machen zuhause Rollenspiele! Die Leute die lügen! Die müssen den Hut absetzen! Wir machen keine MP! Wieso macht ihr keine MP? Wir machen MP im Dorf! Wir machen immer! Kein Sex wollte mich nicht bekennen! Logen auszugeben! Und Tika hat mir eine Hundeleine angeleint! Und hat sich Kiez genannt! Geil! Ich hab's gar nicht wie sexy das war! Ich hab das Stachelhalsband! Weil jedes Mal wenn ich weggelaufen bin, hab ich Pixar bekommen! Geil! Das hat sich gut angehört! Ja du? Ja! Hi! Hallo! Wie geht's euch soweit? Wir haben vom Highway gewinnen! Wir haben geholfen nur! Weil wir Shops gemacht haben! Euch geht's so weit gut! Weil wir shop waren! Okay! Moin! Mein nicht behandelt hat, der ist direkt beim Praktikanten! Ist auch soweit schon eingetragen! Ist der ganz obere! Nichts! Einziehen nicht rum wenn dein Freund telefoniert! Ich weiß nicht wer was da hat! Ich weiß nicht wer was da hat! Ich weiß nicht wer was da hat! Hier ist noch ein Verletzter! Also irgendwie die Leute die hier nichts angegriffen haben wurden umgeknallt! Hi na! Hi! Was hast du gemacht? Blau tragen die aber ich glaub nicht 187! 44 44 44 44! Ich hab den top gesagt! 44 44 44 44 54 40... Ja, was ist viel cool! Ja, wie stark sind deine Schmerzen gerade geht's noch! Ja, aber hier die... Ja, aber... Sollen wir weiter? Ja, bitte. Wo ist der Jonathan? Wo ist der Jonathan? Bestimmt, der am Telefonieren. Der hat Angst. Er springt irgendwo rum und telefoniert. Ja. Okay, okay. Bande. Aber sonst noch irgendwo getroffen worden? Der Flumi. Okay. Ich guck mich mal in Ruhe mal kurz rein. Wo ist der Jonathan? Weiß. Mal kurz deinen Arm auch in die Hand. Will ich irgendwo... Passiert mir auch immer. Sag auch immer, ups, Appel. Sag auch immer, ups, Appel. Ja, gleich rutscht meine Hand aus. Das geht so weit, okay. Einsteigen bitte. Wir fahren runter. Keile Gewalt. Nicht zum Dreher. Bis gleich. Tschüss, gute Besserung. Welche Frequenz? Wo fahren wir hin? Ich danke, ich danke. Im Park. Im Park? Ja, bis gleich. Ja, ich mach es. Nicht beim Dreher. Ach so. Pid die weg. Scheiß Bullen. Hast du gesagt, ich soll die wegpitten? Ja. Scheiß Bullen. Ja. AC AC. Guck mal, davon hab ich mit Mila gehaust, als wir sauer verschworen. Ja. Drei Monate. Auf engstem Raum. Wir haben uns einen Kloschüsse gezeigt. Hier. Hier war das. Ja. Mann, meine ganzen Freunde sind nicht da. Reich ich dir etwa nicht? Doch. Sag nichts mehr. Ich ignorier dich jetzt. Hallo, ihr seid keine Freunde, ihr seid Schatzi. Richtig, du Wichser. Küsst euch mal. Küsst euch mal, küsst euch mal. Geht nicht. Geht nicht. Zu. Küsst euch durch die Scheibe, als wir in meinem Knall. Nein, ich mach jetzt Herz um die Scheibe. Oh, guck mal. Oh, ey. Oh, nur für dich, Sucker. Soll ich langsam anfahren? Danke, Baby. Das ist geil. Ich fahre still statt Modus. Gleich dich an wie eine Katze. Nein, nein. Rein, 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 rein. Nö, ist zu kalt draus. Richtig. Ich hab Hunger. Ich hab Burst. Ich wünsch mir... Ich hab Hunger und Durst. Ich wünsch mir... Kakao. Nein. Ich ess gleich saure. Und morgen gibt's fette, fette, fette Schlägerei. Ui. Wieso morgen? Weil morgen kommt das Christkind, dann gibt's Geschenke. Aber warum gibt's dann Schlägereien? Weil die Leute wollen neue Geschenke. Hm. Logisch. Mir wurde erzählt, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Das ist ne Lüge, den gibt's wohl. Milo und ich haben den schon mal getroffen. Mit Steinen, wir haben den beworfen. Den gibt's gar nicht. Erzählt scheiße, werde da wachsen. Gibt mir vor. Ich schreit gleich mit meinen Nascule weg. Klappe. Ja. Komm, Paddy, wir gehen. Lust ist ja nur Lüge. Flieg. Ich hoffe, du schenkst mir da mehr Buntstufe. Äh, boah. Erst willst du ne Penispumpe, jetzt... Na und du willst ein Pony, du willst ein Klein für deine Barbie-Huren. Ich wollt nur die passende Barbie dazu. Ja, die passende Barbie, ne? Ja. Die auf Knopfdruck lutscht. Das machten die nicht. Aber die Version hab ich gekauft. Andere gab's nicht mehr. Aber die wolle ich nicht. Und reißen wir da den Kopf ab und tun... HALT DIE KLAPPE! Hey! Ich hab auch nur nen Angler geholt. Die mit dem Fingernagel zählt. Was machen die da? Lecken die sich rum? Digga, ich würd mal gucken gehen, ne? Ich spür seine Eifersucht bis hier. Kommst die die beiden mir durch. Nix geht ab hier, Bruder. Chat, Muder, alle Muder. Aber ich freu mich auf den Morgen. Ich hab B-Org, Alter. Tante, was wünschst du denn zu Weihnachten? Ein Einhorn. Oh! Hat die ohne Tanja gekauft? Ich glaub nicht. Das macht ja auch der Weihnachtsmann da. Ich sitz drinnen. Juni, hast du dir Tante kein Einhorn gekauft? Ich hab nur ne Einhorn. Die wünscht sich einholen. Zu Weihnachten! Ja, ich hab da schon ne Idee. Ich kauf dir ne Pornetto. Ne Eis. Mit ne Waffel. Ne Hörnchen. Das klatsch ich hier auf dem Stirn ein bisschen. Ich will ja ein Einhorn. Ich will keins sein. Das musst du dir selbst auf die Stirn klatschen. Da musst du ja einhornen. Wenn du ganz fest dran glaubst, dann wirst du auch eins. Dann kannst du fliegen. Einhörner fliegen nicht, du Juni. Doch. Ja, auch Pegasus Einhörner. Pegasus fliegt. Pegasus ist kein Einhorn. Das ist ein Einhorn. Nö. Das ist ein Einhorn. Ziegen haben zwei Hörner. Außen diesen Kampfabprobe, da haben wir nur noch Einhörner. Stechen damit Ziegen ab. Ja, die Junkiepunks der Tierwelt. Ja, Mann. Ich bin auch Kampfer, Prof. Ich bin Kriegsheld. Ich hab drei Zehn. Mal kurz vor Nuklear. Dann bist du Ninja Turtle. Ja. Oh, oh. Das war die dahinter. Aufschießen. 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 Schieß den Platten. Sonntagsfahrer. Da sagen sie nichts. Jo. Tun sie als ob sie es nicht gehört haben. Aber heute ist auch Mittwoch. Nein, heute ist Dünnerstag. Heute ist Mittwoch, oder? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, oder? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Es ist Mittwoch, meine Freunde. Mittwoch. Oh, lecker. Jetzt gleich Mittbrötchen. Ja. Mit Zwiebeln. Ja. Oh. Mit Salz und Pfeffer. Ja. Oh. Ein bisschen Butter unter, drunter. Ja. Jetzt Johnny möchte auch... Mila und die schreiben uns mit ein, dann fummeln wir. Ja, ich kann mich nicht machen. Hauptsache du sagst, hm. Wir müssen gleich zum Flughafen. Warum? Wir haben neue Freunde rekrutiert. Was? Was? Brauchen wir keine mehr? Neue Arbeitsjahr. Dein Schnurz, Alter. 15 Jungs rekrutiert. Du musst gleich zum Flughafen, weil du fliegst nach Vegas. Beiseite! Fresse! Fresse! Fresse, Aldo! Das war der John, ne? Das war der John, ne? Lass den Yaris voll draufhalten. Halt auf zu schießen, die Döten. Ja, tut mir leid. Stell mal vor Querschläger durch die ganze Stadt. Oh! Ui! Die haben Respekt. Besser so. Bleib stehen hier. Wir haben Respe. Ui! 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 Scheiß, die hat nichts. Nur schießen können die. Total schaden, top. Dreckiger. Wer von denen hat jetzt geschossen? Da, wo zwei drin sind, die packe ich mir. Du, you motherfucker. Auf, ah! Du Wichser, aua! Steig aus der Karrehaus! Steig aus! Krankenhaus, Alter. Dreckiger, ihr habt auf uns geschossen. Oh! Come on! Boah, was macht ihr mit all ihr 31er, gell? Auf den Wichser! Ey, hau nicht das Auto. Auf den Wichser! Ich will nicht mehr. Komm! Komm doch, renn doch nicht weg. Oha. Ey, komm, entschlag hier mal auf, ich will... Mach doch fair, ihr Hunde. Mach den weg, jawohl, sehr gut, Jungs. Mehr rein, mehr rein. Rein, über die Flügel. Schön, über die Flügel. Sauber, sauber, über die Flügel. Nein! Obacht, nicht euch selber schlagen. Nein, nein, nein! Nein, 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 die Jungs, hau. Oua! Aua! 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 Er hat mich mit Schlagreng. Aua! Da liegt sie, Lucha! Aua, warum ich? Du fliehst nicht nochmal auf uns. Warum ich? Ich hab dich geschossen. Aua! Aua! Das ist dein Plattout! Ich hab dich geschossen, du Arschloch! Wer ist dein Daddy, Bitch? Mhh, der ist weggelaufen, weiß ich ihn nicht. Geißer. Meine Seefahrer. Komm mal, jetzt wechseln euch einen Taxi rufen. Warum machst du mich auch ein Kürtel? Ich bin schlackig. Ja, du genauso hässlich bist wie einer von den Yardis. Oha, was sagst du da? Wir sind fast gestorben, Junge. Ich hab nichts gemacht. Wir haben was vergessen? Alle zusammen anspucken. Die Yardis haben auf mich geschossen und ihr auf mich, ihr Idioten. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Was willst du denn jetzt? Du hast auf die Yardis geschossen. Nee, ich steh bei mir in der Autor. Ich will ja nichts sagen, ne? Aua. Warte mal, warte mal, was du da liest. Weiß ich nicht. TK? Ich weiß nicht. Ich glaube, aber... Ich will ja nichts sagen, aber von deinen Jungs haben grad auf dem Hyrule-Weltschub uns geschossen. Warte mal. Und wir sind fast gestorben. Ja, dann sind wir ein Crid. Okay. Ähm, Jungs, wisst ihr, ob Schwabbel und sogar mit dem GTO unterwegs sind? Mit so einem Grauen. Ja, die haben gerade Keulis weggeballert, boop fast, ne? Ein ganzes Auto mit sechs Mann. Auch Junge. Ja, ein Auto mit sechs Mann haben die geballert. Ja. Die haben uns einen Platten auf dem Hyrule geschossen, einfach. Warte mal, eben ganzes Keulis hier ist, was ganz so abgefahren ist. Warte mal, Travis, hat das bitte nochmal? Geht weg, ihr Idioten. Hallo, Kollege, Mike, du sollst mir uns nochmal erzählen, was du erzählt hast. Ich hab Keulis im Telefon. Keulis sagt mir gerade, dass ein Italy-GTO-Weltschub uns auf die geschossen hat. Doch, der ist tot. Und wieso ballern die auf den Jungleback? Digga, ich hab Keulis am Telefon, der sagt, dass auf die geschossen wurde. Ja, ich hab's dir gesagt, geh weg von denen. Auf dem wilden Netz. Keulis, laberst du scheiße. Nein, ich laber keinen scheiße, bei Gott nicht. Nee, da kann man nichts mehr machen. Der ist tot gegangen. Wie gesagt, mit sowas solltest du mich nicht verarschen, Digga, weil ich ziehe jetzt gleich mal die Leute für uns nach. Aber ich kann, warte mal, ich muss gerade zum Überlegen. Aber ist auch egal, ich glaube nämlich, dass welcher aus unserem Auto zuerst geschossen hat. Scheiße, ja, diese Person. Ich weiß nur, mir wurde gerade gesagt, dass gerade mit dem Herrn Trulov geredet wird und dass ich irgendwie schwabbel und so mit denen geboxt habe. Ja, wir haben uns danach, ist egal, scheiß auf. Ich glaube nämlich, dass wir zuerst angefangen haben, auf Jun zu schießen bei uns. Und die sind dann vorbeigefahren. Okay. Ja, gut. Tschau. Hau rein, Keulis. Warum hast du den Mann gehauen? Ich hab gesagt, er soll uns nicht provozieren. Der ruft jetzt für die Zeit, du Idiot. Er sagt, ich kämpfe. Wir sind 2000 Leute, wenn die alle sagen, dass wir nichts gemacht haben, alles. Ich hab' dir auch nichts gemacht. Ach, der Harry. Du eck'n Wichser. Herr, wer ist ein Wichser? Wer bist du denn, Junge? Das ist Pum, okay. Von alles, die Jadis. Pum, okay? Den hab ich am Jean-Claude gefunden. Vielleicht bist du eine coole Stimme, woher? Weiß nicht. Wo ist ich bestellt? Harry, du Perlner. Hallo. Was geht? Coole Mütze. Woher? Weiß nicht. Hallo. Wir hatten gerade Unerfall. Unerfall. Lass dich drücken. Welchen Auto saßt ihr? Hallo. In dem da. Der hat Platon. War der vorher auf unserer Seite? Weiß nicht. Oh. Oh, oh. Polizei. Fuck the police. Ich hab einmal ein Polizeiauto gesehen, dass wir an die Seite gefahren. Was denn den her? Junkie Park, da wollen wir alles nicht. Warte mal, du hast ihn im Junkie Park kennengelernt? Besonderen Freunde, ja. Hammer hat gesagt, da kann man Drogen kaufen. Kann man da Stimmen kaufen? Da kann man Drogen kaufen und er ist clean. Genau. Den hab ich noch nie gesehen im Junkie Park. Wer bist du, du Wichser? Wer ist deine Familie? Warum fahren die vorbei, die Idioten? Weiß ich nicht. Wie kannst du das sehen, Mann, auf dem Boden? Nicht so Lutscher. Provozier's nicht. Er hat die Sirene an sich vorbei jaueln. Ich schrei Hilfe. Ich sag, dass du mich angemacht hast. Dann wirst du drängelnd geschlagen von Finn. Laber mich nicht zu. Du hast mir eine Schelle gegeben. Hättest du noch ein Brett? Ich geb dir gleich eine. Ich zieg gleich Pistole. Er hat mir auf meinen Po geguckt. Entschuldigung, der Herr. Sollen sie nicht verletzt sein? Du hast mir ins Gesicht gehauen. Mir tut das Gesicht weh. Ich hab doch die Schultergauentrotter. Du hast gar nichts. Da liegst du im Schmutz. Wo du hingehörst. 350 Fallen, John. Schmutz. Kann man jemanden im Polizeimann rufen? Warum? Wir haben keinen Wagen. 310 Dollar. Wieso willst du im Polizeimann rufen für den Krankenwagen? Der hat keine Ahnung. Der hat da unten ruft die Polizei. Ja, die hier sagt keiner Hallo. Die sind alle am Pen. Außer man sagt zu denen, die sollen Duplo zeigen oder Tinkepäckchen. Dann werden die jetzt wach. Ruf gleich den Mark an. Der verhaut euch alle. Bei mir gibt es sowas nicht hier. Aber nicht der Mark vom Geat. Nee, der mag von dem Krankenhaus. Der geht dann zu den Yadis und verhaut die. Geil. Was schießt ihr auch auf die Idioten? Weiß Yadis. Wir brauchen einen Abschiefer. Ihr schießt auf die und auf mich? Nein, du hast auf die geschossen. Lüge. Halt's Maul. Lüge. Amokläufer. Jetzt auf mich geschossen. Vertreib nicht, Junge. Lüge. Tut mir leid. Du bist ein guter. Ich weiß. Lüge. Ja, wie fühlen sie sich dann? Ich glaube, du bist auch die Schmerzen im Gesicht ganz gut. Wer sind Sie, der Herr? Sind Sie ein Mediziner? Ja, ich habe eine medizinische Ausbildung. Okay. Ein Gleitungswagenkunde auch gleich. Wird er sterben? Hast du von Pillbox oder von Palito gerufen? Von Palito, weil Pillbox alle im Einsatz sind. Scheiße. Bixer. Jetzt stell dich mal nicht so an, Polo-Boldling. So, was schätzt du denn auch passiert? Wir wurden... Also... Die Yadis haben mich umgehauen. Wir wurden beschossen auf das Auto de Polne. Und dann ist der Reifen geplatzt. Und dann war dieses ein, andere Auto. Und dann haben die angefangen zu pügeln. Und dann hat der deine abbekommen. Jetzt haben sie Schmerzen im Gesicht. Ja. Da kannst du ja nicht mehr viel kaputt machen. Guck dir mal seinen Fresser an. Na, hör mal... Mh, guck dich doch mal an. Du hast nicht mal Zähne. Das ist doch alles Tic Tacs. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch sind die Schmerzen? Mh, ne Jute 4. Der Yadis kann nicht schlagen. Zieht euch. Warum fährt denn jetzt rückwärts, Mann? Der John hat einen auf dem Decke bekommen. Hat einen auf dem Decke gekommen? Wie das denn? Jemand hat auf unser Auto geschossen. Und dann sind welche so Gangster ausgestiegen. Tante, Enkel. Ja, ruf mich nicht, ne? Ist okay. Kommt ihr auch mit, oder nicht? Ja, wir müssen das Auto abschleppen lassen. Jemand muss einen Abschlepper rufen. Ey. Die Yadis hat bei den Yadis gedroht, dass die den Junkie Park auf die Heads oder so, ne? Was? Wer? Die Jazz. Ist das nicht Spaß? Die Jazz, Mann, du warst gedroht? Hat den Yadis gedroht, wenn, ach, keine Ahnung, irgendwas ist da und dann hat die gemeint, so, äh, ich komm mit dem Junkie Park zu euch und so. Ja, aber nur Spaß, Mann. Ich hab keine Ahnung, der, der, äh, Mike meinte zu mir, nein. Glaubst du selber nicht? Seit wann kann die uns callen? Nein. Die sind fällig. Direkt lieber ein, ich will hier runter, ich hab Angst zu meinem Leben. Ich nicht. Wir brauchen immer nur einen Abschlepper. Ja, und ein Auto, den Abschlepper kannst du nur rufen. Ich hab noch einen Fum-Roll in der Karre, ich hab dich nicht ernst genommen. Ja, was? Lauf mal zum Junkie Park und hol dir einen Rusty Reville. Ach, nein. Hallo, runter von der Karre, ich fühl mich nicht ernst genommen. Niemals. Ich fühl mich ausgeschlossen, runter von der Karre. Wir kommen doch alle weg, oder? Wir brauchen einen Taxi. Wir passen noch zwei rein, einer passt noch bei mir rein. Ja. Ja, wir müssen auf Jun warten. Nein, nein. Kein Taxi rufen, dann kommt Willy Wonka, der hat kein Schokolade. Die wollen hören, die haben Angst vor mir. Ich verkennt du den Willy Wonka, wenn du seit vier Tagen im Film bist. Wir fahren anwesende Person und würdet ihr bitte die Auffahrt vom Highway wieder räumen. Lüg mich. Johnny? Ja, komm. Räum dich gleich. Okay. Ich komm nochmal. Nein, wir kommen, wir sind dann hier. Könnt ihr seine herzliche Fratze retten? Du hilfst denn sonst. Ja, die können wir retten, damit du mit deinem Schlagring da nochmal reinhauen kannst. Oh, 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 oh. Nein. Ich glaube, der ist sauer. Oh. Oh. Ja, nämlich Gringo. Gringo? Gringo, was? Aua, oh, oh, Gringo ist sauer. Dankeschön, Mr. Mediziner. Das ist ja auch ein Job, Mann. Okay, das sieht man ja eindeutig aus, dass der so gut schön getriggert. So, fahrt mal euer Auto auch hier rüber. Danke, Marc, ich möchte den Zoma heute geholfen lassen. Sag mal, wo hast denn du den Porsche-Schliff her? Von der Johnny. Was schuld ich dir? Gib mir ne Rechnung. Äh, Moment. 2 Millionen. Kommen wir jetzt weg? 2 Millionen. Warte mal, wie kommen wir jetzt weg? Gar nicht. Heißen hier schon wieder. Mila? Ja? Wie kommen wir jetzt weg? Ähm. Ich bin nach Hause. Ich schließe auch ab. Laufen. Nicht laufen? Ich bin hier ein Löwe. Dann wollen wir ein, in das Taxi. Die Datszahl 33,333334%. Die lassen uns einfach spielen. Wir sind zu spät. Wir haben alle, wir brauchen ein Taxi. Was ist mit dem Abschlepper? Tschüss. Aber warte, da ist ein Auto. Wir brauchen kein Taxi. Oh, wir brauchen kein Taxi. Ja, das ist ein Platz. Einen kann ich mitnehmen. Ja doch, wir brauchen wohl ein Taxi, Müller. Ich kann nur mit dem Jugeler zurückkommen. Ja, dann mach. Ja, dann mach. Brauchen wir doch kein Taxi. Ich fahr mit dem Gast. Ui. Aua. Aua. Was ist das für ein Scheißtag heute? Ich bin einfach mit dem Bauch runtergegrindet. Geil. Ich möcht's auch. Das ist nicht lustig. Ihr habt mir weh getan. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Scheißtag. Das war glatt geworden. Das waren die Cops. Wir müssen ein Zeichen setzen. Du sagst verschwindet und die Pfand zurück. Ja. Wie ist die Nummer vom Abschlepper? Mich hat man auch ernst zu nehmen. Weiß nicht. 6-9-6-9. 6-9-6-9. Machen das nicht die Werkstätten? Ja, deswegen ja 6-9-6-9. Lüge. Geht keinen Fall. Ruf dem Büchse an. Hm. Dann bleibt er hier. Ja, sieht voll so aus, als musst du mich hier lassen. Ich will nach Hause. Du bist ein Penner. Du bist ein Penner? Halt die Schnurzen. Was sag ich der Polizei? Du Wichser. Wichser? Komm im Taxi? Nein. Deon holt uns ab. Ach so. Ach so. Ach so, Becker. Hat er doch besser. Morgen ist Weihnachten. Na? Morgen gibt's Geschenke. Nee, heute. Nein, morgen. Nee, heute ist Heiligabend. Morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Möchten 187 Bandenner. So, was haben wir denn mal mit denen? Find das schön. Grüß dir, du. Ich find mich schön. Und damit bin ich mindestens eins. Hallöchen. Tagsam. Alles gut bei euch? Willkommen. Nö, auf uns wurde geschossen und wir haben nen Platten und nen Umfang gebaut. Aber Mediziner waren schon da, jetzt warten wir auf Taxi. Wir reichen noch kein Werkstatt, der uns abschleppt. Okay, wisst ihr wer? Wie waren die gegliedelt? Nö, keine Ahnung, war ein schnelles Auto. Die haben uns auf dem Highway mit Fullspeed an von Platten geschossen. Einfach so? Ja, einfach so. Einfach so. Und wir sind hier über diese Bande. Zum Glück haben wir so ein großes Auto. Drüber geknallt. Alle. Habt ihr irgendwie Probleme mit dem, oder? Nö. Wir sind rechtschaffende Bürger. Grüße. Ist offen. Rechtschaffende Bürger. Wohnt ihr irgendwie bei denen in der Nähe? War ein Appetat. Weiß nicht. Ihr wisst ja gar nicht. Aber wir reichen keine Werkstatt zum Abschleppen. Raus aus dem Wagen. Was machen wir jetzt mit dem Auto? Ich sitze vorne. Wir haben auch leider nur die offiziellen Werkstätten, die wir anrufen können bei sowas. Dann versuch ich's gleich nochmal da. Ich probier's nochmal. Es blockiert ja jetzt mal in erster Linie nicht die Straße. Genau. Das heißt, das könnte man ja zur Not sogar noch morgen abschleppen. Unwichtig. Guck mal, das wird falsch. Wie ist das? Das gehört jetzt zu euch? Das ist ein Grund. Ah, okay. Okay, tschuss. Alles klar. Okay, dann drücken wir mal alle Augen zu. Alles klar. Besser ist es. Was für Augen? Ist der Cetullu? Los, wir ziehen die ab. Ja. Pitti weg. Ui, pass auf. Was ist deine Mission, Harry? Was? Wo geht ihr hin? Ja, zum Park. Zum Park. Okay. Okay. Hört es? Wir hätten drauf gehen können. Ja, hör mal. Hättest du mich geschossen. Warte. Pick dich. Boah. Ich hab einfach Augen zu und zu gehört. Und dann hab ich geschlagen. Hey. Haha. Du ekelhaft. Oh, nicht so schnell hier. Doch, doch. Fahr doch nicht so schnell, weil wir haben hier keinen Yugi überfallen. Ui, ui, ui. Ja, ja, ja. Nicht so schnell. Oh, Mama. Okay, sorry. Ich rufe gleich. Rutzbach. Weißt du jetzt, ob wir die eine Inventur gemacht haben? Ich weiß nicht. Ja, die sind kacke. Die können verhauen. Putzbach. Arschloch. Tag zusammen. Also Jess ist zu Reese gegangen und hat gedroht mit uns. Was hat die? Unkel. Ja? Die hat gedroht. Wat? Die Jess hat gedroht mit uns. Ja. Wie kommen die auf die Idee, dass die mit uns drohen kann? Keine Ahnung. Ist die doof? Hab die eine Inventur gemacht? Ja, ich mein, die hat auch schon viel für uns getan. So, das hab ich, ne? Ja, aber trotzdem. So, das macht man nicht. Naja, das spricht man eigentlich vorher ab, ne? Jeder weiß doch, dass wir mit den, dass wir mit den kuscheln. Ist so. Ja. Hab die eine Inventur gemacht? Hä? Der Film hat alles. Hä? Der Film hat alles. Der Film hat alles. Der Film hat alles. Hä? Du warst nicht so sauer. Was? Du wirst im Bademeistern so sind die unterwegs. Also Inventur wird gemacht. Hast du Jess schon versucht anzurufen? Ja. Du? Ja. Ich hab mich jetzt beruhigt. Sicher? Komm, wir fahren zu den Yadis. Komm, wir fahren zu den Yadis. Ja, Payback. Ja. Kommt, mein Freunde. Geh ich da auch zu? Na klar. Okay. Nee. Du darfst dich nur nicht mit uns blicken lassen, so. Ich bin unsichtbar. Der Mut. Den zieh ich runter. Alles klar einander. John Schnee. Du kannst ruhig mitkommen hier. Dann müssen wir nicht so viele Autos nehmen. Weil ich nur zwei Viersitzer. Why? Wir brauchen nur zwei Plätze. Nimm doch da noch einen Viersitzer da drüben. Ja, mach ich. Wir werden immer als letztes gewählt. Bleiben sie sitzen. Wir fahren sechs. Putspach. Immer werden die Dicken als letztes gewählt. Ich mag das nicht. Und wie läuft Business Harry? Wird gut. Mach ein bisschen hier der Mafia. Mach ein bisschen da der Mafia. Ja. Und du kannst kein Auto fallen. Yellow läuft auch. Wie kein Scheiß. Da. Boah. Jetzt gibt's ein Brett. Boah. Jetzt knallt's richtig hier. Jetzt knallt's richtig. Sieht alle die Hose aus. Jawohl. Breit machen, breit machen. Hallo. 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 Wut geht, wut geht, wut geht. So ihr Motherfucker, wer hat uns hier einen Platten geschossen? Halt die Backen halt. Halt die Backen halt. Wenn ihr noch bei der Junkie Park machen wollt, dann verpisst ihr euch in der nächsten zwei Minuten hier. Ansonsten blickst ihr euch aus eurer kompletten Lebensgeschichte. Hast du eine Uhr? Ui. 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 Ich wusste gar nicht, dass schon wieder Märchenstunde ist. Ich fick dich aus deiner kompletten Lebensgeschichte. Ja, dann will ich es sehen. Komm. Der kämpft wie Männer. Das mach ich nicht. Ich bin ja die Idee. Du bist ein Allianzer. So siehst du aus. Dann guck doch mal auf die Uhr, Mensch. Was hat die Jess jetzt gesagt? Hallo. Du bist morgen früh oder die Gangschule. Rhys. Hm? Was hat Jess gesagt? Wie? Was hat Jess? Der Maik hat mich irgendwas erzählt. Der Maik hat den müssen. Der Maik. Mit der Junkie Park. Ja, die waren das mit dem Platten. Die Geschichte. Ja, irgendwer droht uns mit euch. Ich hab's auch nicht fest gehabt. Wir kuscheln doch. Wie geht's dem Reifen? Hallo. Wir kuscheln. Wir sind fast gestoben. Ich bin auch fast gestoben. Das Ding ist, Johnny, das habe ich auch noch so nebenbei mitbekommen. Und Michael ist dann weggefahren. Aber irgendwas war da wohl, dass irgendeine Dame wohl mit euch droht. Warum und wieso? Ey, lass mich raten. Bitte nicht die Dings, Alter. Ich kann mir schon vorstellen, dass... Nein, niemals. Ich glaube nicht, dass Jess das machen würde. Aber ich kann eine andere Dame mir vorstellen. Wer denn? Diese... Wie heißt die Nummer? Hier vom Jun seine Freundin. Nein. Wer, Junge? Aber jetzt nicht die Tante, oder? Nein. Hä? Von Jon? Nein. Die ist schon als Tante bei der Mutter gekommen. Erzählt ihr das? Ruf doch mal den Mike hin. Ruf doch mal den Mike hin. Ruf denn nicht. Ruf denn nicht. Ruf denn nicht. Mike, ja, Mike, ja. Guck mir mal was schon rauf. Drogenrausch? Digger, Digger. Ich bin schon einen Monat drauf. Jep, da siehst du wohl wieder aus. Ruf denn nicht. Mike, finden Sie sich bitte sofort in Ihrem Turf ein. Was? Ja, Mann, Nexus. Genau, Bruder. Wir haben 30 Sekunden. Aber der soll mich vorher nochmal anrufen, bitte. Nein, ich hab den jetzt aufgelegt. Und ihr halt auf Platten zu schießen. Dann ruf ihn jetzt nochmal an. Sonst knall ich's. Hä? Ihr habt auf uns geschossen. Bubble nicht. Ich musste wegen die Krampen los. Auf Jon wurde geschossen. Mike an. Mhm. Auf einen von uns haben wir selber geschossen. Dreck liegen. Junge, wir sind durch ganze Links geflogen. Berg. Mh. Der war schön. Der war schön. Morgen ist Weihnachten. Was schenkt ihr uns? Kuscheldecke. Ey, Körlisch. Ich würd dir auf voll nur Homo anblasen. Darf er? Mila, darf er? Mila, darf er? Darf er, Mila? Das steht auch bei dem Parkplatz. Mila? Bedürf... Mila? Okay, bis später, Travis. Denk an meine Trinkdose. Mila? Bedürfnig. Danke. Ich würd Mila auch lecken, mir ist das egal. Also wenn ich sage, dass sie... Ähm... Ähm... Bitte, nicht dischenzähl mich davon. Hm? Soll ich deine Ehre verteidigen? Soll ich deine Ehre verteidigen? Okay, du nicht. Ich muss sagen, Körlisch, ihr führt eine sehr gesunde Beziehung. Danke. Das meiste läuft über SMS. Ah, hier. Oh, Anruf. Oh, also läuft gar nichts. Ja, hier ist irgendwo so ein Spass. Ich kann mich wiederholen. Widerlich einfach, ne? Hat der Pickel im Gesicht? Ja. Extrem. Ich. Aha. Da sieht man keine Beule, ne? Nee. Und das stinkt bisschen. Ach, übrigens. Früher Weihnachten, ihr dreckig. Ja. Früher Weihnachten, ihr dreckig. Ja. Früher Weihnachten. Mach dir diesen Rest, also dass ich mich gerade hier, ne? Ja. Ich dachte, wir ballern ein bisschen. Wollte ich. Das wollte ich gerade vorschlagen. Ich werde hier alle versammeln. Ich werde hier 60 Mann instellen, die sollen alle irgendwo hinballern. Spike, sprechen Sie. Ja, bitte. Wie ist das? Kann ich für sie tun? Erzähl mal, was war da jetzt? Wer hat dich gedroht? Und was? Und wieso? Und deshalb? Die, wer mir gedroht hat. Ja, irgendjemand hat dich doch gedroht mit uns. Ja, diese Jazz gerade. Ja, 15 Dollar auf mein Konto. Warum? Ja, aber hat dir das aus Spaß gesagt? Weiß ich tatsächlich nicht. Nur meinte sie, etwas abgefackt, dann schicke ich den Junkie Pack hier und der gibt euch ein Brett. Ja. Dann meinte ich, dann meinte ich zu, dann sind sie sich da sicher, die Dame. Ich glaube nicht, dass das so passiert. Weißt die denn, wer du warst? Ähm, die stand hier. Was? Ja, auch. Mach mal den Schall von deinem Mund weg. Dann kannst du auch besser reden, du Arschloch. Fressen, Alter. Macht euch aus meiner Haut raus. Ist das der Dirty Mike? Wo sind die Boys? Lass uns nur um die Kegel gehen, Prius. Digga. Jungs, jetzt wo wir schon mal hier sind, ne? Was haltet ihr davon, wenn wir mit dem Bündnis machen und Geiselnahm machen? Boah, will ich mich fühlen. Boah, will ich mich mega fühlen. Aber hat der Unterschied zwischen... Na, egal. Aber wir gehen nur auf die Bärlosen, ne? Ne, ich werde die 1,7 nicht nachmachen. Dafür respecte ich dich zu sehr. Ne, ich weiß nicht, warum die gerade alle lachen. Ja, aber wir machen die doch gar nicht nach, denn wir kommen nicht in den Knast. Warum mögt ihr die also nicht? Ich mag die, Bruder, ich... Ich mag die nicht, weil die Bässe sind tatsächlich. Also ich mag nur... Mit keinem kann man reden. Ne. Immer nur Unsinn. Den kann man ja reden. Das Problem ist ja, ich hab da ja den Fehler gemacht. Ich kann ja nicht mit denen reden. Bist du traurig? Du kannst halt nur schießen. Ne, ich bin halt nur ein bisschen meine Ehre gekriegt, weil er hat mir die Augen aufgemacht, dass ich absolut nichts auf dem Kasten hab. Ja, scheiße. Manchmal muss man das halt auch mal eingestehen. Ja, also ich mein im Endeffekt, ihr wisst ja alle. Kein Yadis hier alleine, irgendwer außer James. Der ist auch alleine, krass. Wo ist denn jetzt der Michael? Ich weiß nicht, den wollen die alles so nachdenken. Der ist ne Getränkedose holen. In der Mode. Schenken wir uns gegenseitig was? Der holt sich ne neue Cola raus. Hallo, schenken wir uns gegenseitig was zum Merry Christmas? Ja, können wir machen. Also der Philly sagt grad, dass der grad mit der Yadze telefoniert hat und die sagt, dass es eigentlich nur Spaß war. Also könntest, wir können auch legit machen. Was denn? Ja, was schenken? Ich schenke euch. Ja, lass Schrott wichten. Ich hab eine Sorge. Ich krieg euren Krieger. Ich krieg euren Krieger. Du kriegst einen Schlipper von Mila. Nein! Der ist viel wert. Aber einen warmen. Aber ich trage ihn nicht. Ja, wenn dann einen warmen. Ich tue dem Feuer in der Mikrowelle. Geil. Hallo. Ich trage sie doch. Du weißt doch Bescheid aussehen. Achso, ich hatte Schöne. Nee, 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 nee. Ja, ich meine auch, wirklich. Das wäre ja kein Geschenk. Das kann ich ja immer haben, wenn ich möchte. Achso. Du bist derjenige, der anonym die Dinger kauft? Danke. Wir wollten schon so ne Bendingmaschinen im Park machen dafür. Nani! Oh mein Gott! Nani! Oh mein Gott! Jo! Oder wir wegstellen. Ich krieg n Hörstern von deiner Perle und du von meine. Ah, ich glaub da kommen wir nicht ins Geschäft, Kollege. Warum? Weiß ich nicht. Ja, du kannst mal ne Pampers unter einer gehen, das ist kein Ding. Ui, Mama. Oh Gott. Besten Freundin spricht wie ne Dreijährige. Boah, was sagt man da? Ich glaub meine, weil deine ja nicht reden kann. Nach dem ganzen Kiefer nicht. Den musst du mir jetzt mal näher erklären. Nach dem ganzen Kiefer okay. Besser als ein Dreijähriger spricht in den Slip gar nicht. Ey, die redet ganz viel noch nicht mit dir. Deine Freunde macht Gang Signs. Ja, die ist ja auch ein Yadi. Mhm. Was müssen wir machen? Wie gesagt, bevor du hier ein Yadi bist, machst du erstmal ne dreiwöchige Ausbildung. Ich hatte auch schon mal die Flag. Boah, nimmt man den Yax zu Hause? Wo ist der Typ? Bereit zum Yadi-Dienst. Ja, wo ist denn der Auto? Ja, wo ist denn der eigentlich? Ich glaub der hat neue Identität. Zeugenschutzprogramm, der war zu tief drin. Er weiß zu viel. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Logen den weggemacht hat. Der war zu germinell. Nachdem was der Typ gerütteln hat. Hallo. Nicht schlecht über die Reden wird. Hä, das war nicht schlecht. Ich hab kein Problem. Also wie gesagt, nimm bitte. Also, weißt du, keiner weiß nie, wer zuhört. Und wenn die mitbekommen, dass ich schlecht über die rede, dann sind die zwei Minuten hier. Ja, ich glaub er mein Unserlogan. Achso. Ja, genau. Ich hab allgemein, das könnte zumindest... Also bitte einfach diesen Namen loben, bitte. Ich hab einfach Angst, okay? Logan, 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 Logan. Du musst keine Angst haben. Sag das mal dreimal vorm Spiegel. Nein. Wo ist denn der Mann? Der kommt dann. Mike? Ja? Haha. Haha. Ja. Ey, kann einer von euch gut sprayen? Ich möcht' gerne der Ape Maria ein. Ja, die ist Flagg drauf. Ja, ich weiß, ich bin nicht so gut mit der Waffe. Doch, Mila kann... Mila kann gut malen. Mila kann gut malen. Mila kann gut malen. Ich kann die Klochen malen. Mila hat mit den Füßen von Koppeln nach malen. Schönes Flagg drauf. Den hat nicht jeder verstanden. Ne, aber war ein guter, war ein guter. Danke. Habe ich lange geübt. Wo ist denn jetzt der Mike? Ach, was willst du denn so von dem? Wo ist denn der Jonathan? Der ist mit dem Mike weg. Ja, ich will das klären. Ich hab Angst, wenn ich aufs Haustür gehe, dass du ein Brett bekommst. Ist doch geklärt. Ach, sorry. Ja, aber der Ruiz guckt noch so böse. Der guckt nämlich immer. Ja. Der guckt immer so. Okay. Dann kannst du noch eins auf das Brett. Aber bitte nicht Nein sagen. Ja, Johnny. Hallo, haben dich meine Familie, du Arsch. Oh. Hey, ich bin jetzt auch deine Familie. Das Problem ist, Tantchen, dass wir einfach alle miteinander verwandt sind. Richtig. Ui. Von hinten. Unferm. Unferm. Von hinten. Unferm. Ohne. 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 Da ist aber einer getriggert! Oh. 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 Obacht. Das habe ich in der Stimme gehört, dass der Matt ist. Ui. Schwabel macht jetzt... Keine Ehre. Schwabel, schlag zurück! Nein, schlag nicht mehr, lager! Du kannst du jetzt heute mal anfangen lassen... Mach den fertig, Junge. Johnny, kratze mein Jungbildner nicht ins Krankenhaus schicken! Johnny, komm, umarm mich. Umarm mich bitte! Komm einmal auf mich! Ich hasse halt diesen Johnny, ne? Der denkt immer, der will OG! Jaja, dabei bin ich's. Aber ich schalte dir bei die Fresse an, schließt der Parkverbot. Dann kommst du aber zu uns. Dann bist du ausgeschlossen. Ja stimmt, dann geh ich mit Mila Pöden Nialis. Aber Curtis, du bist doch eh schon Vorteil der Familie. Wusstest du eigentlich, dass wir beide miteinander verwandt sind? Oh. Ich spiel noch mit Elben verwandt. Ich bin auch mit dir verwandt. Du bist auch mein Cousin. Guck mal, ich hab ja ein Gefängnis. Boah, warte mal. Das ist die beste Zeit um ihn zu hauen, ne? Jetzt ist los, lauf. Hau den, hau den los. Weck. Ich schwirz jetzt, mach mich los. Mach mich los. Hallo, was passiert? Mach mich los. Warum fessest du mich? Trommeln, mach mich los. Was denn? Du bist frei, gell? Hallo, warum fessest du mich? Hey! Oh! Der ist so eine blöde Sau. Mich von hinten boxt, wenn ich gewissen bin. Hey! Aua! Da hast du nichts gemacht! Da liegst du, du Lutscher! Der wollte doch nur die Eisflocke einfahren. Ich hab nix gemacht! Da liegst du! Du Lutscher. Das war Kollateralschaden, nennen sie sowas. Der wollte doch nur die Schneeflocke sammeln, Junge. Nana. N-n-nicht weinen. Nein, er weint nicht, ne? Hört auf zu gucken, der weint nicht. Nana. Das wird schon. Dem ist ne Schneeflocke ins Auge gefallen, ja? Ja. Ja. Genau. Schneerschneide Zwiebeln. Oh Gott. Sei doch ruhig. Bist du nicht leise? Guck mal, wie der am Heulen ist. Ich bin hart. Ja, du bist super hart. Du bist ein Gangster. Ich bin wirklich hart. Oh. Oh Gott. Bin, wir haben hier jemanden vom anderen Ufer. Wo ist er? Der geht schon wieder fremd. Alles Gute, äh, zu der Verhärtung. Ich wusste, dass wenn ich den jetzt kaputt schlag, dass der richtig rumholen wird. Der ist doch wirklich aufgehört. Erstmal vier Tage Permispause. Erholen. Das war ein Front. Ich hab nix getan. Doch. Nö. Mach dir erstmal die Hand fischeln ab. Ähm, okay. Let's go. Auf geht's. Das war alles. Dir geht's besser. Na komm. Aua. Na los, Kürzes. Ähm. Oder willst du hier lieber rumstehen? Nee. Dann lass mal dich hier. Lass den in Ruhe. Dem geht's doch nicht so gut. Ich muss erstmal stehen bleiben. Warum? Mila, halte meinen Hand. Ruf dir mal einen Arzt. Warte, ich rufe dir mal einen Arzt. Bitte. Und sag, dass ich ein Tapferer bin. Du bist ganz tapfer bist du. Ja. Hast du nen Bomber aufgedreht? Wow, wie mutig du bist. Mann. Das ist mir uneingenehm. Du bist einfach zu ihm hingelaufen und hast ihm ins Gesicht gehauen. Nein, ich hab nicht gehauen. Gib dir nen Kussi. Hast du nicht? Nö. Oh. Ich glaub, ich geh nach Hause. Ich muss nach meinen Nachteilfekrokes noch gucken. Tschüssami. Du ist mein ganzes Kiefer gepfickt. Guck mal. Schau einfach an, wenn's mal wieder Party ist. Nö. Das wird gar nichts mehr. Hallo. Ja. Egal. Ich hab immer noch mein Späterbild. Ja. Ich bin heute vom Dach gefallen. Fände ich noch von früher. Ja, danke. Da sah schon immer aus. Eben wo's grad sagen. Hast du nen Gesicht gebremst? Ja. Anker. Bin- Nimm mal net wie eh und je. Der Körtis ist vom anderen Ufer. Er hat sich geoutet. Der ist nicht vom anderen Ufer! Der hat nur bisschen gewined! Körtis ist jetzt vetro, oder was? Lass mich. Dach, du wärs auf meinem Ufer? Jony hat mich verkloppt! Ich hab nichts gemacht! Ich dachte, du wärst auf meinem Ufer. Ich dachte, du wärst auf meinem Ufer. Ich dachte, du wärst auf meinem Ufer. Hab ich nicht. Wenn ich dich gehauen hätte, wärst du um deinen Einzelteilen zu fallen. Glaubst du aber selber nicht. Warum hast du dich gestärkt? Der Onkel Doktor hat mich nicht. Der Onkel steht hier doch. Der Onkel Doktor, nicht nur der Onkel. Weil der die Tante anpacken will. Ja, aber... Lass die Finger von der Tante. Mila, lass die Finger von der Tante. Wer packt hier wieder? Lass die Finger von meiner Cousine. Mit deiner Schminke im Gesicht. Ich leck dir gleich die Schminke von deinem Gesicht runter. Schminkentochter. Zeig sie mir, zeig sie. Ja, was willst du? Grüne Haare und Schnäppel. Du hast wahrscheinlich mal blaue Haare. Du hast dir schon lange nicht mehr die Haare gefärbt. Deswegen sind die grünen ausgewaschen. Doch, deine Kette hängt auch schon wieder in der halben Titte drin. Du redest nicht mit meinem Freund. Das ist die Kette, mit der du durch den Dreck gezogen wurdest. Du redest nicht mit meinem Freund. Du liegst auf dem Boden, du Arschloch. Ich stehe wie ein Mann. Du stehst nicht. Nö, hast du mir nicht gefallen. Ja, ich lieg's mir, du Lutscher. Komm, wir machen den Abgang. Pass auf den Park. Ihr werdet ausgeschlossen. Parkabum. Ja, wie sieht's aus? Rekrutiert ihr noch? Wir machen ein zweiter Set einfach. Alles gut, das klappt. Ja, ich bin beim Schwuli. Ja, 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 ja. Ich bin der 2nd Doji, Rang 12. 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 Geh hin und schmier den eine. Ich würde dem auch eine schmieren. Machen nix. Der macht wirklich nichts, glaub mir. Das ist ein Lieber. Ist ein Feini. Ja, ist ein Lieber. Ja? Du hast eine Rauchertitte, ne? Die ist halb schwarz. Was? Die hängt auch schon... Klappe, du dummer Pferd! Ja! Backbein, Milan, Backbein! Warum hast du in die Luft geschubst? Weil die auch ein Schielauge hat. Glassauge. Gar nicht wahr! Also jetzt würde ich mir den auf jeden Fall schnappen. Soll ich dir den zu deiner Raucherbrust? Ich leide auch meine Pistole. Dafür musst du nicht rennen. Okay. Lass dich nicht ärgern, Milner. Komm her. Der Typ steckt sich seinen Zahnbürst im Arsch. Komm her. Warum steht der? Ja! Aber die Seite mit den Borsten. Ich schrubfe nixens gut. Tut weh? Ja. Komm. Machst du nix. Immer werd ich verkloppt. Ja. Musst du Boxen lernen. Beaty hat mir schon beigebracht. Aber du hast auch schon ein paar Mal gewonnen. Ja, ich hab den John verkloppt wollen. Halt's Maul, das mit der Zahnbürste. Ist nie passiert. Das ist wohl passiert. Keine Firma. Ich lass erstmal warten, bis du behandelt wirst. Dann hole ich dich. Dann hole ich dich, du Pixer. Oder weil er die Elektroschützer anbürst. Sobald du stehst, schlag ich dich um. Halt hath. Das war n Vorschlag, Hammer. H Ich habe nichts mehr im Mut. Aua. Seht ihr jemals im Krankenhaus? Aua. Hilfe. Was hast du denn gemacht? Der Johnny hat mich geboxt. Aber das ist ja doof. Der kriegt doch nichts vom Weiner hin. Ich bin der Böse, aber weißt du was? Ich wurde vorher von dem geboxt. Und du warst aber gefesselt. Ja. Der Johnny hat einen Bericht geschrieben, dass dich alle Kinder lieben. Und ich hoffe du liebst auch mich. Ich war schon im Krankenhaus. Was schenkst du mir zu Weihnachten? Komm her, krieg's fort. Bitteschön nochmal ein Kühlpeng. Aua. So, wer braucht noch? Ich? Könntest du zu Ibuz? Ja. Können wir wieder neue kaufen. Schön. Danke. Ah, schießt er halt. Top. Shorty, du musst noch singen, ne? Denk dran. Die Tage. Mindestens acht Zeilen. Sollen wir nach Hause, die sind dumm. Ja. Sollen wir laufen, Händchen halten? Okay. Cool. Junkie, fuck, kacke. Junkie, fuck, kacke. Hat er dir schon geholfen? Bisschen. Okay. Wie peinlich die sind, sitzen sie auf der Treppe und knutschen. Ja. Solche ekelhaften. Widderlich, wer knutscht denn? Ich will niemals küssen. Ich will niemals küssen. Aber ich will keine Pumpe. Was denn? Dabort, dann musst du aber schnell sagen jetzt. Was? Ich bin, ähm... Ich bin, egal, du Stream Deck. Ein was? Kannst du mir... Vielleicht nicht auf der Straße? Was denn? Wollen wir nicht weiterlaufen? Achso. Hm. Was mag ich denn? Ja, ich lach wie du... Aua, au, au. Aua. Du hast ja auch eine Beinzehe. Hä? 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 Was mag ich denn? Was kann man mir schenken? Ähm... Du magst... Du magst... Boah, du magst viel, aber... Ich hab was zu schenken, wirklich. Aber was mag ich? Hm... Mein Geschenk magst du. Die Pumpe? Mein anderes Geschenk. Welches? Das kriegst du erst morgen. Hat das was mit nem Sailor Moon Kostüm zu tun? Ach nee, morgen bin ich ja scheiße. Hat das was mit nem Sailor Moon Kostüm zu tun? Äh... Nein. Fuck. Aber du weißt doch noch diese Badewassersache, ne? Ja? Naja, es ist vielleicht nicht unbedingt das, was du wolltest. Also... Komm, jetzt nicht mit deinem Badewassern. Reicht schon, wenn ich nachdem du baden was die Dings... Waschen muss. Nein, nein, keine Sorge. Diesen ganzen Dreck muss ich abmachen und mit Chlor. Also... Ich... Ich kenne so Leute, ne? Mhm. Und die baden sich auch. Boah, du kennst Menschen, die baden? Ja. Aha. Pass auf. Und ich hab... Jemanden gefragt. Ob ich sein Badewasser für dich haben kann. Wen denn? Nein, ich hab einige von meinen Leuten gefragt. Aber ich will kein Badewasser für Menschen von denen. Ja, warum nicht? Weil die dumm sind. Nein, das... Das ist aber so. Stimmt das auch nicht? Die sind sehr sozial. Ja. Ich bin voll stark. Ja. Und gar nicht verletzte. Hab noch nie aufs Mauer bekommen. Mhm. Hab noch alle zwei Zähne. Nein, ich will... Ich will nem Baby, ähm... Nein, kein Baby. Einen Baby Otter. Baby Otter? Ja, Baby Otter. Ja. Ja, dann sag ich Harald, dass er sein Badewasser behalten kann. Was für nen Harald, Bruder? Ja, der hat gesagt, ja, ne, ne meins. Willst du ein Pugeln? Das ist so n dickerer Typ, ich weiß auch nicht. Ich will nen Baby Otter. Baby Otter, wo soll ich... Kauf den. Woher? Tankstelle. Ähm... 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 Tankstelle? Oh, du weißt, was du mir schenken kannst? W-was denn? Du kannst mir einen Schüssel... Aber... So einen großen Schüssel, ne? Mhm. Wirklich so einen. Zehn mir nichts. Okay. Mit Milch. Na gut, okay. Aber Kuhmilch. Ich... Ich fall nicht nochmal drauf fallen. Ja. Du mit deiner... Du mit deiner Brustpumpe? Das ist ein paar. Wovon redest du? Mhm. Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß. Guck mal, da lang geht's im Döner. Ähm... Wo? Oh... Da... Der Straßenfolgen. Oh ja. Bis zum Memo sein, was Kebabhaus. Und da bei Kurve... Und da gibt's auch Pizza. Und links von der Kurve ist... Mach mal ein Bild von mir. Ähm... Okay. Warte, ich lass den raushängen. Sieht cool aus. Okay. Aber so ein bisschen, ne? Ja, ja. Ähm... Okay, warte, ich mach noch Zoom-Bild, okay? Okay. Okay. Hast du? Auf geht's. Gut. Morgen ist mein Christmas. Ich bearbeite das nochmal, dass das nochmal näher dran geht. Okay. Kannst du mich männlicher wirken lassen? Böse Blick? Ja, Caro. Kannst du mir Muskeln choppen? Ja. Mach meinen Nacken so, als hätte ich mir Öl gespritzt. Ich hab keinen Photoshop, aber ich kann mir Paint und alles geben. Kannst du meinen Nacken so ausbauen, als hätte ich Öl gespritzt? Ja, natürlich, natürlich. Sicher, Digger. Natürlich, natürlich. Alles klar. Das wird dann mein Weihnachtsgeschenk für dich. Okay. Das hängst du dir aber übers Klo. Das hängt uns ganz groß übers Bett. Meine Crisis. Morgen ist Weihnachten. Weck mich bitte. Ja. Weck mich so morgens um 18 Uhr. Da bin ich gar nicht mehr erreichbar. Du bleibst bis heimisch an, bevor du den Skiurlaub gehst. Ja, aber... Aber der Skiurlaub! Dein Fliecher geht doch erst schnell dauern. Ja, okay. Okay. Na gut. Weißt du... Warum nicht? Ja. 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 Bist du dumm? Mach die Tür... Aua. Mach die Tür ab. Bin fast zusammengeklappt. Ja. 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 Hier. Morgen ist schön. Du... 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 Ich werd den Sascha, den Igor. da könnt ihr mal einen Kuss da lassen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten geht schlafen am morgens wichtigen Tag oder guckt weiter, Pommes oder was auch immer, aber benehmt euch, okay? Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support und für alles, was ihr liebt seid im Chat. Und Oma, Dankeschön. Und alle, die ich nicht vorgelesen habe, hab, 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 vielen lieben Dank für den Support. Und wunderschönen Weihnachten. Wir sehen uns nachher, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Wenn nicht, werde ich kurz was twittern. Ansonsten, Feiertage, Dingsbums, Weihnachten und Christkind, Glöckchen und was weiß ich, was er noch. Tschüss. Raid Pommes. Pommes. Morgen ist doch nicht schön, sondern du stresst dich. Hallo, morgen schön, Junge. Schönes Weihnachtsfest. Ja, genau, wünsche ich euch auch. Und viele gute Geschenke und viel Gesundheit und für die ganze Familie und alles drumherum und drumherum und froh Weihnachten. Mein Chrysler. Ab in the way, Thomas, sagt dem E-Guy. Gib dem E-Guy einen Kuss, dem Sascha. Und dann Tschüss. Tschüss. Ten Gepäckchen noch, dann hau ich los. Tschüss. 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 Tschüss.